Chat, es wird Zeit für Silent Hill 2. Finally, ich habe euch schon vor Wochen, Monaten versprochen, dass wir auf jeden Fall noch Silent Hill 2 spielen werden, bevor das Remake kommt. Und das Remake kommt, glaube ich, schon in fünf Wochen oder so. Anfang Oktober, ich glaube, 6. oder 8. Oktober. Also ist nicht mehr lange hin. Und ich wollte unbedingt davor noch das Original replayen, damit wir dann, wenn das Remake kommt, einen direkten Vergleich haben. Ich habe es schon mal gestreamt, aber es ist schon ein bisschen her. Ich glaube, vor vier Jahren oder so circa habe ich es vielleicht gestreamt. Da haben wir die originale PS2-Version gespielt. Schön über die PS2 in geilen 480p oder was das war. Diesmal ein bisschen anders. Diesmal spielen wir die PC-Version mit der Enhanced-Mod. Es gibt so eine Mod, die halt das Spiel modernisiert und geiler macht. Und ja, wir gehen da nochmal durch. Das wird geil, Chat. Wenn ihr Silent Hill 2 nicht kennt, das wird nice. Wenn ihr es kennt, wird auch nice. Ja, diesmal kommt VOD auf YouTube. Als ich damals das gestreamt habe, Silent Hill 2, da habe ich noch meinen VOD-Channel noch nicht geführt. Deshalb gibt es das nicht auf YouTube. Aber diesmal. Und Jackie, Dankeschön für 18 Monate. Silent Hill 2 streamt dann in der Wohnung mit der abgerissenen Tapete. Ja, das wird geil, wenn das Spiel am 8. oder 6. kommt und ich einfach schon in der neuen Wohnung bin und kein Internet habe. Cool. Alles darauf vorbereitet, dass ich das streamen kann und dann habe ich kein Internet. Das wäre geil, oder? Ja, wenn ihr mit Silent Hill nichts anfangen könnt, Chat es nicht kennt, das ist hier der zweite Teil. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwie Vorwissen braucht, weil es ist der zweite Teil. Das braucht man nicht, weil der zweite Teil ist sehr eigenständig. Der erste und der dritte hängen storymäßig zusammen. Der zweite ist eher so komplett eigenständig. Und das Einzige, was den zweiten mit dem ersten verbindet, ist, es spielt im selben Ort. Es spielt im selben Ort, aber die Story, die Charaktere sind komplett andere und es gibt gar keine... Ich glaube, ich weiß nicht, ob es überhaupt Connections gibt. Ich glaube, es gibt nicht mal Connections, oder, Chat? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich mache mir nur Sorgen, dass ich mich vor Angst einkote, dies, das. Ach so. So. Ja, let's go. Neues Spiel, Chat. By the way, wir haben hier auch ein Unterszenario aus dem Wunsch geboren. Das kenne ich gar nicht. Das haben wir damals auch gar nicht gespielt, als ich das vor vier Jahren gestreamt habe. Das heißt, wenn wir damit durch sind mit dem Hauptszenario, können wir auch noch das Unterszenario spielen. Da spielt man dann ein Girl. Mehr über den Secret Endings? Nee, ich glaube, es gab diesen Directors Cut, der damals auf der PS2 rauskam. Und ich glaube, das war nur beim Directors Cut, dass es das hier gab, glaube ich. Und ich glaube, auf meiner Silent Hill 2 Version, die ich auf PS2 habe, habe ich das nicht. Ich habe auch irgendeine besondere Version von Silent Hill 2, aber ich meine, das war da nicht drauf. Deshalb ist das für mich auch komplett neu. Ich kenne nur den Film. Ist der Canon? Der Film ist nicht Canon. Und der Film ist eher, also der erste Silent Hill Film ist eher auch eine Referenz an Silent Hill 1 und 3. Auch wenn dort Pyramid Head vorkommt, eine ikonische Figur aus der Reihe, die eigentlich nur im zweiten Teil vorkommt und die dort auch in den Silent Hill Filmen vorkommt. Und die Filme haben nichts mit dem zweiten Teil zu tun. Die referenzieren eher den ersten und den dritten Teil. So, ja, lass uns anfangen, Chat. Action Level, I guess, normal. Rätsel Level schwer. Und wir gehen rein. I see the town in my restless dreams, Digger. Eigentlich macht er in anderen Teilen keinen Sinn, ja. Auch die Krankenschwester, die werden auch immer in Silent Hill benutzt. Und die sind ja auch eher Silent Hill 2 Ding. Können Sie wirklich in dieser Stadt sein? Okay, let's go. Junge, ist das so weird, das in so high definition zu sehen? Das ist so crazy. Take over to James. Kann ich schon irgendwas interagieren? In welchem Teil war nochmal Shakespeare Rätsel im dritten? Die Pessoirs hängen echt tief, ne? Da könnte man sogar hinkacken, so tief sind die. Es gibt zwar noch eine Einstellung, damit es ein bisschen atmosphärischer aussieht, aber ich glaube, das ist für den Stream nicht so geil. Und zwar... Hier der Störeffekt. Dann hat man so einen körnigen Effekt drauf, der ganz cool aussieht, aber für den Stream wird er nicht so geil sein. Sieht ein bisschen mehr aus wie original. Aber sobald ich mich dann mehr bewege mit diesem körnigen Filter, wird das im Stream ziemlich matschig und scheiß aussehen. Deshalb müssen wir ohne spielen. Oder in den Knie... Genau, du kannst dich ja auch knien beim Pissen, so tief ist das. Wo war das? Hier. Du könntest deinen Cock da waschen, ja. Du könntest einiges damit machen. Ich hätte jetzt gesagt, Füße waschen, aber okay, wenn du unbedingt deinen Cock da drin waschen willst. Zakis, in my restless dreams... I see that town. Silent Hill. Ikonisch. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Cloud. I got a letter. The name on the envelope. Said, Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease three years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Okay, let's go. Ja, wenn ihr, wenn euch das zu, zu, zu langsam war und zu wenig passiert ist und ihr auf euer Handy gucken musstet und ein paar TikToks schauen musstet, im Großen und Ganzen hat er einen Brief von seiner Frau bekommen, dass sie in Silent Hill auf ihn wartet, an ihrem speziellen Ort. Das Ding ist aber, seine Frau lebt nicht mehr. Deshalb ist er jetzt hier und will herausfinden, von wem dieser Brief kommt. Und weil gerade im Chat stand, Generic unterstrich See PNG, das ist tatsächlich hinten wirklich ein Foto von einer echten, von einem echten See, einer echten Stadt. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, keine Ahnung wieder, wo das war. Ist auf jeden Fall ein echter Ort. Ja, ist trotzdem eine PNG, klar. Ich habe eine Karte von Silent Hill. Boah. Aber die Frage ist, gibt es sie beim Silent Hill wirklich? Ich denke mal, auf der PS2 fällt das gar nicht so krass auf, weil PS2 recht blurry ist. Dann fällt dieses Foto da gar nicht so krass auf. Ich bin ja bestimmt in Pennsylvania, ja. Kann ich schon irgendwas hier interagieren? Toluca Lake! Silent Hill ist dort, wo du dich zu Hause fühlst. Das sage ich auch. Nee, du musst den ersten Teil nicht kennen. Der zweite Teil ist komplett unabhängig vom ersten. Einzige, was die beiden verbindet, ist der Name und die Stadt. Da ist ein Löwe. im Wald ist ein Löwe. Silent Hill ein Naturschutzgebiet für Löwen. Das Gameplay gerade beschreibt ziemlich gut mein jetziges Leben. Ich hoffe nicht, dass dein jetziges Leben Silent Hill 2 ist. Keine Ahnung, wie lange ich das Spiel brauche. Ich denke mal so acht Stunden, neun Stunden, I guess. Also wir werden zwei Streams dafür brauchen, denke ich. Habt ihr schon mitbekommen, Chat? Das Remake soll doppelt so lang werden wie das Original. Ja, das Remake soll wohl so 16, 18 Stunden lang sein. Und das Spiel dauert ja so, ja, so sieben, acht Stunden, neun Stunden ungefähr. Und das soll wohl so 16, 18 Stunden laufen. Oh, Speicherpunkt. Ich glaube, bei der PC-Version kann ich jederzeit speichern. Wenn ich mir das ansehe, ist das, als würde jemand in meinem Schädel herumtasten. Das gibt mir ein sonderbares Gefühl. Und bei der PC-Version glaube ich, kann ich jederzeit ja, kann ich jederzeit speichern. Wahrscheinlich mehr Orte. Ich weiß nicht, ob mehr Orte, ich glaube einfach nur größer und mehr Cutscenes und so. Längere Dialoge, größere Dialoge, mehr Inszenierung. Ich kann die ganze Zeit sprinten, aber ich wollte das Spiel erst mal atmen lassen. Wer hat danach gefragt? Ich glaube Konami, wollte unbedingt ein größeres Spiel haben, weil je größer das Spiel, desto weniger beschweren sich die Leute, weil dann gibt es dann Leute immer, die sagen immer, eine Stunde Spielzeit ist gleich ein Euro. Was? Silent Hill kostet 60 Euro und das spiele ich in sechs Stunden durch? Nein, Konami, ihr Schweine. Das haben wir getan, Chat, dass die Entwickler so denken. Wir sind schuld. Wir Gamer sind schuld. Weil wir immer rumheulen, wenn wir Vollpreistitel kaufen, das ist zu kurz. Entschuldigung, ich... Oh, ich... Ich bin sorry, ich... Es war nur... Ich wollte dich nicht schrauben, ich bin ein bisschen verloren. Lüge Zinkel. Von der Summoner? This... This This town There's Something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog either. Okay, I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... Ich glaube, dass ich wirklich nicht weiss, ob es gefährlich ist oder nicht. Ich glaube ihn. Ich gehe in die Stadt, in der irgendeinem Weg. Aber warum? Ich schaue jemanden. Wer ist das? jemanden, sehr wichtig zu mir. Ich würde alles tun, wenn ich wieder mit ihr sein könnte. Ich auch. Ich schaue meine Mutter, meine Mutter. Es ist so lange, seit ich sie gesehen habe. Ich dachte, mein Vater und Bruder waren hier, aber... Ich kann sie nicht finden, auch. Ich bin sorry. Es ist nicht Ihr Problem. Ich hoffe, Sie finden sie. Ja, Sie auch. Hau rein. Was ist es? Oh. Nichts. Sicher ist es hier quiet, oder? Ich glaube. Was ist das für ein Dialog, Junge? Ich kann mir leider das Grab nicht anschauen, was da steht. Hier habe ich dieser Nebel. Äh, Trivia Time, Chat. Dieser Nebel, der war im ersten Teil auch da, aber das war kein Stilmittel im ersten Teil. Im ersten Teil haben die das gemacht, wegen der Limitierung der Konsole, damit man nicht sieht, wie die Gebiete immer geladen werden oder so, oder damit es keine Ladezonen geben muss. Also haben sie die ganze Zeit überall Nebel gemacht. Aber dann wurde der Nebel so ikonisch, dass sie gesagt haben, ab dem zweiten Teil, wir benutzen immer den Nebel. Trivia Time vorbei. Ich hoffe, ich verpasse nichts. Also wenn ihr zufällig das Spiel komplett auswendig kennt, laufe ich gerade zurück. Wenn ihr zufällig das Spiel komplett auswendig kennt, Chat, und ich irgendwie irgendwo so, äh, irgendwelche Story-Items übersehe, sei es irgendwelche Zettel oder sowas, keine Ahnung, dann dürft ihr mich gerne darauf hinweisen, ne? Damit wir nicht irgendwie Lore verpassen. Kann ich da reinlegen, ne? Oh, hier ist die Karte, by the way. Wir müssen zum Rosewater Park, I guess, ne? Aber was ist hier? Hier war ich doch gar nicht. Hier gibt's Loot. Story-Bloot. Hier gibt's irgendwie einen Zettel. Silent Hill Ranch. Kann ich irgendwie rein in die Ranch? Nein, ne? I mean, das ist ja sogar, Silent Hill ist ja ein Urlaubsort. Ja, Mario, genau deswegen. Genau deswegen. Oh, Moment. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Daran erinnere ich mich, glaube ich, noch. Müll? Ich kann doch mit gar nichts interagieren. Ja, ich bin in Silent Hill. Ja, ich bin in Silent Hill. Der Boss. Ich bin in Silent Hill. Ist ein bisschen eine Hecke. Ich bin in Silent Hill. Ziehst du eigentlich auf ein bestimmtes Ende ab? Habe ich erst überlegt, aber dann dachte ich mir, nee, ich habe keine Lust, die ganze Zeit irgendwie einen Guide zu verfolgen oder so. Und ich glaube, die drei Endings, die man im ersten Spieldurchlauf bekommt, ich glaube, die sind eh alle recht ähnlich. Nur das New Game Plus Ending ist halt anders. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Okay, ich laufe hier unten lang. Aber wahrscheinlich ist hier zu. Wahrscheinlich ist hier irgendwie zu oder so. Und ich bin jetzt aus Versehen den richtigen Weg gelaufen. So, dass wir jetzt irgendwie hier durch die Stadt laufen müssen, um zum Rosewater Park zu kommen. Das Doggo-Ending. Ja, sowas wie Doggo-Ending, Ufo-Ending, diese Joke-Endings, die bekommst du ja auch in New York. Game Plus. Und das heißt, wie gesagt, bevor ich mir jetzt irgendwie Guides angucke und die ganze... Ich wollte jetzt mich nicht zu viel spoilern lassen. Ich meine, ja, ich kenne das Spiel, ich habe es ja schon mal gespielt. Aber es ist ja schon ein paar Jahre her und deshalb, ich wollte jetzt nicht mit Guides spielen und mich spoilern lassen für Momente, die ich vielleicht vergessen habe. Und am Ende werden wir uns eh wieder alle Endings auf YouTube nochmal anschauen. Weil ich werde ja natürlich jetzt das Spiel nicht irgendwie 5, 6 Mal durchspielen für alle Endings. Wir machen einen Playthrough und gucken uns dann alle Endings an. Deshalb wollte ich jetzt nicht nach Guides spielen, mich spoilern lassen, sondern ganz entspannt runterspielen und mich dann überraschen lassen, was für ein Ending ich bekomme. Aber ja, die Endings zu bekommen, glaube ich, ohne Guide ist auch ein bisschen schwierig, weil, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es beim ersten Durchspielen irgendwie 3, 4 Endings und jedes von diesen Endings braucht so, äh, hat verschiedene so Dinge, sowas wie, du darfst hier das Item nicht mitnehmen, du darfst hier mit dem nicht reden, du musst hier mit dem zweimal reden oder so, keine Ahnung, so ganz viele Kleinigkeiten, die quasi dich auf eine bestimmte Route bringen oder so. Und wenn man halt da nicht sich auskennt damit, äh, dann ist es, glaube ich, ohne Guide recht schwierig. Und ja, wie gesagt, ich will nicht mit Guide spielen. Ist der Nebeldichter geworden? Der Roadrunner! Alter, miep, miep! Jo, ciao, Paul! Lege eine Scheibe Käse auf meinen Toast, Alter! Miep, miep! Ich habe den Song vergessen. Es gibt einen Roadrunner Song von einem deutschen Rapper. Wo er irgendwas singt von Lege halbe Käsescheibe Toast auf, lebe, lege Käse, lege Käse auf meinen Toast, Alter! Oder so. Miep, miep! Alle gehen auf den Boden, wenn ich losballer! Miep, miep! Das ist ein funny Song. Okay, Chat, wir sind angekommen. Wir sind in der City. Flower Shop! Ich meine, meine Frau hat mir geschrieben, ne? Bufo, danke schön für den Gifted Sub. Vielen, vielen Dank. Und Moritz, danke schön für die 63 Monate. Meine Ehefrau hat mir geschrieben, dass sie hier in der Stadt auf mich wartet. Dann sollten wir hier vielleicht Blut mitbringen. Damit triggere ich bestimmt ein besonderes Endigen. Flowers. Celebrating 70 years. Okay, ich komme nicht rein. Jetzt ist auch komplett Blut verschmiert. Oh, ist das ein item? Ich habe ein Erste-Hilfe-Kasten. Nice, schon mal eine Heilung. Aber wenn sie doch tot ist, hast du doch Blumen fürs Grab. Win-win. Ja, aber sie hat mir ja einen Brief geschrieben, obwohl sie tot ist. Das heißt, sie lebt ja noch. Das heißt, großes Wiedersehen nach langer Zeit. Da kann ich ja Blumen mitbringen. Ist das irgendeine Art Remaster oder Pod? Das ist die PC-Version, der Directors Cut von der PC-Version. Und es gibt eine Fan-Mod, womit man das Spiel aufschönert. Das spiele ich. Das ist meine Kombination. Hier? Kann ich auch nicht rein? Okay, Sander Street. Hier ist eine Blutspur. Sind diese Flecken Blut? Dieser Schatten gerade eben. Hinterher. Wo ist das Voice-Acting hin? Das ist nur in Cutscenes. Wenn du so Dinge, die du anschaust oder so, dann gibt es da kein Voice-Acting. Also das, was man die ganze Zeit vorliest, das wird wahrscheinlich im Remake auch alles vorgelesen. Überall wurde dann so, wenn du hier, normalerweise kommt dieser Text hier mit dieser Cutscene, da wird wahrscheinlich, du läufst nur vorbei und dann wird irgendwie James direkt sagen, Oh, da ist Blut auf der Straße. Ich folge mal dem Blut. Oder so. Junge, dieser Nebel ist so crazy, ey. Ich habe den gar nicht so stark in Erinnerung. Da ist ein Speicherpunkt. Und ein Drink. Zwei Drinks. Gesundheitsdrink. Gesundheitsdrink. Und speichern. Wie das jedes Mal so rot wird. Erstmal Flash. Schlimm genug, dass das eigentlich dieser Tage die einzige vernünftige Version ist, das Spiel zu spielen. Eine inoffizielle Version. Das stimmt. Also ich habe ja die PS2-Version hier noch rumliegen und die ist auch gut. Aber ja, es wird ja glaube ich offiziell nirgendwo mehr verkauft. Auch nicht auf GOG, oder? Auf GOG, glaube ich, kannst du Silent Hill 3 kaufen. Aber nicht Silent Hill 2, meine ich. Ich darf hier nicht rennen, Chat. Man darf nur 5M laufen. Ist das schon 5M? Bin ich zu schnell? Ich komme Pyramid Head und hake mir den Kopf auf, weil ich zu schnell bin. Da ist er! Der hinten ist da in der Ecke. Und hier ist es da in der Ecke. Und hier sind die Ecke. Die Keule Das ist Nägel dran Leg dich hin Zu dir hängen geblieben Drauftreten kann ich nicht Später wird das Drauftreten wichtig sein Weil manche Gegner Oder alle Gegner Wenn du sie niederschlägst Dass sie auf dem Boden liegen bleiben Dann werden die später nochmal aufstehen Und ich glaube wenn man dann hingeht Und nochmal drauf tritt Dann stehen die nicht mehr auf Tod könnte diese Kreatur gewesen sein Was geschieht in dieser Stadt Was geht in dieser Stadt vor Ich hab Blutspuren So wir haben unsere erste Waffe Chat Brett mit Nägel an einem Ende Nicht sehr wirksam Aber leicht zu gebrauchen Grobe Reno Dankeschön Für mittlerweile ein Jahr Vielen vielen Dank Ach es bei GOG war 4 Okay sorry Das war 3 Ich werde es auch nehmen Ich werde es auch nehmen Ich werde es brauchen Ich werde es brauchen So das Radius sehr recht wichtig Das ist auch immer so ein Typisches Silent Hill Ding Das wenn Gegner in der Nähe sind Dann rastet das Radio immer aus Dann gibt es immer so Störgeräusche Das ist ein Hinweis für Hier wird es gefährlich Das Geile ist auch bei der Ich weiß nicht ob das an der Enhanced Version liegt Oder an der PC Version liegt Aber Ich kann ohne Tank Control spielen Ich kann das ganz normal spielen Wie ein Normales Third Person Spiel Warum remaken die eigentlich den zweiten Teil Und nicht den ersten Weil der zweite der beliebteste ist Und der zweite Komplett eigenständig ist Hat nichts mit dem ersten zu tun Das ist ja jetzt bei Metal Konami Will halt Den maximalen Profit rausholen Machen die ja bei Metal Gear jetzt auch Die Remake Metal Gear Solid 3 Und nicht eins oder zwei Okay Ich kam von unten Dann gehen wir oben Ich werde dich sowas von nicht angreifen Scheiß ich komme oben nicht lang Vielleicht hier rein Durch die Cut Street Nee nur der erste und der dritte hängen zusammen Die anderen sind auch alle eigenständig Dann hier rein vielleicht Die Martin Street Ist eine Sackgasse Aber vielleicht ist am Ende der Sackgasse Irgendwie ein Eingang In ein Haus oder so War hier so eine Heilung Zwei und dreimal Nein Eins und drei hängen zusammen Drei ist quasi die direkte Fortsetzung von eins Die Ekelhafte Komm her Tritt drauf Ja Junge wie aus Unter einem Auto rausgekrochen kam Die miese Sau Der ist ein Schlüssel Ich habe den Schlüssel zum Apartment Welchem Apartment? Kriege ich einen Tipp? Also es spielt zwei nicht im selben Ich nenne es mal Universum Es ist dieselbe Stadt Das war es Aber es ist glaube ich auch alles dasselbe Universum Ähm Aber Ja So Datenschlüssel Ja ja Selbes Universum Selbe Stadt Aber halt andere Storys Andere Charaktere Altaussehen Der Schlüssel Den ich in der Stadt gefunden habe Der steht Woodside Apartment Woodside Apartment Ja So Wo ist Woodside? Ah Wood markiert Okay Lass mich raten Hier geht es nicht lang Und ich muss dann irgendwie unten lang Und dann da unten Über die Salt Street Mal schauen Was ist das für ein Geräusch? Und hier geht es nicht weiter Oder? Sieht gut aus Ich sehe es da unten Chat Unterm Auto ist einer Ich sehe ihn schon Da ist was Äh Patronen für die Pistole Uh Ich habe noch gar keine Pistole Ähm Der James Der schaut immer auch hin Zu den Items Das ist auch so ein kleiner Hinweis Der guckte immer in Richtung Items Was stand da? Das Schloss ist wohl kaputt Ich kann nicht öffnen Irgendwas ist dieses Geräusch Es klingt wie Keine Ahnung Hier? Ich hatte den Schlüssel Zum Apartment Das ist ein aufziehbares Spielzeug Ich weiß nicht Irgendwie Man könnte zum Beispiel sagen Der Bösewicht aus Silent Hill 4 Wird hier im Spiel erwähnt Aber spielt hier keine Rolle Ja Silent Hill 4 ist sowieso ganz besonders Silent Hill 4 ist eigentlich nicht wirklich ein Silent Hill Ist einfach irgendein random Horrorgame Und dann haben sie so ein paar Sachen reingeworfen Müll kann ich nicht gebrauchen Aber der sieht aus wie er irgendein Item Äh Ja war der Room Der vierte war der Room Der ist eigentlich nicht wirklich Silent Hill Sondern einfach nur ein random Horrorgame Und dann haben die so ein paar Ähm Connections reingeworfen Damit man sagen kann Oh das das kenne ich Aus Silent Hill 2 Oder so Aber ansonsten Es war auch in der Produktion Nicht gedacht Als ein Silent Hill Spiel Aber Konami hat gesagt Wir müssen da Silent Hill drauf schreiben Sonst verkauft sich der Scheiß nicht Okay Wir haben nur einen Eingang Okay So das erste Gebiet Woodside Apartments Also im Großen und Ganzen Wird das Spiel so ablaufen Dass man irgendwie immer Irgendwie in einem Gebäude ist Oder so Immer in irgendeinem Gebäude ist Und das wird dann Startet dann immer recht Normal Wie ein normales Gebäude Halt ein bisschen heruntergekommen Ne Und dann driftet das meistens ab In eine komplett Wilde Richtung Abgeschlossen Okay Das wird dann so Actually immer der Ablauf sein Okay Gehen wir mal hier lang Ich bin sehr gespannt Im Remake Wie viel wird er reden Wie viel wird er reden Weil zwischen den Cutscenes Hält ja James eigentlich Durchgehend seine Fresse Ich frage mich Ob er das im Remake Auch machen wird Kann ich das kaputt machen Oder keine Ahnung Das ist ständig immer Irgendwie so So Dinge kommentiert Wie Du gehst jetzt In diesen Gang rein Und er sagt dann So was wie Du läufst in diesen Gang entlang Und er sagt dann So was im Gang wie Ziemlich runtergekommen Ich muss unbedingt Ne Waffe finden Um mich zu verteidigen Oder so Schlag doch Oh Mann Die Tür ist verschlossen Hat der mir Schaden gemacht Komm her Du Schussau Tritt drauf Dass es auch so ein bisschen Immer so Tipps gibt Oder so Wenn du irgendwie rumläufst Dass er zwischen Wenn du irgendwie Zu lange rumlaufen wirst Weil du irgendwie Den Weg nicht findest Dann wird er irgendwie So was sagen wie Vielleicht sollte ich doch mal In den vierten Stock gehen Oh Da ist Blut unten Oh Moment Wo bin ich denn jetzt Bin ich dumm Okay In dunklen Räumen Kann man die Karte Gar nicht aufmachen Tatsächlich Ich bin dumm Ich bin einmal hier entlang gelaufen Hier ist by the way Hab die Tür hier abgecheckt Dann hat er mich angegriffen Ich hab hier gekämpft Und bin wieder zurück gelaufen Und wieder ins Treppenhaus Opfer Da ist ein Müllschlucker Irgendein seltsamer Abfall Steckt in dem Loch fest Ich glaub man musste den Irgendwie mit einem Item Durchdrücken oder so Moment Kann ich das vielleicht mit dem Direkt mit dem Brett machen Was ich in der Hand habe Geht das Ähm Ne Hier Moment Ne kann ich nicht Okay Vielleicht kann ich das hier verwenden Und dann drückt er das da so rein Oder so Ihr Seere Dankeschön für 13 Monate Vielen Dank Äh Ne Hogwarts Legacy Hab ich nicht gespielt Aber ich kann Dieses Kommentare geben Von Horizon Zero Dawn Sehr gut Oder von God of War Das Schloss ist wohl kaputt Ich kann es nicht öffnen Und ich habe Angst Dass Silent Hill 2 Auch in diese Richtung Gehen wird Konami wird ein Kartenspiel Eigenbauen mit Gacha Und Casino Maschine Bestimmt Minigames Ein paar Minigames rein Ich habe noch keine Taschenlampe Wohl kaputt Ein Fernsehgerät Das ist nichts Ungewöhnliches daran Okay Ja Jetzt ist das schon ein Rätselhinweis Wir spielen auf Rätselschwierigkeit schwer Das heißt die Rätsel werden teilweise richtig weird Ja Der ist eine Uhr Eine große Uhr Es ist zu dunkel Um sie gut zu sehen zu können Okay Wir brauchen wirklich erst Licht Und dann müssen wir dann irgendwie dieses Urrätsel hier lösen I guess Henry Ich kann mich nicht mehr bewegen Genau das Wahrscheinlich müssen wir erst eine Taschenlampe finden Dann komme ich hier später wieder Oder geht das Licht hier an? Ne Ja Ja das ist das coole bei 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 Silent Hill Dass du für das Das Action Gameplay Eine Schwierigkeitseinstellung hast Und für das Rätsel Gameplay Eine Schwierigkeit hast Wenn du keinen Bock hast auf Rätsel Machst du halt auf irgendwie super easy Aber Bock hast auf Action Dann machst du halt Action auf schwer und so Hast du damals Rätselgeschwierigkeit auf normalen? Ich habe immer schwer gemacht Weil Rätsel sind geil Spuck dich Spuck dich Hör auf zu spucken Bleib liegen Tritt drauf James James So Bleib liegen Taschenlampe hier Ich kann die Tür nicht öffnen Ich habe so ein Käfig Okay Was ist das für ein wildes Zimmer? Ich habe so ein Käfig eingebaut Ah da ist eine Taschenlampe oder? Ja Hier ist sie Da liegen Leiche Die steht gleich auf Ich habe eine Taschenlampe Also klar Alter Doppelarsch Traumfrau Die hat zwei Ärsche Tritt drauf James Okay die ist tot Eine Nähmaschine Da ist nichts besonderes dran Auf dem Sofa liegen Arme und Beine herum Sie stammen zum Glück von einer Schaufensterpuppe Hab mich erschrocken Ob du vorgewarnt hast Lieber Doppelbubas haben Ich habe heute TikTok gesehen Wo ein Typ gesagt hat Dass er Gefragt wurde Von einem Girl Ob er ein Bottom oder ein Top Typ ist Und er hat drauf geantwortet Und er hat drauf geantwortet Dass er lieber in den Jungle geht Und dann gecheckt hat Was sie eigentlich von ihm wollte Und dann ihm unangenehm war Nochmal drauf zu antworten Was? Ja er hat das als Leak of Legends Frage verstanden Weil da gibt es ja Lanes Top Lane Bottom Lane Ja I guess Wir gehen wieder zurück Zu dem Rätsel Das Rätsel war Aber da geht es noch weiter Ich glaube das Rätsel wird uns eher weiterführen Ah hier war das Rätsel Das wird uns wahrscheinlich dann in den Raum 209 bringen Weil die Uhr geht bestimmt zur Seite Und da ist ein Loch Und dann kannst du wahrscheinlich da reingehen Und dann in das Treppenhaus Das heißt hier ist vielleicht Eher auf der rechten Seite Vielleicht eher irgendwie Loot oder so Wir nehmen den Loot mit Okay die rennen nicht auf mich zu Hier ist ein Gegner Wo? Spuck mich nicht an Er hat mich angespuckt Schlag James Lass liegen Tritt drauf Oh mein Gott Durch die Wand Durch die Wand Durch Der liegt ja immer noch So liegen bleiben Kriege ich hier mal eine Pistole oder so? Okay Was ist das für eine Kammer? Okay hier gab es nur Munition I guess ist nicht schlecht Aber hey Hätte mir irgendwie mehr gewünscht Zum Beispiel direkt die Pistole Hey Godotl Hast meine Katze Geweckt Sorry Okay Wie da er ominös im Licht steht Das Licht geht jetzt aus Und sie rennt weg Kann ich sie backstabben? Beim neuen Im Remake kann man bestimmt backstabben Ich hoffe man kann im Remake Parieren Okay Die geht ganz normalerweise Hey Ich bin am Sterben Ich glaube das rechts in der Ecke Dass dieses Kreuz angezeigt wird Das ist auch neu oder? Weil im OG musstest du immer ins Menü schauen Ob du Leben verlierst Wie wenig Leben du hast Okay Das heißt Ich bin einfach nur hingegangen Hab ultra viel Schaden bekommen Cool James 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 Die Leute schlafen hier Kannst du bitte Auf Zehenspitzen sprinten? Ich weiß du das ist eilig Aber komm schon Mann die Leute schlafen Ach James In Resi 4 war das Parieren cool Zumindest in VR Ja aber Resi 4 ist nun mal was anderes Als Silent Hill 2 Was stand da? Irgendwas mit dieser Nachricht Drei Nadeln Vor verschiedener Höhe Stehen Drei Nadeln Von verschiedener Höhe Stehen Die Dicke Die Lange Und die Dünne Von langsam zu schnell Nach rechts sie gehen Scott nicht auf 3 Sondern 15 ruht Ist 3 und 15 nicht das gleiche? Das ist ja die Uhr Also die 3 ist ja auch gleichzeitig 15 Minuten Ich weiß nicht ob das die Reihenfolge ist Drei Nadeln von verschiedener Höhe stehen Die Dicke Die Lange Oder ist es einfach nur ein Hinweis Dass Scott Ne das weiß ich auch schon Wer ist Scott? Er ist ein guter Freund von mir Der gute Scotty Ne hier Was ist das? Ah jetzt können wir es sehen Also ich würde sagen Henry ist der Stundenzeiger oder? Mildred ist die Sekunde Und Scott ist die Minute Also dann hätten wir 9 Uhr 9 Uhr 15 9 Uhr 15 Und die Sekunde ist bei vielleicht 10 10 10 Sekunden Steht hier geschrieben? Da steht das Wort Die Narben der Vergangenheit Werden den Nagel entfernen Der die Zeit anhält Ach James Ein schwacher Bisse Egal wie sehr ich schiebe Sie bewegt sich nicht Es scheint als wäre sie am Boden Festgeklebt Okay Also was habe ich gesagt? Die Uhr ist um 7 Uhr 56 Und 15 Sekunden Stehen geblieben Das Ziffernblatt Ist geschlossen Es ist verriegelt So kann ich die Zeiger Der Uhr Nicht berühren Ach ich muss das erst Aufmachen Junge schlag auf Ich komme hier gar nicht weiter Chat Ich brauche erst einen Schlüssel Einen Uhren Schlüssel Ja wir können theoretisch Noch nach oben gehen Weil hier bin ich Komplett fertig Also Die Tür ist zwar nicht markiert Aber die ist halt zugemauert Ja I guess Wir gehen wieder hoch Oder Äh nicht wieder hoch Sondern wir gehen die Treppe hoch I guess Weil oben war ich ja noch nicht Vielleicht ist oben der Schlüssel Oder er liegt irgendwo Und ich habe ihn nicht gesehen Ich wusste nicht mal Dass es einen Sinn Hinter dem Rätsel gibt Ich habe irgendwie rumgedreht Und geschafft Einfach Rätselmeister Irgendwann klappt es Immer schön Boopwursten Ja hier war der Müll Und hier Treppenhaus Oder Ja Gehen wir mal hoch Habe ich bei meiner Abschlussprüfung Auch gemacht Und das hat geklappt Einfach random irgendwas hinschreiben Okay gut Wenn du eine Abschlussprüfung hast Wo du Multiple Choice hast Aha Jenseits der Stangen Liegt dein Schlüssel auf dem Boden Wenn ich meinen Arm ausstrecke Könnte ich ihn vielleicht erreichen Jumpscare kommt Du hast einen Stock James Respektlos 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 Einfach nur respektlos Hey warte Dumme Göre Einfach nur respektlos Hier ist besonders dunkel Hier ist besonders dunkel Der Schloss ist wohl kaputt Ich kann nicht öffnen Hier liegen Patronen auf dem Boden Oh ich kriege hier die Pistole oder Da wurde dagegen geschossen Hier ist komplett durchlöchert Okay hier wurde überall geschutet Da ist eine Pistole Bevor ich sie aufhebe Schau ich mich mal um Weil safe Wenn ich sie aufsammle Kommt irgendwie ein Monster Durch die Wand gesprungen Okay der hat hier überall Wild gegen alles geschutet Nichts war hier vor ihm sicher Ich glaube der hat hier gegen eine Horde Von Monstern gekämpft Keine Gegner Stille Keine Gefahr Ich darf die einfach so mitnehmen Ja nice Das Ding ist Ja cool ich habe jetzt eine Pistole Aber was machen wir damit Soll ich jetzt auf den kleinen Schlüssel schießen Der auf dem Boden liegt Die Mauer ist Pockenartig überzogen Mit Einschlüsselöchern Der Schloss ist wohl kaputt Kann ich nicht öffnen Ich muss das Kind abschießen Dem Kind vielleicht drohen Dass ich es abknalle Wenn es mir den Schlüssel nicht gibt Das ist Einkaufswagen Wie kommt das hier her Wie status ... ... ... ... ... ... ... da kommt er ich kann ihn nicht erreichen egal wie sehr ich mich strecke aber wer ist das kind womit ist eigentlich vergleichbar so nie gespielt resident evil nur halt weniger und mehr spuk 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 auch das ist eine whisky flasche aber ansonsten gibt es hier gar nichts hier kommt wieder raus okay ich habe irgendwas übersehen die rote farbe mit dem holzbrett kanadie nicht erreichen das geht nicht james ist halt nicht so der smarte ja die letzten zwei trailer die kamen die wir die sahen recht gut aus ja das hat mir auch ein bisschen hoffnung gemacht aber ich sag's wie es ist im endeffekt ist mir das eigentlich auch egal nur ganz normale waschmaschine nichts interessantes weil ich werde das spiel eh nicht mit dem gedanken spielen hey ich spiele hier silent 2 sondern ich löse mich was war das irgendein geräusch nördlich von hier dicker ich habe keinen kompass dabei nach da ich werde das spiel spielen das remake wie ein kompletten neues horrorspiel da ist der chat der pyramiden kopf da saß vorher aber niemand ach hier ist der schlüssel ich habe ihn übersehen ne das ist glaube ich neu ne zimmer 202 das bin ich chat das ist james ist das nur zufall irgendwie eine ähnliche jacke eine ähnliche hose eine ähnliche frisur okay wir haben 202 202 ist da unten ja die atmosphäre ist sehr nice jetzt wo ich jetzt wo ich wieder silent hill 2 seit langem spiele ich hatte ja als ich cryo 4 gespielt hatte vor kurzem das war erst vor ein paar monaten der cryo 4 gestreamt war ja mein erstes mal cryo 4 und da habe ich ja auch viel mit silent hill verglichen weil es natürlich auch sehr inspiriert ist von silent hill aber jetzt wo ich noch mal dass das hier spiele es hat cryo 4 hat wirklich eigentlich schon fast schamlos die atmosphäre einfach geklaut das wirklich sehr sehr ähnlich oder von von atmosphäre her von der stimmung her sehr sehr ähnlich schon zu ähnlich leuchtet irgendwas rot aber ich kann damit nicht reagieren oh der hat schmetterlinge hier gesammelt es ist zu dunkel um sicher zu sein zu können aber ich glaube da ist etwas auf der anderen seite des lochs ja rein da schlüssel mit der uhr ok nice jetzt können wir da rein auf dem buch liegt ein toter schmetterling sonst gibt es nichts hierzu interessantes das schloss ist wohl kaputt ich kann es nicht öffnen aber es haben sich ja viele spielentwickler zumindest versucht die ideen von silent hill zu klauen ja natürlich silent hill war ja was horror angeht natürlich sehr prägend für das genre sehr sehr prägend bis heute versuchen ja immer noch leute oder das versuchen aber bis heute hin siehst du immer noch in super vielen horrorspielen eine sehr sehr starke inspiration von silent hill und silent hill 2 vor allem siehst du ja immer noch heute aber das crazy wie ähnlich also wie gut eigentlich cryo 4 diese stimmung noch mal neu gemacht hat nachgemacht hat man könnte fast man könnte fast meinen von der stimmung von 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 atmosphäre von cryo 4 kann man fast meinen das ist das spiel vom selben entwickler also jetzt story weiß gameplay natürlich was anderes ne aber so wir müssen jetzt wieder nach hoch ne aber ja von der stimmung her von atmosphäre schon extrem ähnlich ist crazy wie ähnlich das ist und best of game dankeschön für elf monate fast ein jahr danke für die schöne zeit kuss ok ähm ja mach auf ach so ich muss wahrscheinlich hier benutzen ne bei türen benutzt er die items automatisch äh aber ansonsten muss ich immer ins menü gehen so was habe ich gesagt gehabt ich habe gesagt oh chat ich merke was der hinweis war mit scott der hinweis mit scott war dass scott der sekundenzeiger ist das heißt wir haben ja das kann man wirklich ja einfach so durchs raten lösen schuh scott sowas du kannst einfach drehen ist du kriegst einen cue einen sound cue wo es richtig einrastet rätsel auf schwer by the way tutorial rätsel ja es wird noch schwer speicherpunkt boah das rote licht schon allein die menü sounds wie viele horrorspiele diese menü sounds immer nachmachen dass das eine rätsel weiß ich nicht erinnert egal welche schwierigkeit ca tutorial rätsel ne so wir sind jetzt auf der anderen seite ja das andere treppenhaus rein und somit den Schlüssel holen, denke ich. Der da oben liegt. Der guckt da hin. Ach, da ist Munition. So, wie viel Munition? Wie viel Munition habe ich eigentlich? 30 und da sind 10 noch drin. Okay. Ich versuche natürlich, so viel es geht, in Nahkampf klarzukommen, um Munition zu sparen für wirklich schwierige Momente. Für Bosse oder so. Das soll Sex sein, ja. 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 Ey, meine Munition! hey alastor ja hätte ich das damals als kind gespielt hätte ich mich so eingeschissen für mich war dann schlüssel zum hof für mich war damals auch resident evil so krasser horror ne ich habe nächte nächte nicht schlafen können wegen resident evil 2 das hätte mich ja komplett auseinander genommen hat die schnauze trage ich glaube bei mir gibt es nicht in fort night nähe oder chat gibt es gibt es silent hill charaktere in ford night was hatten wir mit hat in dbd für fähigkeiten was ist denn was macht ihn als monster als jäger so besonders finde sie multig russisch ja ist es ja auch okay bei zwei gegnern vielleicht doch die pistole rausholen chat oh 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 ach jamesie oh 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 Wieso ist er so tanky? Schlüssel zur Nottreppe Wo ist der andere, der auf dem Boden rumkriecht? Er kann seinen Schwärzen im Bodenrahmen und eine Welle auslösen und Survivor in Käfige einsperren Ich habe Patronen für die Pistole Ich dachte, er scannt deinen PC Guckt, ob du da irgendwas Schmutziges hast Und zeigt es dir dann, damit du Schuldgefühle bekommst beim Spielen Hey Keros Hat er mich noch getroffen? Und Pump Ben Dankeschön für 16 Monate Vielen, vielen Dank Und was wäre das bei dir, KG? Meine Festplatte ist sauber Steht da was geschrieben? Nein Okay, nice Salute Wie viel Leben habe ich noch? Ich werde immer die ganze Zeit die falsche Taste drücken Okay, mein Leben ist noch stabil Ich glaube, ich ändere was an der Einstellung, Leute Eine Tastenbelegung Damit ich nicht immer hin und her wechsle Kann ich da nicht oben auf die Joypad Einstellung? Ich kann nicht auf die Joypad Einstellung Ja, ich will Karte und Menü wechseln Drapid ist rechts Ah, okay, danke Draghi Das habe ich ja gar nicht gesehen Digga, mein Problem ist Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme Ich habe auch Augen Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme Ist das halt die Mitte, die ganze Zeit Ach so Ich weiß, was du Ja, okay, sorry Draghi Du bist schlau So, Inventar Ich nehme es zurück Ich bin dumm Inventar Will ich Hier hin machen Und Karte Hier hin Genau andersrum Wieso jetzt doch Ja, ich dachte, ich muss oben auf den Menüpunkt Joypad draufklicken Damit ich ins Joypad Menü gehe Aber das war quasi eine Tabelle Die ja nur sagt Die rechten Knöpfe sind Joypad Knöpfe Telefon scheint nicht zu funktionieren Und ich dachte Du willst mir einfach nur sagen Öh, oben rechts steht Joypad So Wolltest du dich über mich lustig machen Jetzt habe ich es trotzdem falsch herumgedrückt Chat Verdammt Jetzt habe ich mich gewöhnt Das Schloss ist wohl kaputt Ich kann es nicht öffnen Wer will aufs Maul Ich bin James Sunderland Und ich habe eine Keule Schaut drauf Nur fliegen Fliegen bleiben Hab ich gesagt Warum habt ihr einmal mindestens pro Stream Ehestreit Das macht mich fertig Das ist kein Ehestreit Weil wir sind nicht verheiratet Ich kann die Tür nicht öffnen Ja, ich auch nicht So Und das ist jetzt Der Hintereingang Hier komme ich jetzt in den Hof Aber ich hätte doch noch einen anderen Schlüssel gefunden, oder? Und nicht nur den Hofschlüssel Mann, jetzt verwechsel ich wieder die Knöpfe Hier, Schlüssel zum Hof Und Schlüssel zur Tür Die vom Flur zur Nottreppe führt Im Flur auf dem dritten Etage gefunden Eine Nottreppe Ich glaube, da gehen wir zuerst hin, oder? Bevor wir rausgehen in den Hof Okay, präsentiert, Heller Werde ich jetzt von hinten angegriffen? Was habe ich für eine Dose bekommen? Oh, Saft in Dosen Sechster Pack Saft in Dosen Im Flur auf der ersten Etage gefunden Ah, ich weiß, wofür wir das brauchen Das müssen wir jetzt in den Müll reinwerfen Liegt da ein Item? Ich hatte ja vorhin gemeint Man musste ja irgendwas im Müll reindrücken Oder so, damit Der Müll komplett runterfällt Weil da ja im Müllschacht was stecken geblieben ist Und ich meine, das waren jetzt diese Dosen hier Geht das auch hier? Oder muss ich? Ich muss das von unten machen Äh, Notschlüssel Wo könnte der Notschlüssel Ich gehe jetzt bei der anderen Treppe Gehen wir mal zu der anderen Treppe Ne, das ist hier falsch Ne, das ist hier falsch Doch, ich kann ja hier dann durch Aber was ist Ich verwechsel die Knöpfe immer wieder, Chad Äh, bin ich diese Treppe mal ganz nach unten gelaufen? Ich glaube, die bin ich nicht ganz nach unten gelaufen, ne? Sie ist abgeschlossen Okay, hier ist nichts Okay, was ist denn mit der Musik los? Hallo? Was ist hier los? Okay Hilfe? I guess Oh mein Gott Die Blutlache Ich habe mich erschreckt Satino Tür So, und dann hier Da werfen wir jetzt die Dosen rein Bonk Er konnte das nicht mit der Hand So runterdrücken, Chad Er konnte das nicht mit dem Mit dem Mit seinem Stab runterdrücken Das geht nur so, okay? Anders geht das nicht Hinterfrag das nicht, okay? Ah, hier ist die Schlüssel Äh, der Schlüssel für den Hof Okay Ich dachte auf der anderen Seite Dann hätte ich doch vielleicht die andere Tür nochmal abchecken sollen So Okay, hier ist jetzt eine Münze runtergefallen Und irgendein Heft Oder Zeitung Der Müllsack ist zerrissen Und der Inhalt überall verstreut Ich habe eine Münze Alter Mann Was ist das? Ah, ein Klatschmagazin Die Polizei gab heute bekannt Dass Walter Sullivan Der am 18. dieses Monats Für den brutalen Mord an Billy Lucane Und seiner Schwester Miriam Verhaftet worden war Am Morgen des 22. in seiner Gefängniszelle Selbstmord beging Okay Ich weiß nicht, ob die Zahlen wichtig sind Das heißt eine 18, eine 22 Laut Polizeibericht Stach sich Sullivan mit einem Suppenlöffel In den Hals Und durchtrennte dabei die Halsschlagader Boah Als der Wärter ihn fand Was Sullivan bereits an Blutverlust gestorben Der Löffel steckte 5 cm tief Holy Shit Wie hat er den Löffel 5 cm in seinen Hals reinbekommen? Ein alter Schulfreund von Walter Sullivan Aus dessen Heimatstadt Pleasant River sagte Er sah nicht wie einer aus Der Kinder umbringen würde Aber ich erinnere mich Dass er kurz vor seiner Verhaftung Alle möglichen seltsamen Sachen sagte Wie zum Beispiel Er versucht mich zu töten Er versucht mich zu bestrafen Das Monster Der rote Teufel Vergib mir Ich hab's getan Aber ich war's nicht Der Schulfreund fügte dann hinzu Wenn ich jetzt so drüber nachdenke War er wohl ein bisschen durchgedreht Okay Und wir haben Schlüssel bekommen Genau Das war eine der Connection In Silent Hill 4 Dass dort Dieser Name Vorkam öfters Das war so eine der Connections Sieht wie ein alter Mann aus Okay Scheint wohl wahrscheinlich Für später irgendwas sein Große Münze Die das Gesicht eines alten Menschen zeigt Ich fand sie am Ende des Abfallschachs Okay So Die andere Tür Bei der ich gerade wahrscheinlich war Bei der großen Tür Die ist wahrscheinlich die hier gewesen Hier hinten Die nicht aufgeht Ne Ja Das ist wahrscheinlich die andere Tür gewesen Mit einem Suppenlöffel ist schon hart Dass die Überhaupt im Gefängnis So Metalldingens bekommen Ich dachte die kriegen da so eher Plastikzeug Die können sich doch mit einer Gabel oder mit einer Löffel Können die doch Richtigen Schaden anfügen Das sind ja So Edelstahllöffel oder so Damit kannst du ja auch Jemandem wehtun Keep off the grass Keep off the grass Okay Ah Ich wollte mich kurz umschauen Da ist im Pool jemand Ein Kinderwagen Oh man kann runterfallen Da sind drei Gegner Er macht einen Doppelspuker Ich dachte Er hat einen Cooldown Bleib liegen Liegen bleiben Einfach ein Spuker Tritt drauf So Liegen bleiben Du bleibst jetzt auch liegen Komm her Komm verdammt nochmal her James Er steht nochmal auf James Ich hab ne Münze Schlange Okay Noch ne Münze haben wir bekommen Jetzt mit Schlangensymbol Große Münze Die eine Schlange zeigt Ich fand sie im leeren Schwimmbad Okay Scheinen wohl irgendwie später Ein Rätsel zu haben Wir wahrscheinlich alle Münzen brauchen So Hier liegt nichts Irgendwie ne Wieso ist eigentlich meine Taschenlampe aus Geht die mal von alleine an und aus Okay Ich glaub die geht von alleine an und aus Die Gang Ja Ich wusste nicht Dass ich da runterfallen kann Ich dachte Das ist halt so typisch Videospiel mäßig Eine unsichtbare Wand Und dann Fall ich da einfach Den scheiß Pool runter Die Origin vom Spoonkiller Junge Der scheiß Spoonkiller Sag doch jetzt So Wo ist der andere Komm her James tritt drauf James James Ah Ah Das ist ein dummer Vieh Jetzt Er hat mich verletzt Er hat mich verletzt Verletzt Bleib liegen Liegen bleiben Liegen bleiben Liegen bleiben Ich bin fast tot Okay Okay nice Hey Lily Hey Lily Oh Oh Man trifft ihn im Haus Ich dachte das kommt erst später Genieß die Geräusche Da liegt eine Leiche Im Kühlschrank Was zum Wer hätte sowas tun können Das blubbert aber auch so schön Mach das blubber nochmal Da Es blubbert so schön Klingt schleimig Die Arschritze Ich dachte der kommt erst später Junge Er sieht einfach Ingame besser aus Als in der Cutscene Die gleiche im Kühlschrank Die gleiche im Kühlschrank Oder was Ich versuche Er war so wie das Als ich hierher kam Mein Name ist James James Sunderland Ich bin Eddie Eddie Wer ist der tot Mann In der Kutche Ich versuche Ich versuche Ich habe niemanden Ich versuche Ich versuche Was ist der Pyrameide Pyrameide Ich weiß was du Ich bin ehrlich Aber ich habe einen Schweren Ich Ich mich Ich um hier Ich 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 Es ist auch nicht zu sicher. Was ist hier eigentlich passiert? Ich habe dir gesagt, ich weiß nicht. Ich bin nicht von dieser Stadt. Ich habe nur... Du auch, oder? Was hat dich hier einfach gebracht? Irgendwie habe ich jetzt auch Bock zu kotzen. Ja, du kannst das sagen. Na, was auch immer. Ich denke, du besser rauskriegen. Ja, du bist richtig. Was ist mit dir? Ich werde hier, bis ich hier fertig bin. Eddie, sei vorsichtig. Boah, ist das ekelhaft. Du bist auch vorsichtig. Ich muss sagen, das Kotzen ist schon sehr authentisch, oder? Das klingt schon sehr authentisch. Junge, ist das widerlich. Wir haben so ein bisschen... ...ein bisschen flauen Magen jetzt davon bekommen. Und ich finde eigentlich nie was ekelhaft. Aber das war irgendwie... Ich habe mich irgendwie... Ich muss aber auch sagen, ich habe mich irgendwie viel zu sehr darauf fokussiert, auf die Geräusche. Ich komme echt in einem tollen Moment in den Stream. Das hat dir gefallen, also. Nee. Ich habe jetzt auch so ein bisschen flauen Magen irgendwie. Ich habe irgendwie Bock jetzt selber. Boah, Kotzen ist eines der schlimmsten Dinge, ne? Eigentlich gleichzeitig ist es natürlich auch eine richtig nice Sache eigentlich, dass unser Körper das machen kann und macht. Aber gleichzeitig ist es auch eine so ekelhafte, anstrengende Sache, ne? Es ist leer. Besser als Durchfall, finde ich. Boah, nee. Also bei mir ist es immer, wenn ich kotzen muss, wenn ich irgendwie krank bin oder irgendwie meinen Magen vergiftet habe mit Alkohol oder so, dann ist bei mir Kotzen immer richtig, richtig schlimm. Bei mir platzen dann auch im Gesicht so... Wie nennt man das? Also ich habe dann überall so rote Flecken im Gesicht, weil... Oh, ist jetzt offen. Weil dann irgendwie alles in meinem Gesicht durch die Anstrengung platzt und... Keine Ahnung, ist immer richtig schrecklich. Okay, das ist der einzige Weg. Ja, nicht Adern. Ich habe ja dann nicht irgendwie so lange... Posi Chris, Junge! Dankeschön für fünf Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, du Legende. Vielen, vielen Dank. Die geile Bombe, Mann. Vielen, vielen Dank. Es sind ja nicht irgendwie Adern, sondern nur so ganz viele rote Punkte. So als würde aus den Poren irgendwie so Blut rauskommen wollen. Und dann habe ich überall so ganz viele rote Punkte, als hätte ich so... Keine Ahnung. Eine schlimme Krankheit oder so. Kapillaren. Kein Plan, aber weißt, was du meinst. Bei mir ist es dann immer richtig, richtig schlimm. Ich sehe dann so, so crazy aus, ey. Ähm... Hier, wir suchen noch das hier, ne? Fire Escape. Weil jetzt bin ich eine Runde gelaufen. Und Jog an! Dankeschön für 15 Monate. Äh, Moment. Ich bin noch eine Runde. Ja, doch, doch. Ich bin noch eine Runde gelaufen. Hm, was ist... Was könnte denn die Feuertreppe sein? Wieso ist das hier da unten noch markiert? Ich habe doch da schon die Dosen reingepackt. Ah! Ich glaube, da ist die Feuertreppe. Da ist die Feuertreppe. Kotzen ist vorbei, ja. Zero Escape, genau. Apropos Zero Escape. Habt ihr den neuen Trailer gesehen? Von dem neuen Danganronpa-Spiel, was vor irgendwie zwei Tagen kam, der Trailer? Das sieht einfach so aus, als... Hätte da... Äh, Uchi Koshi, also der Zero Escape Mann, sehr, sehr viel daran gearbeitet. Weil das sieht nach einem Spiel aus mit... sehr vielen Timelines. Wo es superviele Timelines gibt, die falsch sind. Und dort sterben Charaktere und so. Weil die arbeiten ja mittlerweile zusammen. Also der Zero Escape Boy und der Danganronpa-Boy. Die sind ja zusammen mittlerweile in einem Studio. Und machen Zusammenspiele. Und das sieht so aus, als... Wären da wirklich die beiden Sachen so... zusammengekommen, endlich. Die geilsten Sachen aus Danganronpa und die geilsten Sachen aus... Zero Escape. Was auch mies ist, wenn man kotzt und nur noch am Würgen ist, aber nichts mehr kommt. Ja, ja, das kenn ich auch. Wenn halt nichts mehr in deinem Magen ist. Ja, das Gameplay ist komplett anders. Das ist ganz weird. Auf der anderen Seite der Tür gibt es keine Nottreppe. Aber ob sie beim Bau des Nachbargebäudes abgerissen wurde? Ich glaube, ich kann in das Gebäude nebenan gelangen, wenn ich durch das Fenster vor mir steige. Das wird, glaube ich, Gameplay-mäßig irgendwie so Tower Defense. Shit. Okay, so, wir sind jetzt wieder in einem anderen Haus. Habe ich hier jetzt eine Karte? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay, ich muss jetzt eine neue Karte finden. Wir sind jetzt im Nachbarhaus. Sieht so aus, als würde er etwas in der Toilette festsitzen. Ja, Rainer! Junge, er macht es wieder mit der Hand. Du hast einen Stock! Zum dritten Mal! Hättest du jetzt den Stock benutzen können. Sorry, Poppy. Sieht aus wie eine Brieftasche. Da ist irgendein Zettel drin. Okay, scheint ein Hinweis zu sein für ein Rätsel. Jetzt ergibt es noch keinen Sinn, aber wahrscheinlich wird es gleich noch Sinn ergeben. Ich dachte, wenn wir jetzt das Gebäude wechseln, dann kommt gleich der typische Silent Hill Shit. Ach, hier ist es schon. Äh, Notizen. Also, 6 nach rechts, 11 nach links, 12 nach rechts. Okay, ich check's nicht. Ich klicke mal das Ding da an. Okay, vielleicht hat das mit dem, mit dem Safe nichts zu tun. Vielleicht sind das einfach zwei verschiedene Sachen, die miteinander absolut nichts zu tun haben. Das ist nur Zufall, dass sie beide genau hier sind. Ne, jetzt, wenn ich die Notiz anklicke, kommt auch der Save. Okay, was könnte das bedeuten, Chad? Wieso ist das ein Mix aus römischen Zahlen und normalen Zahlen? Soll ich die zusammen addieren? Soll ich die zusammen addieren? Also, dass jetzt X und 1 eine 11 ergibt? Dass VV 2 5 plus 5 plus 2 ist und X7 eine 17 ist? Aber auch wenn. Ich hab ja nur 3 Zahl, äh, nur 3 Richtungsvorgaben. Oder es heißt, ich muss bei der 6 starten. Von der 6 nach rechts gehen zu der 11. Von der 11 links rum gehen zu der 12. Und von der 12 Uhr nach rechts gehen Richtung 17. Normalerweise gibt es VV nicht, weil es ja dann eine X ist. Ja, aber es gibt auch nicht X1 oder X7. Eine X7 wäre ja dann auch XV und zwei Striche. Ne? Ähm, ja, I guess. Ich probier das mal, ne? Ich starte von der 6, gehe zur rechts rum, zur 11. Dann gehe ich links rum, zur 12. Und dann gehe ich wieder rechts rum, zur 17. 6, 11, 12, 17. 6, 11, 12, 17. Rechts, links, rechts. Ich starte bei der 6. 6, nach rechts bis zur 11. Dann nach links bis zur 12. Und dann nach rechts bis zur 17. Okay, ja, es war wirklich so simpel. Patronen. Okay, das waren nur Patronen. Ich habe Patronen für die Pistole. Okay, da waren sehr viele Patronen. Nice. Okay, war nur Bonus. Herrniveau. Gegner töten! Keule! Ah! Ah! Schön wucht es. Und jetzt drauf treten, du miese Ratte. Bleib liegen. Oh, hier Wassereffekte. Oh, der sieht schön aus. Raytracing, Alter. Damals schon auf der PS2 gewesen. Und das ohne DLSS-Chat. Crazy, oder? Schloss ist wohl kaputt. Hier kann ich rein. Er ist ein Treppenhaus. Checken wir später ab. Müssen wir erstmal alle Türen hier abchecken. Abgeschlossen. Lieber Tim, ich muss etwas erledigen. Deshalb gehe ich aus. Ich habe den Hausschlüssel bei Onkel David hinterlegt. Du weißt ja, wo er wohnt, oder? Nö. Der Schlüssel ist im Zimmer neben der Treppe im ersten Stock. Erster Stock. Erster Stock. Erster O.G. oder Erdgeschoss? Hey Jules! Gehen bleiben, Ratte! Geil. Abgeschlossen. Okay. Ja, der Gessel geht in die Treppe. Hey, die Wufu. Okay. Okay. Was war das? Dankeschön für 19 Monate. I guess wir gehen ins Treppenhaus. Nach unten. Zum Onkel. Hier gibt es auch noch eine Tür. Kann die Tür nicht öffnen. Okay. Und hier jetzt neben... Schon wieder dieses Geräusch. Heilung. Ah! Ah! Insekten! Das sind die Geräusche! So, das Treppenhaus. Und neben der Treppe. Das hier? Onkel? Onkel, bist du zu Hause? Ich will das speichern jedes Mal. Onkel! Mama hat gesagt, du hast den Schlüssel hier. Ist nichts, was sich aussieht, als könnte es nützlich sein. Nicht so der belesene Typ. Oh! Da ist die Kommode für die Münzen-Chat. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch ist etwas geschrieben. Zu vorderst der Sitz dessen, der... Was? Zu vorderst der Sitz dessen. Der ist einzig. Still und leer, ohne Furcht und Herz. Neben ihm sitzt einer, der weiß, der platzt. Ja, das ist egal. Dafür brauchen wir erstmal alle Münzen. Auf dem Tisch gibt es eine Reihe von fünf Runden-Vertiefungen mit einem Durchmesser von zwei bis drei Zentimeter. Ja, da kommen wir später. Wir müssen erstmal alle Münzen finden. Ich habe zwei. Moin! Moin, Meister! Was hältst du von meiner Keule? Genau das. Finde ich auch. Hast du recht. War eine gute Bewertung. Das Speichern ist doch mega sexy. Jaaa. Tut ein bisschen weh manchmal. Vor allem, weil ich es jedes Mal vergesse. Ein Teddybär. Ein Plüschtier gehört wohl dem Kind, das hier früher lebte. Hey, Momo Neiter. Oh, sie kennen wir. Vom Friedhof. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Oh, es ist du. Lisa? Ja, ich bin James. Angela. Angela. Okay. Ich weiß nicht, was du planst. Aber es gibt immer noch einen anderen Weg. Pack das Messer weg, Angela. Really. But, you're the same as me. It's easier just to run. Besides, it's what we deserve. No. I'm not like you. Are you afraid? I... I'm sorry. It's okay. Okay. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Well, I just figured, cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. The wife is this. I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. At least, I don't think so. I've got to find my mama. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I can't do it, I'm not sure what I might do. No! No! I'm sorry. I... I feel bad. Please... Don't! I feel bad. There is a lot of dialogue. What was that? This lady is so through. Hübsches Messer. So, wir haben eine neue Münze. Ein Foto. Das ist von ihr. Ein zerrissenes Foto von der Familie. HHQ. Dankeschön für zwei Monate. Ja, das Theme ist echt nice. Hat ein bisschen was von Professor Layton. Ich meine mal gelesen zu haben, Chat, dass also es sieht natürlich aus wie ein Spiegel und natürlich ist es auch ein Spiegel, ne? Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass das eigentlich gar kein Spiegel ist. Sondern die haben zweimal denselben Raum gemacht. Mit zweimal denselben Model. Nur auf der anderen Seite ist man mit einer umgekehrten Steuerung unterwegs. Weil ich glaube, das war noch eine Zeit, wo Spiegel in Videospielen noch nicht so ein Ding war. Und dann haben die das einfach zweimal denselben Raum, zweimal denselben Charakter gemacht. Auf dem Boden liegen Magazine herum. Hier gibt es nichts Ungewöhnliches. Bei Mario 64 war das auch so. Nee, ich verwechse, ich habe keine Ahnung von Mario 64. Patronen. Kann ich das Messer jetzt benutzen als Waffe? Nice, oder? Das Messer von Angela. Ich habe nicht vor, es als Waffe zu benutzen. Schade. Okay, ist wohl ein Key-Item. Ja, gut möglich, dass wir früher das mehrere Spiele gemacht haben. Wie gesagt, ist wahrscheinlich auch alles aus einer Zeit, wo halt noch nicht die Technologie mit Spiegeln in Spielen erfunden wurde. sodass es halt dann einfacher war, einfach zweimal denselben Raum zu machen. Nur gespiegelt. Na. Hups! 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 So, aber wofür könnte ich das Messer gebrauchen? Die Klinge ist ja etwas rot im Besudelt. Ich habe jetzt drei Münzen. Mir fehlen noch zwei Münzen. Was könnte ich mit dem Messer machen? Hat mir schon irgendwas gab, wo ich nicht weitergekommen bin? Ich habe immer noch gar keine Karte für hier, ne? Stimmt. Kann die Tür nicht öffnen. Los. Früher generell so eine Sache in Spielen mit den Spiegeln. Das hat einfach weniger Rechenleistung verbraucht, als das wirklich irgendwie zu spiegeln. Das ist wahrscheinlich so. Das Spiegelbild ist auch viel zu gut eigentlich. Selbst bei aktuellen Games sehen richtige Spiegelbilder oft richtig schlecht aus. True. Äh, das ist die Enhanced Edition, ja. Enhanced. 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 Käfer. Ähm. Ja, hier war der Shit. Ich denke mal, hier wird dann der Schlüssel sein für das obere Zimmer. Spiegel. Enhanced. Oh, ich laufe wieder in die falsche Richtung. Nein, wir sollen sich Firestarter hören. Das war doch die falsche Richtung, oder? Ich hätte gerne eine Karte. Wir gehen ins Treppenhaus. Ich liebe Karten. Ja, das scheint generell der Eingang des Gebäudes zu sein, weil hier sind wieder Briefkästen. Bei dem anderen Gebäude war bei den Briefkästen auch direkt die Karte. Hier ist leider keine Karte. Oh, ist das die Karte? Die liegt einfach auf dem Boden. Lelski, Lelski. Wird das jetzt alles nachträglich markiert? Nice. Okay. Äh. 209. Da brauchen wir den Schlüssel vom Onkel. Von 203 komme ich. 201 habe ich gar nicht abgecheckt. Was ist denn bei 201? Du bist toll. Nee, du. Spiegel. Und wenn ich Spiegel sage, dann sage ich, dass wir beide dieselbe Person sind, im selben Raum, nur auf der anderen Seite und unsere Steuerung ist invertiert. Ja? Wo ist 201? Hä? Ist hier zugemauert? Ach, hier. Die hier ist das. Okay. Spiegel. Genau. Ja, lass mal ganz nach oben gehen. Ganz nach oben geht nicht. Okay, irgendwas muss ich mit dem Messer machen. Was mache ich mit dem Messer? Putz. 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 Yo, ciao Schlugger. Was mache ich mit dem Messer? Was mache ich mit dem Messer? Wofür ist so ein Messer gut? Und du kannst Dinge schneiden. Du kannst Dinge schneiden. Du kannst Dinge aufschneiden. Du kannst Dinge aufstechen, abstechen, hineinstechen. Ich könnte so coole Messer. Ich könnte so coole Messer-Tricks machen. Wo bekomme ich mit dem Messer gut. Wo bekomme ich die Version von Silent Hill? Äh, musst du aber googeln nach, äh, Enhanced Edition. Oder muss ich nochmal zurück in das andere Gebäude gehen? Aber was soll ich im anderen Gebäude? Gab es da irgendwas, wo ich hätte noch ein Messer benutzen können? Oder, Chad? Äh, das Gerät mit den Münzen muss ich mit drei Münzen öffnen. Vielleicht, auch wenn da fünf Löcher sind, muss ich vielleicht nur drei Münzen reinstecken. Ich geh mal ins Zimmer zu dem Münz-Ding. Zuvor ist der Sitz dessen, der ist einzig still und leer. Ah, guck mal. Da, der erste ist leer. Wie, du gehst jetzt schon. Aber okay, gute Nacht. Ciao, ciao. Ohne Furcht und Herz. Neben ihm sitzt einer, der weiß, der Platz des Dieners ist neben dem Thron voll Schmerz. Der Platz des Dieners ist neben dem Thron voll Schmerz. Okay. Dutzend Füße, doch kein einziger Zeh, das ist die Schlange. Der eine, der verborgen ist, neben ihm. Erge, Kreatur des Hades, Verführer der Träume, weiter von Mann und näher bei der Frau. Mann und Frau, alles schauen und schufen, unbekümmert um das Rabenrufen. Still und verborgen, die zwei sind, nicht für dich zu schauen, mein Kind. Bring sie dorthin, wo sie wollen sein, und der Segen, er sei dein. Mit dem Polarstern hinter mir spreche ich der Sonne, Geburt ist der Anfang der Geschichte. Nee, ich glaube, ich brauche da alle. Ich glaube, ich brauche da alle. In welches Loch wirst du die Münze legen? Ach, scheiße. Ich checke mal gleich nochmal die Karte ab, ob mir was fehlt. Aber das klingt, als würde es da noch irgendeine Sonnenkarte und eine Mondkarte geben oder so. So, lass mal nochmal die Karte abchecken. Hier ist alles zu. Hier ist auch alles zu. Kann ich die Etagen wechseln? Ah, hier. Das ist das andere Gebäude. Da war alles zu. Die Tür da unten ist auch zu. Kann ich irgendwie umblättern? Die 209 ist zu, weil da brauchen wir ja den Schlüssel für den Schlüssel aus dem Raum, wo ich gerade bin. Durch das Treppenhaus ganz nach oben komme ich nicht. Da ist halt immer noch dieser eine Raum mit so einem Kreis markiert. Das verwirrt mich die ganze Zeit. Das war der Raum, wo ich die Saftdosen reingeborfen habe. Wieso ist der noch immer noch markiert? Als wäre da vielleicht noch was Wichtiges. Hey, Flywer, was geht ab? Brauchst du einen Tipp? Okay, schieß los. Nein, wir suchen keine Pisseier. Wieso brauchen wir Pisseier? Die Uhr ist ja auch noch auf der Karte zu sehen. Das wird einfach nicht entfernt. Okay. Du kannst das Rätsel jetzt schon lösen. Okay, also brauche ich doch nur drei Münzen. Okay. Dann ist der erste Platz frei. Also ich würde sagen, der erste Platz ist frei. Danach kommt die Frau. Nee, warte. Der erste Platz ist frei. Auf den zweiten Platz kommt die Schlange. Kannst du vorwarten, wenn du ins Menü gehst? Ich erschrecke mich jedes Mal. Opfer. Auf den zweiten Platz kommt die Schlange. Und dann hieß es ja, der Mann ist näher, der Mann ist weiter weg als die Frau. Also würde ich sagen, wir machen hier die Frau. Und hier den Mann. Nein. Okay, lass mal kurz nochmal alle einsammeln, dann kann ich nochmal den Text lesen. Okay. Zu vorderst der Sitz dessen, der ist einzig still und leer. Ohne Furcht und Herz neben ihm sitzt einer, der weiß, der Platz des Dieners ist neben dem Thron. Okay, also der erste Platz ist definitiv leer. Ohne Furcht und Herz neben ihm sitzt einer, der weiß, der Platz des Dieners ist neben dem Thron voll Schmerz. Ich verstehe nicht mal den Satz. Dutzende Füße, doch kein einziger Zeh. Der eine, der verborgen ist neben ihm, er gehe. Mit Dutzende Füße, doch kein einziger Zeh, damit ist die Schlange gemeint. Der eine, der verborgen ist, neben ihm, er gehe. Also neben der Schlange ist auch ein allgessen freier Platz. Kreatur des Hades, Verführer der Träume, weiter vom Mann und näher bei der Frau. Mann und Frau, alles schauen und schufen, unbekümmert um des Raben rufen. Still und verborgen, die zwei sind nicht für dich zu schauen, mein Kind. Bring sie dorthin, wo sie wollen sein, und der Segen, er sei dein. Mit dem Polarstern hinter mir, spreche ich, warte, wir gucken uns mal die Münzen an. Große Münze, die das Gesicht eines alten Mannes zeigt. Sieht aus wie ein alter Mann. Große Münze, die ein Häftling zeigt. Ich fand sie im Westen, das soll ein Häftling sein? Dieser Häftling sieht aus wie eine Frau. Ich dachte, es ist einfach nur eine Frau mit verbunden, okay, aber es ist ein Häftling. Große Münze, die eine Schlange zeigt. Ja. Wieso hat eine Schlange Dutzend Füße? Naja, weil sie sich ja bewegen kann, trotzdem wie, als hätte sie Füße, I guess. Danke. Der Kreatur des Hades ist doch eine Schlange. Wieso ist die Kreatur des Hades eine Schlange? Ist nicht die Kreatur des Hades Zerberus? Zu vorderst sitzt, der sitzt, dessen, der ist einzig. Zu vorderst, der sitzt, dessen, der ist einzig. Still und leer, ohne Furcht und Herz. Neben ihm sitzt einer, der weiß. Der Platz des Dieners ist neben dem Thron voll Schmerz. Also wir wissen auf jeden Fall, dass in der zweiten. Wir wissen, also ich meine, durch diesen Text kann man doch jetzt rauslesen. Der erste Slot ist frei, der zweite ist besetzt. Oder? Egal welche Münze, aber an sich von dem Satz aus können wir doch ausgehen. Ganz vorne ist leer und danach ist besetzt. So. Und dann kommt das hier irgendwie ganz random. Dutzende Füße, doch kein einziger Zeh. Der eine, der verborgen ist neben ihm, er geht. Kreatur des Hades, Verführer der Träume. Vielleicht ist der ganze Text einfach nur die Schlange beschrieben. Also Dutzende Füße, doch kein einziger Zeh ist Schlange. Kreatur des Hades, Schlange. Verführer der Träume, Schlange. So. Dutzende Füße, doch kein einziger Zeh. Der eine, der verborgen ist. Neben ihm, er geht. Also wir wissen auf jeden Fall, der erste ist frei. Dann kommt eine Münze. Moment, es sind ja eins, zwei. Okay, Chad, ich glaube, ich habe es. Pass auf. Pass auf, ich glaube, ich habe es. Dadurch, dass ja, Mann. Dadurch, dass ja die Schlange nicht, dadurch, dass ja die Schlange näher an der Frau ist als am Mann und die Frau ja auf jeden Fall, äh die Frau, und auf jeden Fall die zweite Münze ja besetzt ist. Dann würde ich sagen, zweite ist die Frau. Dann wird ja gesagt, neben der Schlange ist auch ein Platz frei. Dann würde ich die Schlange hier hinsetzen. Neben der Schlange ist ein Platz frei. Und hier der Mann. Und dann ist die Schlange näher an der Frau als an der Mann. Oder damit ist gemeint, hier kommt der Mann. Neben der Schlange ist er ein Platz frei. Das ist der freie Platz neben der Schlange. Hier kommt die Schlange. Und hier kommt die Frau. Also das wären jetzt meine zwei Optionen. Oh, ich bin so dumm. Ist die Schlange wirklich zwischen Mann und Frau? Also du meinst, dass die mit dem freien Platz neben der Schlange gemeint ist, dass der erste Platz frei ist. Hier kommt die Schlange. Ne, ich probiere es mal so, wie ich es gesagt habe. Das, was mein Guess ist. Ich probiere meine zwei Guesses ab und dann denke ich nochmal neue nach. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Oh, ich drücke immer falsch. So, dann. Das andere, was ich dachte, ist, dass an der zweiten Stelle der Mann kommt. Die Frau dann ganz hinten kommt. Und die Schlange halt neben der Frau. Okay. Ja, okay. Ich habe den Schlüssel zum Haus. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob irgendwie das mit dem, dass an der zweiten Stelle derjenige Bescheid weiß, was für ein Schmerz derjenige, der neben dem Thron sitzt, ob das ein Hinweis ist auf den Mann oder so. Keine Ahnung. Wir sind immer noch recht am Anfang im Spiel. Wir sind immer noch erstes Gebiet. Das mit dem Dutzend Füßen ist halt irreführend. Das treibt auch gar nicht zu, denn Schlange ist Kreatur des Hades. Und auch ein Wesen mit Dutzend Füßen, die keine Zehen haben. Das ist ja direkt ein Widerspruch. Die hat Füße, aber die hat keine Füße. So habe ich das verstanden. Das passt auch zur Schlange. Der ganze zweite Satz war komplett auf die Schlange bezogen. Mit Kreatur des Hades. Hier das mit den Träumen und das mit den Dingens. Damit wird einfach nur gemeint, das ist ein Wesen, was quasi etwas hat wie Füße, mit denen es sich bewegt, aber eigentlich gar keine Füße hat, weil es keine Zehen hat. So verstehe ich das. Hier sieht nichts aus, als könnte es nützlich sein. Die nehme ich hier rein. Poppy, aufpassen! Rotes Licht kommt. Hier ist ein Gemälde zu sehen. Es gibt nichts wirklich... Nein, nein, das da. Ich habe einen Schlüssel zur Apartment-Treppe. Ich hoffe, du hast trotzdem hingeguckt. Aber Dutzend Füße beschreibt ja Platz 3 und da ist nichts. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall gelöst. Ich glaube, gleich kommt irgendwas, wo man sterben kann. Ah, doch nicht. Okay. Aber ich kann mich erinnern, dass dieser Speicherpunkt... Ich hier irgendwie viel backtracken musste, weil ich irgendwie gestorben bin und dann musste ich von hier aus voll weit nochmal alles nachholen. Irgendwie habe ich da so ein traumatisches Erlebnis in meinem Kopf. Traumato, Traumato, Traumato. So, wir haben jetzt Schlüssel für die Tür, die vom westlichen Apartment-Flur zur Treppe führt. Das ist hier. Ey, wie der immer steht wieder, ne? Bleib liegen, habe ich gesagt. Ein für allemal. Auf den Boden mit dir. So. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Ja, tatsächlich. Boss-Kampf-Chat. Was hat er gerade mit der Puppe eigentlich gemacht? Hat er ihren Arsch gegessen? Ich weiß schon, wie der Kampf funktioniert. Ich kann mich erinnern. Das wusste ich damals nicht. Ich habe ihn versucht zu besiegen, aber man kann ihn nicht besiegen, Chat. Man muss nur weglaufen und warten. Ich kann mich noch erinnern. Ja, ja, das im Remake musst du ihn parieren. Im Remake musst du ihn zehnmal parieren. Dann gibt er auf. Und das war auf der PS2 echt anstrengend, das zu machen. Weil du hattest die Tank-Steuerung gehabt. Hier in der Enhanced Edition kann ich hier die Tank-Steuerung ausmachen. Bunk. Backstab. Ich hatte ihn damals auf der PS2 die ganze Zeit versucht, mich zu besiegen. Habe meine ganze Munition reingeballert und er ist nicht gestorben. Also mittlerweile zweifle ich gerade, ob ich doch vielleicht den bekämpfen muss. nehmt ihr den Helm ab, wenn du mit mir redest. nicht größer. Aber wenn du da bist, ja ich bin sicher dass ich warten muss ich wusste was ihr seht ich muss warten die sirene kommt er geht ich Okay, das ist der erste Moment, wo man feststellt, er ist unbesiegbar. Oh, wir sind draußen. Midi-Pack. Serio, was geht ab, Mann? Dankeschön. Für 47 Monate, du Legende. Dankeschön. Okay, Chat, vielleicht habe ich das doch falsche Erinnerung gehabt. Ich dachte, in jedem Gebiet werden wir so einen Moment haben, wo alles sich in diese typische Anderswelt wandelt. Aber ich glaube, wir sind jetzt fertig mit dem Gebiet und wir hatten keine Anderswelt-Shit gehabt. Ich dachte, das war hier so. Dann wohl doch nicht. Da ist das dumme Kind. Das war Exelts von mir drei, okay. Du? Es war du, nicht wahr? Du bist der Mann, der auf meine Hand war. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das. Was ist eine kleine Mädchen wie du hier hier, eigentlich? Huh? Du bist blind oder was? Was ist das Buch? Nichts von deinem Wissen. Du bist nicht liebte Mary, eigentlich. Wait! Wie wissen Sie die Name der Mary? Will ja nichts sagen, finde, aber die Mechanik mit dem Warten recht schlecht. Weil wer wartet so lange? Ja, deshalb, für Leute wie dich gibt es halt bald das Remake. Da musst du ihn dann zehnmal parieren, mit einem Katana seinen Kopf aufschlagen und ein Quicktime-Event machen. Und dann hast du es geschafft. Ein ganz normaler Wand. Das Graffiti sieht aus, wie von einem Kind geschrieben. Geschrieben. Und dann wird James die ganze Zeit so was sagen, wie Woher weißt du das? Weil ich Videospiele kenne. Okay, hier geht es, glaube ich, weiter. Ich will mal kurz hier schauen, was hier oben ist. Oh, Patronen, nice. Rosewater Park. Das ist also der Park. Mary, bist du hier? Das war deren Special Place. Wo sie sich mit ihm verabredet hatte. Mary! Mary, ich bin da! Mary, ich liebe dich! Wo bist du, Mary? Oh, ich laufe zurück. Mary, ich habe mich verlaufen. Ich komme, Mary! 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 Da geht es nicht rein. Mary! 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 Linking! Danke schön! Für zwei Jahre mittlerweile. Danke schön! Ich will wieder anfangen! Ich will wieder anfangen! Verdammt! Ich gehe geradeaus durch. Da war ein Gesundheit-Trink neben dem Pavillon. Oh, tatsächlich. Danke! Da ist noch einer. Kann ich da durchschauen? No fishing! Mary? Nein, du bist nicht. Ich sehe dich wie deine Freundin. Nein, meine late wife. Ich kann nicht glauben. Du kannst sie sein, sie. Du hast, dein Gesicht, dein Haar und dein Haar sind unterschiedlich. Mein Name ist Maria. Ich bin Maria. Ich sehe nicht wie ein, äh, ein Gehirn, oder? Siehst du, wie warm ich bin? Du bist wirklich nicht Mary. Ich sagte dir, ich bin Maria. Entschuldigung, ich bin... verwirrt. Wo gehst du? Ich schaue für Mary. Hast du sie gesehen? Hast du nicht gesagt, dass sie stirbt? Oh ja, drei Jahre vorhin. Aber ich habe eine Anrufe. Sie sagte, sie war in unserem speziellen Ort. Und das ist hier? Auf jeden Fall, ich habe sie gesehen. Ist das hier nur ein spezielles Ort? Ja. Also, da ist der Hotel, ich glaube. Der auf dem Meer? Ich weiß, ob es noch da ist. Der Hotel der Lakeview? Ja, es ist noch da. Also, der Hotel war dein speziell Ort, oder? Ich glaube, es war. Das ist hier. Du bist so dumm. Ich war nur so dumm. Ich war nur so dumm. Anyway, es ist nicht so, wie. Es ist so, wie. Dumbuds. Du bist mit mir gekommen? Du bist mit mir? Du bist mit mir? Nein, aber... Mit all diesen Monsteren herum? Nein, ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Und alle anderen ist weg. Ich sehe... ... wie... Mary, nicht? Du liebst sie, nicht? Du liebst sie, oder? Oder vielleicht... Du liebst sie. Du liebst sie, oder? Du liebst sie, oder? Ja, okay. Warum ist das so flirty? Wieso ist sie so flirty? Warum nicht? Er ist ein gutaussehender Mann, sie ist eine gutaussehende Frau. Also, Abfahrt! Rein da! Kann ich sie niederknüppeln? Hast nochmal Glück gehabt. Hab nur Scherz gemacht. So. Ja, ab geht's ins Hotel, ne? Da ist das... Der nächste womögliche Special Place. Oh, Karte? Karte hab ich ja. Aber wie... Wie... Weird das für sie sein muss. Imagine... Imagine... Du stehst da so am... Irgendwo random rum. Auf einmal kommt so ein Typ an und sagt so... Haben sie meine Frau gesehen? Ne, warte. Er kommt an und sagt... Yo! Das hier ist der Ort, wo ich früher mit meiner Frau war. Aber sie ist gestorben. Oh nein. Das tut mir echt leid. Wissen sie, wo meine Frau ist? Aber du hast doch gesagt, sie ist gestorben. Ja, stimmt. Sie ist gestorben. Vor drei Jahren. Aber sie hat mir einen Brief geschrieben. Wissen sie, wo meine Frau ist? Ich würde... Ich würde... Ich würde, glaube ich, an ihrer Stelle denken, dass der irgendwie... Irgendwie krank ist. Was? Habt ihr was mit den Sternzeichen mitbekommen, dass die alle voll verschoben werden und dass es ein 13. gibt? Oha, was ist das 13? Sternzeichen Nummer 13 ist bestimmt... Cassiopeia. Gibt ja immer noch! Ob man auf sie einschlägt, beziehungsweise wie sehr man sich generell um sie kümmert, hat auch eine Auswirkung auf das Ende. Oh, okay. Ähm... Äh... Wie zoome ich raus? Äh... Lakeview Hotel. Ist da oben, auf der anderen Seite des Sees. Okay. I guess, wir laufen einfach die Straße entlang? Bin ich schon auf der Straße? Okay. Wir rennen los, ne? Das ist doch nicht getroffen. Ah, das hat mich getroffen. Oh Mann. Oh, schau. Die sind schwierig. Die No-Hit zu machen, ist manchmal echt tricky. Aber wenn du Pech hast, spucken die auch zweimal hintereinander. Dann kannst du dich blotchen. Junge, der lebt immer noch. Okay. So, liegen bleiben. Ich fahre ein Auto. Neue Waffe. Stahlrohr. Let's go. Mary, alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Okay, äh, wo bin ich? Äh, okay. Okay, wir laufen weiter die Straße entlang. Okay, das wird wahrscheinlich gleich nicht gehen, oder? Hier wird doch irgendwas gleich sein. Weil der Weg ist ja viel zu lang zum Laufen. Das wird später irgendwie per Cutscene passieren. Die klauen ein Auto oder so. Ich bin gleich raus. Oh, da ist ein Bootsteg. Vielleicht muss ich mit einem Boot rüber. Hier sind noch Spuren. Heilung, stark. Äh, ist das eine Karte? Ich hab ja eine Karte. Was stand da gerade? Schiffe zum Vergnügungspark am See- und Lakeview-Hotel. Okay, ich komm nicht runter zu den Booten. Hab ich sie grad umgerannt? Gibt Minuspunkte. Krieg jetzt schlechtes Ending. Ist abgeschlossen. Bad Ending. Ich hab sie angerimpelt. Geiles Rohr. Schön lang. Schön wuchtig. Kommt da jemand? Ich hör immer noch Radio-Geräusche. Sind die immer noch Gegner? Da kommt er ja. Wie die rumspringen. Die fliegen einfach. Aus dem Nichts. Liegen bleiben. Steht noch. Frau, kannst du bitte... Ich will nicht dir den Schädel einschlagen. Steh doch nicht daneben. Ah, ich glaub, kommen die Brücke, glaub ich. Und die Brücke ist nicht hochgefahren... Äh, nicht runtergefahren. Okay, nee, es gibt gar nichts. Okay, dann bin ich den ganzen Weg umsonst gelaufen, I guess. Diese Brücke ist zerstört. Auf diesem Weg komm ich nicht zum Hotel. Weil ich weiß, es gab auf jeden Fall eine Stelle, wo man eine Brücke runterfahren musste. Aber das ist wohl nicht die Stelle. Okay, ich bin den ganzen Weg umsonst gelaufen. Ähm. Ja, vielleicht ist da unten irgendwas. Also, dass ich da hier jetzt runterlaufe. Und irgendwie dann so außenrum irgendwas machen kann. Im South Vale. Wie du ja eigentlich quasi ständig in den Schritt prügelst. Also, den Monstern. Ja, dann stehen die nicht auf, das ist deren Schwachstelle. Aber wo willst du draufhaust. Egal, wo du draufhaust. Das besteht für ein Ausschritt. Was ist denn hier wieder alle stehen? So, liegen bleiben. Komm, Mary. Wir schaffen das. Du und ich. Green Team. Ich kämpfe. Du siehst gut aus. Wie die mal aus dem Wald rausgeflogen kommen. Die können nicht auf beiden Seiten stehen. Weil oben haben die keine Füße. Die haben nur unten Füße. Oben sind die Füße abgetrennt. Okay, ich bin hier. So, Mary. Kennst du einen Shortcut? Mary? Kenntest du eine Abkürzung zum Hotel? Ich warte hier. Ich liebe Bowling. Ich kam hier nicht, um zu spielen, du weißt. Hörst du zurück. Okay. Also, was hast du gemacht? Robberie? Mörder? Nein. Nichts wie das. Ha! Du bist nur ein guter Fasso. Was musst du das sagen? Ich dachte, du sagst, die Polizei sind hinter dir. Nein. Ich rief nur, weil ich Angst war. Ich weiß nicht, was die Polizei tun. Aber wenn du etwas falsch machen willst, warum sagst du einfach, dass du dich sorry bist? Keiner wird mir jemals vergeben. Keiner wird mir jemals vergeben. Keiner wird mir jemals vergeben. Banger. Banger. Ja, gleich wird er wieder kotzen. Zu viel gefressen. Isaac Souls. Dankeschön für den Zap. Eddie? Oh. 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 Er hat dich wieder vergessen. Ja, ich erinnere. Aber... Oh. 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 let' dich tiefe zum associates. Bye, bye. Wait, come back! Wait, come back! ? Laura? Wo ist ihr? Laura? Ist das ihr Name? Das, was man sagte. leye in einem variender Bein. Wie steht da undийsted? Schmeckt halt, oder? Schmeckt halt Ist halt gerade Pizzateime Kann ich hier Bowling spielen Ich mach daraus Golf Ja, das ist der Plan Ja, das ist der Plan Deshalb bin ich hier draußen Wo ist sie hin Hier hin Da geht es nicht Wahrscheinlich die Straße runter Blut? Ja, Mary, Maria Alles das gleiche Alles das gleiche Was ist los, Shiva? Margeret Marionette Marinella Der Satz führt schon zum Bad Ending Sorry Oh, ja das ist sehr eng Ich dachte, sie ist die Wand hochgelaufen Parcours Okay, unser nächstes Level It's no good It's locked Oh, sie kann Schlösser knacken Sie kann doch ein bisschen mehr Als nur gut auszusehen Sie hat immer ein Dietrich-Set dabei In ihrem BH Ne, sie hat einfach aus dem BH Einen Schlüssel rausgeholt Die wohnt hier Oh, der Song ist nice Eine leere Dose Spüle und Pappkarton Das ist alles nutzlos für mich Chat Ich muss gleich kurz die Kamera ausmachen Eine Blumenvase Sonst gibt es nichts interessantes Weil Ich muss auf Toilette Der Schloss ist wohl kaputt Ich kann es nicht eröffnen Ich muss auf Toilette Und Ich habe keine Hose Ich muss gleich kurz die Kamera ausmachen Hier kann man tanzen Macher Ja, ich habe irgendwie nicht mehr daran gedacht Ich laufe halt die ganze Woche hier Ohne Hose rum Weil warm Ein ganz normaler Tisch Nichts Ungewöhnliches Und ich habe vom Stream Gar nicht darüber nachgedacht Habe ich einfach hingesetzt Den Stream gestartet Oh, Heilung Heaven 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 Night Heaven Steht da Heaven Da ist doch irgendwas Hinter N Heaveny Heaven's Night Heaven's Night Das ist ein S Heaven shall burn Heavens, ja Steht da einfach Hentai Night Wieso bist du unten? Ist das immer noch so Weil du scharf gegessen hast? Nein Das ist weil einfach Die letzte ganze Woche Super warm war Und alle meine kurzen Hosen Sind dreckig Und deshalb laufe ich Den ganzen Tag Die ganze Woche Nur in Unterhose rum Okay, wo bin ich rausgekommen? Ja, ich denke mal Wir werden da unten lang gehen Ich weiß nicht Was das hier darstellt Stellen soll Bahnstation Vielleicht Rails Oh, Untergrundtunnel Vielleicht Vielleicht ist das ein Tunnel Krass Krass Arschwascher Der Stuhl Ne, deshalb trage ich ja Keine Hose Damit der Stuhl Kein Arschwasser bekommt Dann ist mir nicht so warm Over there Ah, danke Hab ich gar nicht gesehen Danke für den Tipp Maria Ja Äh Brookhaven Hospital Ich dachte Krankenhaus kommt erst später Brookhaven Hospital Und ich dachte Jetzt kommt erst Die Schule War erster Teil Ich habe Kater Bisher Ein bisschen Bruch Tabletiki Tabletiki Holi oder so Wenn ihr keinen Holi habt Dann würde ich euch Empfehlen Holi zu bestellen Schmeckt sehr lecker Es gibt super viele Verschiedene Arten Geschmäcker Geschmacksort Chat Es ist vegan Es ist zuckerfrei Und ihr kriegt sogar Auf eure Bestellung 5 Euro Rabatt Wenn ihr mit Kegi 5 bestellt Und 10% Rabatt Wenn ihr mit Kegi bestellt Super geiler Deal Holt euch was Ich gehe kurz pinkeln Und gucke Ob ich vielleicht einen Snack finde Okay Lass uns weitermachen Willkommen Dieser Frau Jemand hat etwas draufgeschrieben Willkommen im Spukpital Wegen Hospital Und Spukpital Das Potenzial Für diese Krankheit Gibt es in allen Personen Und kann jeden Mann Oder jede Frau Unter den richtigen Voraussetzungen Genauso wie ihn Auf die andere Seite treiben Oh es geht jetzt Um die andere Seite Die andere Seite Ist vielleicht nicht Die beste Bezeichnung Es gibt schließlich Keine Wand zwischen Hier und dort Sie liegt in dem Bereich In dem sie Wirklichkeit Und Unwirklichkeit Überschneiden Ein Ort Der sowohl nah Als auch weit entfernt ist Manche sagen Dass es gar keine Krankheit sei Ich kann ihnen nicht zustimmen Ich bin ein Arzt Kein Philosoph Oder Psychiater Aber manchmal muss ich mir Diese Frage stellen Es stimmt Dass seine Vorstellungen Für uns nichts weiter sind Als die Erfindung Eines unruhigen Geistes Aber für ihn Gibt es eine einfache Gibt es einfach Keine andere Realität Darüber hinaus Ist er dort glücklich Also warum Frage ich mich Warum müssen wir Ihn im Namen Des Heilens Schmerzhaft in die Welt Unserer eigenen Wirklichkeit ziehen Etwas anderes Wurde mit der Hand Geschrieben Josef hat mir Den Schlüssel gegeben Es ist wohl Der Schlüssel Zu dieser Kiste Okay Ich habe den Schlüssel Purpurrote Bulle Stark Als asexuelle Person Will ich generell Niemand nackt sehen Ich glaube Das muss jetzt nicht So bedingt Irgendwas mit Deiner Sexualität Zu tun haben Also ich bin auch Nicht schwul Und ich habe Kein Problem damit Nackte Männer Zu sehen Auch das ist noch Eine Heilung Ich würde das jetzt Nicht direkt Auf die Sexualität Beziehen Sondern Ich guess Es gibt Menschen Den Die fühlen sich Unangenehm Wenn sie Nackte Menschen sehen Und es gibt Menschen Denen ist es halt Nicht unangenehm Wenn sie nackte Menschen sehen Ich guess Das Schloss ist wohl kaputt Ich kann sie nicht öffnen Ja auch Kaputt Kaputt Abgeschlossen Hier brauchen wir einen Schlüssel Kaputt Läuft die mir jetzt Die ganze Zeit hinterher Die bleibt da jetzt Irgendwie An der Rezeption Und wartet auf mich Abgeschlossen Kann ich öffnen Die können wir später auch noch Hier Oh hier ist noch eine Tür Oder Oh das ist ein Treppenhaus Wir bleiben hier Bei meiner Ausbildung War ein Lkw-Fahrer Alt Der hatte immer nur Richtig kurze Hotpads Einfach Hotpads Junge Ich will niemanden nackt sehen Schon gar keinen Den ich kenne Schon gar nicht meine Nachbarn Schon gar nicht Wenn die Pakete von mir Haben wollen Ja Das ist halt ein gutes Recht Ich guess Fahrstuhl Das wird später wichtig sein Wir müssen Fahrstuhl Anmachen Wahrscheinlich später Alles zu Nur das Treppenhaus Funktioniert Oder Die Soundkulisse Klingt gerade so Irgendwie Jetzt würde man die ganze Gegen Klavier hauen Nee So ein Draht So ein Stromleitungsdraht Was immer so Tring Tring Drang rumgespielt wird Tring Tring Oh das ist der Ausgang Aber wir haben noch nicht Laura gefunden Sorry Ich hab mich verlaufen Es ist mein erstes Mal hier So ich check nochmal kurz ab Ob ich alle Türen getestet habe Oh die Toilette hab ich nicht getestet Und die Küche hab ich nicht getestet Ja die Küche geht nicht Dahinten ist ja glaube ich so ein Gerümpel Deshalb konnte ich das nicht testen Kann ich das trotzdem anklicken Nee Äh Toilette hab ich irgendwo hier übersehen Hier Ja Und Die Tür in der Mitte Kann man nicht interagieren Doch genau Okay So dann haben wir alles durch Alles markiert Nee Moment Hier ist noch gegenüber Abgeschlossen Da kriegen wir einen Schlüssel für Okay Ganz wichtig Immer alles schön markieren Für die Übersicht Damit man später dann weiß Wo was ist und wo was nicht ist Na Das ist immer ganz wichtig Ähm Treppe war hier Hey Alexander Was geht ab? Ja Ich liebe auch Silent Hill 2 Holen wir hier im Stream nochmal nach Kurz vorm Remake Freust dich aufs Remake Oder bist du eher skeptisch? Oh die Krankenschwestern Mann Mann Zieh doch auf sie Mann Zieh doch auf die andere Okay Jetzt wird die Knarre rausgeholt Ich hab schon wieder kein Leben Hey nicht Maria Hier Tritt drauf James Tritt drauf Junge die Musik Banger Junge jetzt zwei Heilungen Für die beiden verbraucht Ne Crazy Und Dankeschön Alexander Die Die leben wieder Eines aufgestanden Oh mein Gott Die macht den Doppelangriff Nee Wir spielen jetzt nicht Oh sexy Poster Das ist der falsche Zeitpunkt Um sich ein blödes Poster anzusehen Boah Diese Frau Der hat etwas in der Tasche Des weißen Laborkittels Schlüssel zum Untersuchungszimmer Okay Nein ich will nicht raus Wie die immer random irgendwo steht Wie so ein fucking Jumpscare Hier ist ein Magazin Das hilft mir jetzt auch nicht weiter Sorry Okay wir haben Schlüssel gefunden Hier geht's auch noch rein Ein Kuscheltier Au Au Ja ist ein wildes Tier Hat gebissen Ja Ist ein Braunbär Achso Draht Drahtnagel Verbogener Nagel Okay kein Draht Au Shotgun Let's go Kann ich öffnen Alles zu Jetzt geht's richtig ab Chat Jetzt können die alle kommen Alle gleichzeitig Junge der Song Beine Ich hasse Beine Ich bin für ne Zukunft ohne Beine Für dass wir in ne Zukunft alle fliegen können Scheiß Beine Okay äh Untersuchungszimmer Ist War das nicht unten Äh Doktor's Lounge Da Examination Room Ist unten Dann lass das mal kurz runter Kegi will einfach Wall-E-Welt Ja so wie Äh Eva aus Wall-E Die kann ja auch mal so fliegen Genau so Ich hoffe auch Mann Dankeschön Ich hoffe auch Das klappt alles Äh Das ist es nicht Nicht das hier Ah hier Ich dachte eher an die dicken Leute Die nicht mehr laufen können In Wall-E hat man Menschen gesehen? Glas des Regals ist offen Was ist das für ne Akte? Laborergebnis eines Testes Auf Persönlichkeitsstörung Ja ich weiß Lara Das fackt mich auch ab Laborergebnisse? Die will ich jetzt nicht lesen Schwach Ich hab einmal Wall-E gesehen Aber irgendwie hab ich gar keine Menschen mehr in meinem Kopf Ich kann mich nur an den Schrottplatz erinnern Da mit Wall-E und mit Eve Auf dem Schreibtisch liegen medizinische Unterlagen Nichts wirklich interessantes Der PIN-Code für diesen Monat lautet T Letzten Monat war es X Und davor war es Z Aber was werden sie nächsten Monat wählen? Das ist alles was sie mit vier Buchstaben ausdrücken können Wieso Tee? Ah ich weiß Muss die Kombination für die Tür des Patientenflügels Wirklich so häufig geändert werden? Ich glaube damit ist gemeint Auf dem Zahlenfeld von so einem Türcode Die Form Dass du theoretisch dann Z hinschreiben kannst Ein T hinschreiben könntest Ein X Ein H würde vielleicht noch gehen Okay wir sind hier für den Tipp Mehr gibt's ja nicht Denk an Notiz am Kühlschrank Nur für Lebensmittel Keine Medikamente lagern Okay Diese Frau ey Gibt's hier noch einen? Oh das ist der selbe Raum Ich wollte die hier Okay Nein Ist normaler Bürger in Wall-E sind so faul geworden Dass sie alle nur noch in besonderen Stühlen bewegen Aber ging's nicht in Wall-E darum Dass die auf der Erde alle Menschen weg sind? Und das ist ja irgendwie der letzte Der zurückgeblieben ist Und dann kommt da Eve oder so Gelandet Ähm Haben wir jetzt irgendwas bekommen? Außer dem Hinweis für den Code? Ne ne? Aber ich hab ja noch oben einiges zum Untersuchen Deshalb gehen wir wieder hoch Ne? Die sind jetzt alle im Weltraum Boah ich kann mich gar nicht an Menschen erinnern An den Wall-E Komplett vergessen Hier Ist ein Tassenfeld Okay die Tür geht trotzdem auf Patron Ich bin glaube ich eine zu hoch gegangen Ich bin vorhin glaube ich nach unten gegangen Jetzt bin ich ganz nach oben gegangen Verstreute Papiere Ganz normal weißes Papier Oh mein Gott diese Frau Ist hier was drauf geschrieben? Ne Ich geh nochmal kurz runter In ein Erdgeschoss Weil da hab ich noch nicht alles durchsucht Könnte ich noch in den Keller? Ne ne? Okay Hallo Rania Rania Äh nicht Erdgeschoss Hä bin ich dumm? Hier Zweite F Das meinte ich So Hier hab ich nämlich noch Biako Halt deine Schnauze Biako Ne ich hab hier alles durch Okay dann gehen wir jetzt ganz nach oben Moment das geht noch höher Rooftop Okay ist abgeschlossen Apropos Disney Hab jetzt das erste Mal die ersten drei Flug der Karibik geschaut Jetzt erst? Was ist hier los? Die sind voll schnell Vertraut Ihre Augen leuchten Ne Das ist die Reflexion Oh mein Gott die sind so schnell Die greifen so schnell an man Ich muss halt wirklich irgendwie auf Schusswaffen bei denen vielleicht wechseln Menü Da ist nichts Hier ist auch nichts Cool Hier hingelaufen Aufs Maul bekommen Und nichts bekommen Abgeschlossen Ach hier ging es noch weiter Hier so Ich würde sagen H Aber wie gebe ich das H jetzt ein? Okay es ist nicht H Was könnte man noch für ein Buchstaben schreiben Chat? Außer X Außer X Z Und T Und H Einfach nur Einfach nur I Oder L Okay L ist es nicht Einfach nur I Vielleicht kleines R Ein I Ein I in der Mitte Nee Ein P Vor allem ich weiß nicht ob die Reihenfolge wichtig ist Ich mache mal T Ob die Reihenfolge wichtig ist Wie ich eintippe Das wäre ein P Das wäre ein P Ein Y Stark Vielleicht muss ich von kleinst zum höchsten Vielleicht musst du dir ein Gesicht reindenken Nein das ist das nicht Das ist ein anderes Rätsel Ähm Wo ist denn die Patientenaktion Lieber Tim Hä Ach hier Der PIN-Code für diesen Monat lautet T Letzten Monat war es X Und davor war es Z Aber was werden sie nächsten Monat wählen Das ist alles was sie mit vier Buchstaben ausdrücken können Moment Vier Buchstaben Ach so mit Buchstaben wird glaube ich Die Zahlen gemeint oder Nee für T 1, 2, 3, 4 Ja Okay Also wir müssen Buchstaben schreiben Nur mit vier Zahlen Weil X ist ja zum Beispiel 1 2 3 4 Man muss sich die Linien dazu denken C würde gehen Meinst du? 1 2 3 4 Ja C geht Aber ist falsch Ähm U Okay U geht auch nicht U geht auch nicht Silent Hill 2 Remake Ja schon Habe einen Escape Room gespielt Der wie Silent Hill gestaltet war Als ob mit Schauspielern Was? Wo gibt es das denn? In welcher Stadt? Das klingt ja mega cool Ähm N N Okay N ist es auch nicht In Wuppertal Ja und dafür haben die die Rechte Oder haben sie es nicht Silent Hill genannt? Was geht noch Chat Mit vier L wäre nur 2 A Nee Ich glaube nicht Der heißt nicht Silent Hill Ist aber auf angelehnt Und einer der weltbesten Räume Weltbeste Okay Crazy Hast du schon L versucht? Ja Er braucht aber auch L braucht nur 2 Äh 3 Wir brauchen aber irgendwas mit 4 A B C C haben wir probiert D E F G H H wäre 1 2 Nee wäre auch zu viel I J K L M N O P O P P Vielleicht einfach nur Naja aber dann brauche ich ja noch die 4 P 7 1 3 6 7 7 1 3 6 7 1 3 6 Aber dann wäre es ja Da würde es ja nicht hingehen Äh Z auch nicht Also Die letzten Monate war X und Z Diesen Den Monat wo das geschrieben wurde war T Und wir wollen jetzt für den nächsten Monat haben Also alles außer X Z Und T Y Y Y Da habe ich schon probiert Äh wo bin ich hing P Q R S T D T Frau U Hm 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 Ich denke, was von T hast du auch nicht Hat doch auch nicht viel Jedoch 1 2 Drei, drei, vier. Soapstar! Dankeschön für fünf Monate. Bin vor kurzem Papa geworden und schaue immer die Isaac-Viodies, während ich meine kleine beruhige. Danke für den Content, nur langsam geht mir der Stoff aus. Ja, sorry und Glückwunsch. Glückwunsch zum Papa sein. Ja, momentan spiele ich nicht so viel Isaac. Erstes Kind? Ja, was soll es sonst sein, Chat? Vielleicht einfach du in die Reihenfolge falsch eingetippt für eines der Buchstaben? Kleines T. Ich denke nicht. Wir suchen auch gerade keinen Tee. Das erste, oh boy, worauf habe ich mich eingelassen, oh Mann. Sicher, dass es nur vier sind? Ja. Bei Theo und X kann man auch fünf. Ja, du kannst auch alles machen, aber es geht ja darum, hier, das ist Z. Das ist Z. Das ist Z. Das ist dann vermutlich X. Das ist ja der Tipp, dass es nur mit vier ist. Und T ist das, 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 das. I guess. Bei T bin ich mir nicht sicher, aber ja, das ist halt der Tipp, dass wir mit vier machen müssen. Hier. Es steht doch, für diesen Monat lautet T. Okay, ja, und ich denke mal, wir sind im nächsten Monat. Weil das ist ja alt. Wir sind ja später hier. Weil da steht ja auch, was werden sie im nächsten Monat wählen. Ich denke mal, wir sind schon im nächsten Monat. Muss die Kombination für die Tür des Patienflügels wirklich so häufig geändert werden? Ja, U habe ich auch schon probiert. Ja, wie soll ich noch T machen? So, so. Vielleicht von oben nach unten. Nicht so, wie ich gemacht habe, von 5,8. Warte, wir machen so, so, so. Ah, okay. Ja, ich habe immer 5,8 gemacht. Nicht 2,8. Das Schloss ist wohl kaputt. Ja. Dumm. Dumm bin ich. Komm, wir sind bloß nicht näher. Geh weg. Ich schieße. Ich schieße. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich viel zu sehr fokussiert auf den Satz von wegen, was ist es nächsten Monat? Aber ich bin davon ausgegangen, die haben schon den nächsten Code. Ich glaube, ihr geht es nicht gut. James. Warte einen Moment. Ich bin ein bisschen schmerzt. Ich bin ein bisschen schmerzt. Es ist nur ein bisschen schmerzt. Du solltest dich schmerzen. Hm. So komfort. Ich gehe nach sie. Für Laura. Ich werde wieder so schnell wie ich kann. Schlafen. Kleinen Nap. Schlüssel zum Dach. Oh, okay. Ja, ich habe das halt so gelesen. Hier mit der anderen Sache. Habe ich das halt so gelesen. Das ist alles, was sie mit 4 Buchstaben ausdrücken können. Nicht, dass es damit gemeint ist, dass es final ist. Dass das gemeint ist, das ist nur das, was man generell nur mit 4 machen kann. Sondern ich dachte, das ist so eine Feststellung von wegen. Das ist alles, was man mit 4 Buchstaben ausdrücken könnte. Das ist halt nur gesagt, dass das quasi ihre Gemeinsamkeit ist. Aber nicht, dass es damit gemeint war, dass nur die möglich sind. Weißt du? Verstehst du? Das habe ich so gelesen. Ich bin einfach kein guter Leser. Okay, sie ist in hier, in S2. Ich glaube, das müssen wir uns merken. Äh, S3. Weil ich glaube, wir müssen die später nochmal abholen. Ich habe die Musik, ey. Da steckt etwas im Abflussrohr. Sieht aus wie ein Ohr. Das Loch ist zu klein. Ich komme mit meiner Hand nicht ran. Wenn ich vielleicht irgendein langes, schmales Werkzeug hätte. Ich habe ein Messer dabei. Oh, Moment, die Nadel. Oh, die Nadel. Sie ist nicht lang genug. Oh, ich muss sie kombinieren. Kombinieren mit? Mit dem Rohr. Ich glaube, ich habe die Kombination dafür noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich irgendeinen Faden finden oder so. So geile Musik, ey. Sie will ich auf meiner Hochzeit hören. Und alle gehen dazu voll ab. Ich glaube, wir gehen aufs Dach, ne? Ne, hier ist noch ein Raum. Uah, Bombe, einfach C4. Welchen Pfad muss ich zuerst machen? Oh. Okay, I guess wir brauchen einen Schlüssel. Wir brauchen einen Code. Und wir brauchen einen Code. Da scheint wohl was sehr, sehr Wichtiges drin zu sein. Da ist das Herz von Davy Jones. Ja, ja, lass wieder ins Treppenhaus, ne? Ne, das war nicht das Treppenhaus. Treppenhaus war hier. Warte, hier. Nein, hier, hier. Hier. Dann gehen wir aufs Dach. Was wüsstet, müsst ihr so in einer Box verstecken? Mein Passwort für meinen Passwort-Manager. Da liegt das auf dem Boden. Ist das ein Tagebuch? Ne, ich glaube, ich weiß, was ich dort verstecken würde. Ich würde dort die Namen meiner Lieblings-Chatter verstecken. 9. Mai. Regen. Den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich hier. Nichts zu tun. Darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai. Regnet immer noch. Sprach kurz mit dem Arzt. Hätten sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin. Schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai. Wieder Regen. Die Metz haben mich heute krank gemacht. Wenn es mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich denn überhaupt? 12. Mai. Wie immer Regen. Ich will niemanden mehr Ärger bereiten. Aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich solch eine Sünde sein, zu rennen statt zu kämpfen? Einige werden das sagen. Aber sie müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch. Aber so will ich es. So ist es zu schwer. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai. Es ist schön draußen. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich entlassen bin. Dass ich nach Hause gehen muss. Und ich. Okay. Hier hört das Tagebuch auf. Es gibt keine weiteren Einträge. Wie kommt das Tagebuch hier oben hin? Äh, ich glaube, Chad, er ist gejumpt. Weil die haben ja hier in einem Krankenhaus ein Problem mit Selbstmördern. Selbstmördern, das klingt wie, als wäre das so ein Verbrechen. Diese bösen Selbstmörderer. Mein Anime-Jahreskalender würdest du dort verstecken? Panini-Sammelkarten von der WM 2006. Stark. In seiner Box würde ich mich verstecken. Braucht keiner zu sehen. Äh, aber... James! Das war's mit James. Ich wollte gerade sagen, hier ist ja gar nichts. Er steht auf. Jetzt ist es offen. Boop, du boop. Mir geht's gut. Okay, ich bin wieder in der Etage tiefer. Okay. Ich glaube, das war auch so ein Ding in dem Spiel, oder? Ähm, dass man immer irgendwo tiefer und tiefer fällt oder so. Okay, geiler Raum. Da hängt etwas, aber ich kann damit nicht interagieren. Da steht etwas an der Wand. 7, 2, 1, 3? Oder was meint ihr? Dreh, dreh, dreh die Zahlen. Vergiss sie besser nicht. Also schreib ich sie hier auf. Den anderen meinen geheimen Namen. Was sagt die Chat? Ich würde sagen, 7, 2, 1, 3. Sieht ein bisschen weird aus. 2, 2, 1, 3, würdest du sagen. Aber die erste Zahl, da fehlt doch, wenn das eine 2 ist, fehlt doch noch so ein Ding da unten. Eigentlich dein erster Playthrough? Nee, ich habe irgendwie vor 4, 5 Jahren das schon mal gestreamt. Eine 8. Aber vielleicht so eine unfertige 8. Er wollte eine 8 schreiben, aber dann ging ihm das Blut aus. Gegen Ende kommt man immer weiter nach unten. Ganz übles Gefühl. Ich hatte generell das Gefühl, also nicht das Gefühl, aber das ist eine Erinnerung so, dass es im Spiel dass das so die Progression auch ein bisschen war. Dass man immer irgendwo immer tiefer und tiefer fällt. Vielleicht ist es auch ein Fragezeichen, ja. Es ist einfach Fragezeichen 2, 1, 3. Uns fehlt dann die dritte Zahl. Äh, die vierte Zahl. Die müssen wir dann raten. Ich glaube, das war erst vor ein, zwei Jahren. Nee. Vor ein paar Jahren haben wir Silent Hill 5 und 6 gespielt. Aber 4 ist schon, äh, 2 ist schon länger her. Also 1 und 4 habe ich ja recht am Stück durchgespielt. Und das war irgendwie 4 vor 4, 5 Jahren oder so. Vor circa 2 Jahren oder so habe ich 5 und 6 gespielt. So, mehr ist hier nicht, ne? Äh, ja, aber dann habe ich nur einen Code. Ich brauche drei... I mean, wir können es theoretisch probieren und dann mal schauen, was passiert, wenn ich den einen Code löse. Das war hier und... Ich mag die Ambienzemusik hier drin. Ich probiere erst mal 7. Es ist 7. Okay. Ja, bringt mir halt noch nichts, ne? Ich meine, ich kann auch hier probieren. 7. Äh, 2, 1, 3. Nee. Wollte schon sagen, als ob er zweimal denselben Code benutzt hat. Äh, ja. Ich habe keine Schlüssel mehr. Wir können auch mal auf ein Dach gehen. Nachdem jetzt Pyramid Head dort war, vielleicht hat er noch irgendwas kaputt gemacht oder aufgemacht. Der Typ, der da verblutet, dachte sich, ich mache jetzt ein sickes Rätseln, ja? Ein Hinweis noch gegeben. Wie bei Danganronpa 1. Als sie tot lag, hat sie noch versucht, seinen Namen zu schreiben. Mit ihrem Blut. Nee, hat nichts gemacht. Bei der Box steht was an der Wand. Hattest du vorhin gesehen? Nee, nee. Da stand was. Bin ich blind? Bin ich ein sogenannter Blindfisch? Oh, hier. Da steht etwas an der Wand. Luis, ich werde mich für immer um dich kümmern. Es ist mein Schicksal. Okay, das war's. Muss ich jetzt hier Luis hinschreiben? Was hält denn Maria davon? Dass ich nicht weiterkomme? Maria ist abgesperrt. Nee, sie war in der ersten Reihe. Alles gut, Maria? Ich werde bald wiederkommen. Hast du Laura gefunden? Nein, ich habe sie nochmal ergriffen. James, ich möchte dir etwas fragen. Oh, sie sagt auch andere Dinge. Was, wenn... Was, wenn du nicht Mary finden kannst? Was, wenn Gott wirklich ist? Was machst du? Ich habe nicht gedacht, dass das so. Ich nehme dich. Du siehst nämlich ihr ähnlich. Ich werde bald wieder sein. Okay, wie sie wiederholt sich. Hast du Laura gefunden? So. Moment, Shower Room. Da kann man noch ins Bad rüber. Habe ich das gemacht? Oh, nee. Das sah so aus, dachte ich. Das könnte man da durch auf der Karte, aber nee. Was, wenn ich... But if... What if... Go to Heaven, but God said... Skibidip, deepdop, skibidop. Skibidip, skibidrip. 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 Ah, ja. Ich habe hier eine Tür nicht getestet, Shit. Ich habe hier alles nicht getestet. Huch. Ich habe da alles nicht getestet. Das ist auf zwei. Oh, Miss Wonderland. Dankeschön für den Gifted Sub and Soul. What if you go to heaven? God said, Apfel-Tee trinkst du eigentlich noch? Ob du den Apfel-Tee noch trinkst? Schocker Joke. Hab mich bepisst vor Lachen. Arschloch. So. Hier habe ich mich nicht umgeschaut. Weil ich hier reingelaufen bin, hier gelootet habe und dann bin ich wieder gegangen. Jemand kommt. Jemand schleimiges. Kegi, hast du eine Viewer? Nee. Ich habe die allerbesten Viewer. Ähm. Schlüssel Lapisauge. Okay. Lapislazuli. Mal gucken, wo der reinkommt. Chat-Krankenschwestern werden abgeknallt, oder? Runter auf den Boden! Sofort! Auf den Boden! Okay, die sieht mich nicht. Back-Backstep. Boah, leider ist das nicht das Remake. Im Remake könnte ich jetzt bestimmt so einen Backstep machen. Mit coolen Plattform-Geräuschen. Wow! Schlag zu, James! Ja, im Remake kann man die suplexen. Das sieht so wichtig aus, dieser Block da. Ein Fernsehgerät. Es scheint kaputt zu sein. Ich, ich ... Ich... Jedes Mal ver... 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 Verläufe ich mich. Es geht immer zwei Wege. Ja, zwei Richtungen. Und ich laufe immer in die falsche. So, hier muss jetzt was wichtiges sein Ihr rollst länger als meins So, hier muss irgendwas wichtiges sein Oh, nee Ja gut, ich habe einen Lapis-Schlüssel Damit müssen wir jetzt irgendwo hin Ich dachte vielleicht, der Schlüssel ist für die Box Ein Auge wurde in den Schlüssel eingraviert Die Iris wurde mit Lapis-Lazuli eingelegt Das kann ich kombinieren Kombinieren? Damit oder was? Ergibt keinen Sinn Ich kann ja mit irgendwas kombinieren Den kann ich auch kombinieren, Chat Sieht so aus, als könnte ich das hier nicht verwenden Nein, nein, ich will kombinieren Wie kombiniere ich Dinge? Wie akzeptiere ich das jetzt? Okay Jo, ciao, Mexo-Opster Geht das dann von alleine? Ich kann ja ganz viel Zeug reinlegen Geht das dann automatisch abgeschickt, wenn es richtig ist? Bin zu verwirrt Okay, ich muss verwenden, glaube ich drücken Ja, ich brauche noch irgendwo einen Code Lass nochmal Karte abchecken Also hier ist, nein Hier auf der Etage Ist nichts mehr Da oben auf 3F Habe ich auch nichts übersehen Und den ersten Da ist halt noch zu Da brauche ich noch irgendwie einen Schlüssel Vielleicht ist der Lapis-Schlüssel dafür Aber der wird doch nicht Lapis-Schlüssel heißen Das wird doch bestimmt irgendwie sowas wie Westflügelschlüssel heißen oder so Aber einen anderen Guess habe ich gerade nicht Außer das Okay, erst mal probieren wir es aber aus, ne? Ich denke aber der Schlüssel ist immer noch für den Für die Box halt, ne? Da ist ja, da war ja noch ein kleines Schloss dran Wir brauchen noch einen Code Und halt der Schlüssel Und dann können wir das Ding öffnen Hydration Ne, ist abgeschlossen Okay, dann gehe ich nochmal zu der Box Mal gucken, ob das für die Box gedacht ist, der Schlüssel Weil wenn er für die Box gedacht ist Dann haben wir das erstmal weg Da muss ich mir keine Gedanken mehr machen Um den Scheiß-Schlüssel Äh, das war hier Ne, hier bin ich falsch Hier war aber sonst nichts, ne? Nur der eine Code Und die Hand Moment, hier ist nur ein Zettel Da steht das an der Wand Wenn Josef ruhig scheint Kann er aus seiner Zelle geholt werden Okay Ich finde, Josef ist gerade ziemlich ruhig Ich finde, wir sollten Josef rauslassen Hier will ich hin Josef wirkt ruhig, ja Raus mit ihm Ja, der Schlüssel ist hierfür Ich habe den Schlüssel-Lapis-Auge benutzt Oh, Moment Ne Ja, ich brauche nur noch einen Code Aber die Karte mit dem lila Klacks hat so Zacken eingestellt Und vielleicht ist das ein Code Ich dachte halt, das ist Äh, halt eine Schlüsselkarte für irgendwas Ein Bulle wurde die Poporotte drauf Er lag auf dem Schreibtisch immer hier Okay, der war auch für die Box Aber nicht für den Code Ja, irgendwo habe ich ein Item Übersehen Irgendwo habe ich ein Item Oder ein Coating An der Wand Oder so ein Zettel Übersehen Entweder ein Item Übersehen Was ich mit dem Nagel kombinieren kann Um im In der Dusche An den Schlüssel ranzukommen Oder was auch immer da drin ist Ranzukommen Warte, ja Irgendwo ein scheiß Zettel Brauchst du wieder einen Tipp Schieß los Ich kann mich aber noch erinnern Es gab in Silent Hill Wo man Äh, ich drehe am Hahn Aber es kommt kein Wasser Dass auch irgendwas mit Na Dusche war Und man musste irgendwie Auf dem Dach Wasser Einlassen Damit irgendwie in der Dusche Das Ding rausschwimmt Oder so Aber ich glaube Das war nicht Silent Hill 2 Aber das war ein anderes Silent Hill Wie immer ready steht Irgendwas hier Ein Zettel Aber ein Gang ist nie ein Zettel Da ist irgendwas Du brauchst auf jeden Fall Ein Stück Papier Wo der Code abzulesen ist Okay, also habe ich doch Wirklich irgendwo Einen Zettel übersehen Ja, jetzt Wir können nochmal In alle Räume In die ich theoretisch rein Kann nochmal rein gehen Und nochmal alle anschauen Irgendwo habe ich was nicht angeklickt Das war nur die Akte Hier war es auch nicht Das ist eine Enchanced Version Kannst mal googeln Das ist eine Mod Das habe ich auch gelesen gehabt Da war auch nichts Ich bin sogar im richtigen Floor Das war auf jeden Fall ein Raum Ach mal Hier war der Pin Da war hier der Der Tipp zum Pin Ist der Code immer eigens generiert Oder ist der immer derselbe Kann sein, dass er auch immer derselbe ist Das weiß ich jetzt nicht Bist du dir sicher, dass das die Etage ist? Weil in keinem der Räume Gibt es einen Zettel Den ich übersehen habe Schwarzes Brett Aber sieht nicht so weit Geh interessant aus Die Etage ist richtig? Wo habe ich denn hier einen Zettel übersehen? Dokumente sind auf dem ganzen Tisch verstreut Hier gibt es nichts, was besonders Interesse Okay Nichts wirklich Du bist doch im Ersten Ich bin im Erdgeschoss, ja Okay, ich muss doch woanders Habe ich mir schon fast gedacht Weil da gibt es irgendwie nur drei, vier Räume Die ich betreten kann Und die bin ich gerade fünfmal abgelaufen Und da war halt nichts Jetzt bin ich gespannt Wo habe ich den Zettel übersehen? Wie obvious war der Zettel platziert Wie dumm bin ich? Bestimmt hier irgendwo Maria stand mir die ganze Zeit hier im Weg Nee Hier ist es auch nicht Er guckt die ganze Zeit immer noch Das plüscht hier an Das haben wir doch schon geklärt Obwohl Kojima Konami verlassen hat Bin ich hyped auf das Remake Äh Kojima hatte nichts mit dem Original zu tun Hiervon Das ist kein Kojima Game Wenn du das meinst Ich bin fast tot by the way Und das Spiel wird auch von keinem Konami Studio entwickelt Sondern von äh Woher kommen Blobber? Polen? Blobben, die kommen aus Polen Wird ein polnisches Team gemacht Hier? Nee, doch nicht In zwei Hier war der Schlüssel Der Lapis Schlüssel Hier war das Girl Ja, dahinten ist die Piste Und da bin ich durch Du warst richtig? Hier ist irgendwo noch ein Zettel? Wo soll ich hier ein Zettel sein? Da wo die Zettel lagen Hast du Was eingesammelt? Du meinst Ich hab das schon dabei? Los Nee Drei Nadeln Von verschiedener Höhe stehen Deckel über den Mord Patientennackte Nee, das war das nicht Ist am Ende dann wirklich die 18-2 Kamion Junge Dankeschön Für die 5 Subs Vielen, vielen Dank Kuss An dich Einen dicken Schmatzer Dankeschön Vielen, vielen Dank Ein Kohlepapier Muss ich finden Im Examination Room Hier ist halt nur weißes Papier Oh mein Gott Ich hab die ganze Zeit Da rumgeklickt Mehrmals Und der hat immer nur Irgendwie das weiße Papier Anvisiert Jetzt visiert er die Maschine an Das ist eine Schreibmaschine Damit kann ich nichts anfangen Moment mal Was ist das? Es ist noch ein Blatt Kohlepapier In die Schreibmaschine Eingespannt Ich kann die darauf Hinterlassene Eindrücke lesen Ich kenne es Das Geheimnis Ich gebe ihnen etwas Um diesen Dämon zu bekämpfen Schutz suchen Ist zwecklos Er ist mein Instrument Der muss Meinen Befehlen folgen Ja Die Kiste ist jetzt nutzlos Darf das nicht vergessen 2731 Das ist gut Er ist jetzt am niedrigsten Auch ich Werde frei sein Und er wird mir dienen Ich bin ein Genie Keiner kann mich aufhalten Kann mich aufhalten Keiner kann mich aufhalten Mich aufhalten Okay Ja Wow Stark Äh Warte mal Wo war die Box? Die Box war ganz oben Im dritten Floor Vorhin standest du auch Vor der Schreibmaschine Und ich dachte Wir hätten das eigentlich Aber die war Im falschen Floor Ja die Schreibmaschine Sah halt auch so besonders aus Ich hab die mehrmals angeklickt Aber es kam halt nichts Bei der kam halt auch nichts Also dachte ich mir Okay Ist halt nicht Äh Ich muss hier rein Glaube ich Ja ich hätte ewig gesucht Ich hätte ewig gesucht Ähm Zwei Sieben Drei Eins Ah Okay Äh Nein Falsch Das sind ein paar Haare Ah Die machen wir jetzt Ein Haarbüschel Die kombinieren wir jetzt Mit dem Nagel Okay Okay Ich muss das auch dort Verwenden Okay Äh Wo war die Dusche nochmal? Äh War die hier in S3? Spalterfeuer Ich hätte mir damals schon längst Das Lösungsbuch Bei Saturn gekauft Die gute alte Zeit Mit den Lösungsbüchern Eine schreckliche Zeit Vor dem Internet Die war hier Dusch Raum Dusch Dusch Raum Die Haare das Als ob die Haare Das hinkriegen würden Ja obwohl So schwer ist das nicht Ne Der Schlüssel Schon recht Soll der recht leicht sein Ich hab den Schlüssel Zum Aufzug Aufzug Okay Rein da Wo fahren wir hin? Ich glaub ganz nach unten Eins Da waren wir in diesem Flügel Nicht Entschuldigung Damals gab es ja auch die Hotlines So Bei Bei Viele Spiele hatten ja immer so eine Hotline Wo man anrufen hätte können Entschuldigung Ich bin hier gerade in Teil 2 Und ich weiß nicht Wie ich weiterkomme Erstmal am Telefon klären Junge Erstmal am Telefon Versuchen zu erklären Wo ich im Spiel bin Das wäre eine Katastrophe Noch mehr Braunbären Oh da ist Laura Hab sie Laura? Wollt ihr dass ich eine Blutvergiftung bekomme Wegen einem rossigen Nagel? Eddie hat mir gesagt That big fat blabbermouth How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No I won't I was friends with Mary We met at the hospital It was last year You liar Laura I Fine Don't believe me But Last year Mary was already I'm sorry I'm sorry Laura Anyway Let's go Die kommen nicht mit Die hat eine Pfefferspray We can talk about this later James James Kindekum There are all sorts of strange things around here I can't believe you haven't even gotten a scratch on you Why should I? Wait, wait There's something I gotta get Later, okay But it's really important What is it? A letter from Mary Huh? I want to go get it Is that okay? Yes Yes I can't remember What the story of a girl Is it in there? Yeah In the back Ja, natürlich Ganz hinten Du musst näher an die Wand, James Nee, nee Ganz hinten Du musst ganz genau hinschauen It's further back In the deck Genau, ganz hinten Laura What are you doing? Oh, ist das der Bettgegner? Haha, I tricked you Open the door, Laura Why, shut up I'm a liar Right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Uh, please? Laura? Nee, it says please Okay I guess I won't open it I think I'll just leave you like this Hey, you snotty little brat Was? Öffne dich! Warum... du... du... Oh, Laura! Du bist du! Einer ist weg! Das ist ein schwieriges Cosplay. Wie bewegst du dich mit dem Cosplay? Okay, der Raum ist weg. Das Ding ist ja... Das Ding ist ja... Das ist so das Gerüst, ne? Da drin ist dieses... Und hier sind dann so die Beine. Und hier oben aber... guckt der Mund raus. Also die Position, in der du da drin bist... ist ja dann eigentlich mega schwierig, sich damit fortzubewegen, auf Dauer. Außer... der Mund hier oben, den machst du halt... nicht deinen eigenen Mund... sondern machst da wirklich auch so das Cosplay-Kram... Cosplay-Material, man kennt's, ne? Das legendäre Cosplay-Material... Bastelst da so einen eigenen Mund und klebst hier hin. Und du selbst... guckst dann halt irgendwie hier so durch. Aber dann sind deine Füße hier. und deine Hände sind ja dann hier so versteckt. Wie bewegst du dich dann? Es ist schwierig. Vielleicht Partner-Cosplay. Und einer schiebt dich oder so. Ich bin im Garten. Oh. Foam. Nein, das heißt nicht Foam, das heißt Cosplay-Material. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Die andere Welt. Die immer sehr braun ist. Sehr rostig ist. Sehr viel Gitter und sehr viele... graue Elemente halt. Das, was in den späteren Teilen komplett overused wurde. Okay, ich komm nicht mehr raus, Chat. Achso, ich muss wahrscheinlich den Knopf hier drücken, oder? Ich kann gar nichts machen. Raus. Lass mich wieder raus. Ich muss hier raus! Ich wollte Waffe wechseln. Ich wollte Waffe wechseln. Shut gun! Ich wollte eigentlich keine Shotgun-Munition verbrauchen. Ich wollte eigentlich keine Shotgun-Munition verbrauchen. Wenn du Gamescom kommst, mache ich dieses Füße-Cosplay-Deal. Ähm, gerne. Äh, geh, 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 geh. Hyuh, geh, geh. Häuh, geh, geh. Hast ihr zu grad geportet? Häuh, geh. Ich bin fast dead. Ich sehe irgendwie, die stand hier und dann hat sie sich weggebackt und ist dann da hängen geblieben und kam nicht mehr raus. Zu meinen Gunsten. Okay, hier geht es nicht mehr weiter. Das heißt, wir gehen in den Fahrstuhl, fahren mit dem Fahrstuhl hoch. Hier oben sieht das auch so aus, hier unten der Boden sieht auch so aus wie Adern. In der anderen Welt war hier alles auf Hütze. Hier sieht das aus wie Adern. Wo bin ich überhaupt? Bin ich ganz unten? Fahren wir mal zu zweit. Hier ist viel los. Baiten und dann bashen. Scheiße, der Bait nicht funktioniert. Okay, da sind viele Gegner hier. Die hat irgendwie eine besondere Farbe. Baiten und jetzt slashen. Verdammt! Ich kriege es nicht hin, die zu besiegen, ohne eine Schusswaffe zu benutzen. Also, ja, ich schaffe die zu besiegen, aber ich schaffe die nicht zu besiegen, ohne Damage zu bekommen, im Nahkampf. Auf den Boden, habe ich gesagt! Ja, die braunen, ähm, die braunen, äh, Nurses, die sind irgendwie tankiger. Die haben mehr Leben oder so. Die hatten einen härteren Job. Die mussten irgendwie alte Menschen pflegen, die sich immer vollgeschissen haben. Ein Kühlschrank. Da ist etwas, wie ein Kühlschrank aussieht. Öffnen. Deswegen einfach ausweichen. Ja, aber ich muss ja hier 20 Mal durchlaufen. Und dann muss ich ja jedes Mal irgendwie versuchen, auszuweichen. Das ist aber einfach weg. Das ist zwecklos. Die Tür ist so schwer, dass ich sie alleine nicht öffnen kann. Uh, muss ich jetzt hier Dinges finden? Wieder. Äh, Maria? Maria. Und dann müssen wir das zusammen öffnen. Okay, ich schaffe das. Ich schaffe jetzt, den Melee ohne Damage zu bekommen. Ah, der hat daneben gehauen. Das wäre perfekt. Aber der hat daneben gehauen. Das war fast gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das denn hier? Trockenzellenbatterie. Lagerraum. Schlüssel zum Lagerraum im Keller. Papier. Ich war eingeschlossen im Keller des Kellers. Es war so eng und dunkel und ich hatte solche Angst. Ich verlor meinen wertvollen Ring. Aber ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Okay. Das ist eine interessante Wand hier. Ja, ich glaube, in diesem wundervollen Raum sollte ich mit einer Shotgun reingehen, oder? Ja. Ich konnte nicht mal so schnell schießen. Nur dafür bin ich hier reingekommen? Wow. Ja, hat es sich nicht gelohnt. Ich bin reingekommen, um eine kleine Heilung zu holen. Und habe dafür Munition verschwendet. Hier, Trockenzellenbatterie. Ich fand es im Krankenhauszimmer. Ist nur eine ganz normale Trockenzellenbatterie. Was ist eine Trockenzellenbatterie? Was ist eine ganz normale Batterie? Oder ist die Trockenzellenbatterie, weil ich sie in einer trockenen Zelle gefunden habe? Junge, die Sounds sind so wuchtig. Ich habe das Gefühl, die waren damals auf der PS2 nicht so. Ich weiß nicht, ob das auch ein Teil der Enhanced-Mod ist. Aber es ist alles so geil wuchtig und knallig. Und... Das klingt alles so mächtig. Ich spüre richtig. Die Wucht dahinter. Patronen für die Pistole und ein Drink. Da liegt ein Fetzelpapier auf dem Boden. Es ist nur gekritzelt. Hm, was steht da? Sie ist ein Engel. Keiner weiß es nur. Ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie ihr aufgedunsene und hässliche Leichen ihre Sünden. Sie vernichtet die Sünden und Sünder gleichermaßen. Sie rettet mich. Sie ist ein Engel. Okay. Ich spüre dir gar nichts. Wieso sind die beide wieder gespawnt? Muss ich dreimal drauf treten? Weißt du was? Was weiß ich? Falls du mit Wucht dich auch laut meinst. Doch, das ist auf der PS2. Nein, nicht laut. Sie ist abgeschlossen. An der Tür ist das Gemälde einer Frau. Bizarrerweise erscheint die Hand auf dem Gemälde in 3D und steht hervor. Hallo Marco. Ich habe die ganzen Räume nicht gecheckt. Ich habe gegoogelt und Trockenzellen sind die kleinen Batterien. Nasszellen sind die im Auto zum Beispiel. Oh. Oh. Als ob die irgendjemand Trockenzellenbatterie nennt. Meine Fernsehfernbedienung geht nicht mehr. Kannst du mir mal kurz eine frische Trockenzellenbatterie rüberreichen? Nee, sorry. Wir haben gerade nur noch Nasszellenbatterien. Hier sind leere Medikamentenflaschen. Hat Maria die genommen? Ist Maria jetzt auch krank? Was ist das für ein Atmen hier? Maria atmet mir in mein Ohr rein. Oh, Speicherpunkt. Junge, also die andere Seite ist ja komplett voll mit Krankenschwestern. Holy shit, wie viel Muniz... Oh, ich habe 172 Schuss. Leute, wir mähen die ganzen Krankenschwestern jetzt nieder. Ich habe da einen Raum übersehen. Ich glaube, das war der hier, ne? So, Abfahrt. Was? Lauter. Zu. Hier ist offen. Okay. Wir müssen auch noch irgendwie in den Keller. Für einen Lagerraum. Nice, noch mehr Munition. Die Musik. Dragen Garde. Dragen Garde 1. Weißt du, bei Dragen Garde machen sich alle darüber lustig. Aber bei Silent Hill... Oh, Preach. So geiler Soundtrack. Oh mein Gott. Aber bei Dragen Garde... Ne, was ist das für ein Trash? CD hängen geblieben, lol. Alles Hater. So. Ich bin hier fertig, ne? Ja, wir können ins Treppenhaus und dann gehe ich mal direkt in den Keller. Okay, wieso ist das Gebäude auf einmal so riesig? Auf einmal ein Turm. Was ist das auf dem Boden? Das ist ein Regal. Es scheint nichts darauf zu sein. Aber dahinter. Sieht aus wie so kleine, abgeschnittene Holzstücke. Gab's in Silent Hill zwei Pyramid Hats? Das ist das Pyramid Hatspiel, ja. Hier wurde Pyramid Hats zum ersten Mal eingeführt. Das ist unsere Geburtsstunde. Mary? Oh, Maria. Es ist du. Ich dachte, du war... Entschuldigung. Insofern, ich bin glücklich, dass du hier bist. Insofern? Was bedeutet, insofern? Du bist nicht sehr glücklich, dass du mich verletzt hast. Ich wurde fast getötet da hinten. Warum hast du nicht versucht, mich zu retten? Sully, ich glaube? Ja, da... Da hat die Emanzipation plötzlich wieder ihre Grenzen, ne? Sie ran away. We've got to find her! You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason... I feel like it's up to me to protect her. Okay, da ist der Ring. Ich habe den Kupferring. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen. Ah, vielleicht der Statue. Die ihre Hand so ausgestreckt... Äh, der Statue der Tür, die ihre Hand ausgestreckt hat. Den Ring aufsetzen. Dann geht die Tür auf. Okay. Mäuse? Make-up sitzt natürlich. Das ist das Wichtigste. Auch in einem Horrorszenario. Hauptsache... Hauptsache, man sieht gut aus. Slay. Immer bereit zum Slayen. Hey, Nikani. So, kann ich noch auf dem Rooftop? Gibt es da ganz oben noch was? Oder ist auch zu? Ist auch zu, okay. Dann, I guess, geben wir den Ring. Der Tür. Wo war die Tür nochmal? Die müsste, glaube ich, hier gewesen sein, ja. Dann gehe ich nach hier hin. Bin ich von hier aus gekommen? Nein. Okay. Die ignorieren wir auf einmal eiskalt. Ich habe den Kupferring auf die Hand der Frau im Gemälde angelegt. Nein, das ist wirklich kein Rhein. An der Tür ist das Gemälde einer Frau. Bizarrerweise erscheint... Nee, darf ich nicht rein? Hat er nicht gerade aufgeschlossen? Sie ist abgeschlossen. Ich brauche noch einen Ring. Scheiße. Ja, gestern fahren wir weiter hoch, ne? Verdammt. Was fehlt mir denn, Mann? Ich bin gerade von meiner Firmenfeier zurück. Zu viele Menschen. Äh, ich hasse Menschen. Voll schrecklich. Äh, ich bin Misanthrop. Ich bin ein Mensch. Oh. Ich glaube, dann mag ich doch Menschen. Verdammt. Wo habe ich denn was übersehen? Ach ja, ich kann ja jetzt mit dir zum Kühlschrank gehen. Natürlich. Bisschen Musik. Hey, das ist ein Mensch. Hey! 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 Are you ready to play? Three, four, three! Ok! Here's your first question! Merry Go Around, Haunted House, Roller Coaster, Ferris Wheel and Teacup! Silent Hill is home to a thrilling amusement park that both children and adults love! The question is, what is the name of this amusement park? One, Fantasy Rat Nee. 2. Silent Hill Amusement Park. 3. Lakeside Amusement Park. Ja, das ist ja das. Ok, schnell auf die Frage Nummer 2. Silent Hill hat einen grossartigen Verlust ein paar Jahre lang vor. Ein Bruder und Schwester spielten in der Straße, als sie verletzten und schockten mit einem Axt. Bored fish, smashed bones, flattered blood, and finally flittered heaters. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. Now the question. What was the name of the murderer who committed this vile act? 1. Walter Sullivan. 2. Scott Fairbanks. 3. Eric K. 1. Now for our third and final question. Ok. South of the lake is a deserted old neighborhood called Southvale. From there to Palevale, the central resort area northwest of the lake, there's only one road you can take. Just one road and no more. The third and final question is, what is the name of that road? 1. Bachmann Road. 2. Rindel Street. 3. Nathan Adams. Good job. That's the avenue. That is it. Well that's the last of our question. Have you got it all figured out? When you know the answers, head to the storeroom on the third floor, to collect your prizes. But be careful if you're wrong. Well then everybody, thanks for tuning in. See you again sometime! Bye bye! Was war das? Äh, cool! Ja, mal gucken ob ich das so richtig habe. Ich meine, ich kann ja auch auf die Kart einmal schauen. Für die letzte Frage. Da, die Nathan Avenue. Das hatte ich richtig gehabt. Das andere ist auf jeden Fall Walter. Und die erste Frage war mit dem Vergnügungspark. Lakeside Amusement Park. Junge, ich habe ja wirklich alles richtig gemacht. 313, ja. Boah, ich bin einfach Silent Hill. Ich bin einfach Silent Hill, Chad. Du kannst es nicht öffnen? Ja, Maria. Ja, du hast auf jeden Fall, das stimmt. Du solltest hier der große Mann sein. Wie ist eine kleine Mädchen wie ich? Du solltest helfen? Was ist das? Nicht sehr süß, ist es? Du, James. Du gehst es. Danke. Bleiring. Bleiring. Vorhin noch die ganze Zeit so flirty und auf einmal so eine miese Sau geworden. Sorry, dass du dich verlaufen hast. Ähm, ja, dann müssen wir wieder runter. Äh, wieder hoch meine ich. Und dann den zweiten Ring. Und dann können wir rein. Und da muss ich dann wahrscheinlich gleich das Rätsel auflösen. Sorry. Da liegt ein Umschlag auf dem Boden. Er enthält ein schwer zu lesendes Schreiben. Ich nahm den Schlüssel vom Direktor. Den Fursmuseum. Ich habe ihn hinter der betenden Frau versteckt, als ich für den Tagesausflug rauskam. Ich habe ihn genommen, aber ich habe ihn nicht gestohlen. Ich bin kein Dieb. Genau, Chad. Wenn ihr etwas nur nehmt, nicht stehlt, dann ist es kein Diebstahl. Weil ihr habt es ja nur genommen. Da sind zwei komplett unterschiedliche... Okay, da geht es ziemlich tief runter. Das ist die Mario-Treppe. Mario 64. Gleich kämpfen wir gegen Bowser. Was ist das? Was ist das? Ah, das ist ja der Pyramiden-Mann! Kann sie bitte rennen! Ja renn doch! Der Mess hat die einfach weg und die spaziert. Oh ja, okay, RIP! Der Opfer müssen gebracht werden! Nein! Nein! Bad Ending! Maria! Hätte man das verhindern können, Chad? Nein! Nein! Ist fest! Okay! Ich bin ganz gut... Ich bin ganz schön. Nicer song. Keine Toilette? Da ist ein Schlüssel. Okay. Schlüssel für irgendein Gebäude bei der Lindsay Street. Da steht auch irgendwas geschrieben. Er, der nicht kühn genug ist, um über den Abgrund hinweg angestarrt zu werden, ist nicht kühn genug, um selbst hineinzustarren. Was? Er, der nicht kühn genug ist, um über den Abgrund hinweg angestarrt zu werden, ist nicht kühn genug, um selbst hineinzustarren. Okay. Die Wahrheit lässt sich nur erfahren, indem du weitergehst. Folge der Karte. Da ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Okay. Ich habe sie auf meine Karte übertragen. Ich habe den Schlüssel zur Eingangshalle des Krankenhauses. Okay, wir können abhauen. Kathi! Ich habe sie auf meine Karte übertragen. Ich habe den Schlüssel zur Eingangshalle des Krankenhauses. Vorsicht, aber hier ist Horrorzone. Lieber Raid, das ist hier Horrorzone. Passt lieber auf. Ich übernehme keine Haftung für jegliche Albträume. Sehr krass, ja. Silent Hill 2, das ist das gruseligste Spiel aller Zeiten. Hier stehen Bücher bei Medizin. Die Stadt und diese Gegend. Seht ihr? Reicht zu viel versprochen? Bücher. Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen und das alles zu lesen. Ja. Und dann wird es rot. Was ist auch rot? Genau, Blut. Und Blut steht für tot. Weil tote bluten. Ich denke mal, hier ist alles zu, ne? Ich habe ja den Schlüssel für den Ausgang bekommen. Ich denke mal, wir können uns hier verziehen. Ist das der Teil mit dem Karussell? Nee, das war der, der dritte. Das ist der Teil mit dem Pyramidenkopf. Maria ist tot. Ich konnte sie nicht beschützen. Und wieder konnte ich nichts tun, um zu helfen. Wieder. Laura ist einfach weggerannt. Mary, was soll ich nur tun? Wartest du wirklich irgendwo auf mich? Oder ist das deine Art, um? Ich werde Mary finden. Das ist das Einzige, was mich noch hoffen lässt. Da hatte ich als Kind voll das Trauma von. Von einem Karussell? Ach, vielleicht mit Karussell meinst du vielleicht Silent Hill 1. Wo es einen Bosskampf gab im Karussell. Das meinst du bestimmt. Das war Silent Hill 1. Weil ich glaube, das Karussell in Silent Hill 2, das war nicht gruselig. So, ja, wir checken jetzt ein paar Sachen ab, ne? Hier im Rosewater Park, da hieß es ja, ein Schlüssel hinter der Statue. Ich denke mal, das ist das da. Da gehen wir zuerst hin, ne? So, jetzt ist ja Maria weg. Jetzt muss ich hier nicht mehr kloppen, ich renne durch. Gab es in drei auch, oder? Da war, glaube ich, kein Bosskampf im Karussell, oder? Also, da war natürlich auch dieser Freizeitpark-Thematik und so. Aber ich glaube, da gab es kein irgendwie Bosskampf im Karussell. Ich kann mich nicht an ein gruseliges Karussell erinnern. Oh, ich komme nicht mehr zurück. War da der Boss nicht in... Ne, ne, die nicht meine ist wirklich dieser Sibyl-Boss-Fight gegen die Polizistin. Im ersten Teil. Den meine ich gerade. Bei drei erinnere ich mich gerade an keinen... Boss-Fight. Ja, glaube ich, diese Polizisten. Ja, das war definitiv der erste Teil. Das hat auch dann darüber entschieden, ob du ein gutes Ende bekommst oder ein schlechtes Ende bekommst. Sibyl. Oder wie die hieß. Aber er hatte drei einen Karussellkampf gegen eine Polizistin. Ja, das sind alle. Achen bitte. Okay. Also, da sind wir los. Ich muss mich, dass die Flaschen, das sind nichts zu tun. Ich muss mich nicht, dass es Leben oder wie die Flaschen gibt. Ich muss dich nicht so tun. Also, das ist es nicht so. Also, dass du das in der Rache gut NOR puppy. und das ist das in der Brache. lang? Und dann da hoch? Was ist hier auf dem Parkplatz? Gar nichts. Gegen sich selber quasi. Das ist der absolute Horror. Der Kampf gegen sich selbst. Ja. Vor Silent Hill kannst du fliehen. Ich mach's aber das Spiel aus. Aber vor dir selbst kannst du nicht fliehen. Gab's hier auch einen Katana-Chat? Im dritten Teil gab's dann Katana. Gibt's hier auch einen Katana? Okay, hier komm ich auch nicht lang. Dann I guess gehen wir unten lang. Hier geht's auch nicht lang. Hier rein. Als Katana habe ich im dritten Teil gefühlt. Das war nice. Was einfach so skurril ist. Einfach mit einem Katana zu kämpfen. Ich hasse, dass mein Raum so heiß ist. Das liegt ja in dir. Du bist einfach viel zu heiß. Okay, ich hab den Weg gefunden. Was ist das für ein Geräusch? Unter mir. Ekelhaft. Junge, Junge, Junge. So, Woodside Apartments nicht dahin. Wir müssen hier dahin. Zu Letter und Branch. Zu Lincey Street. Da müssen wir hin. Oh, kann ich den Wohnwagen rein? Bisschen schlafen? Oh, ich kann da rein. Ja. Da liegt eine Notiz auf dem Sofa. Ich warte in Bar Neelys. Okay. Habe ich vor Wochen durchgespielt auf meiner PS2? Oha. Auch jetzt hyped auf das Remake? Boah, das Spiel ist so real. Ist der Spiel der 2001 Kampf gegen dich selbst im Karussell? Das war crazy shit. Ich weiß, ich glaube nicht, dass damals Silent Hill 2 für seine Grafik gelobt wurde. Ich glaube nicht. War, glaube ich, sogar ein recht Early-Piece-2-Spiel, ne? Die Krankenschwester sind draußen unterwegs? Ich dachte, die sind nur im Krankenhaus. Das heißt, die werden jetzt auch noch in anderen Dungeons kommen. Ja, ich habe auch die PS2-Version als erstes gespielt vor irgendwie vier, fünf Jahren. Und das sieht natürlich sehr, sehr viel hochauflösende und schön aus. Ist aber auch eine Mod, damit das so aussieht. Ich weiß nicht, wie es aussieht. So, hier kann ich irgendwo rein. Hier. Schraubenschlüssel und ein Brief Oder vielleicht bist du ein Narr. Die Wahrheit verrät die Menschen im Allgemeinen. Ein Teil dieses Abgrunds ist in der alten Gesellschaft. Der Schlüssel zur Gesellschaft liegt im Park. Zu Füßen der betenden Frau, unter der Erde in einem Kasten. Um ihn zu öffnen, brauche ich einen Schraubenschlüssel. Meine Patient hat ihn dort vergraben. Ich wusste es. Ich habe aber nichts unternommen. Ich war beunruhigt, so ein Ding in der Nähe zu haben. Ich suchte nicht nach der Wahrheit. Ich suchte nach Ruhe und Gelassenheit. Ich habe auch dieses Ding gesehen. Ich floh. Aber das Museum war auch abgeriegelt. Jetzt wagt niemand mehr, sich diesem Platz zu nähern. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, dann bete ich zu Gott, dass er deiner ewiger Seele gnädig ist. Ist das ein Brief von Mary, Chad? Oder von wem soll der Brief das sein? So, wir laufen jetzt zum Rosewater Park. Dort graben wir den Schlüssel aus. Und dann können wir, glaube ich, zum Boot. Zum Bootsverleih. Und dann leihen wir uns ein Boot aus. Und schwimmen rüber. Ja, ich habe meines Erachtens zwei Versionen auch recht günstig bekommen. Ich habe sogar irgendeine Special Edition gehabt mit so einem Booklet. Und da sind irgendwelche DVDs drin oder so. Die habe ich auch recht günstig bekommen. Ich weiß gar nicht, wie die Preise momentan sind, aber ja. Der Brief ist von mir. Lüge. Da waren Wörter drin, die kennst du gar nicht. Äh, lag der schon immer hier? Notizblock auf dem Boden. Ich werde alles niederschreiben, was ich bisher erfahren habe. Vielleicht hilft dir das irgendwie. Wenn du dies liest, dann bin ich wahrscheinlich tot. Du hast nichts geschrieben. Du hast absolut gar nichts geschrieben. Was für Tipps. Was für Notizen. Ich konnte doch hier in die Straße gar nicht rein, oder? Hä? Ich bin so verwirrt gerade. Nee, hier weiter. Und dann vielleicht da hinten, Nabil? Ich hole die leeren Milchflaschen ab, hier. Junge, wie viel Loot es hier gibt, ne? Ich bin einfach unsterblich. Komm, noch eins. Kann mich gar nicht erinnern, dass man so viel Loot hatte hier in dem Spiel. So, irgendwie bin ich komplett falsch gelaufen. Lol. Verdammt. Boah, jetzt so ein Fahrrad, ne? Silent Hill 2 mit Fahrrad. Einfach durch Silent Hill jetzt mit so einem richtig geilen Bike durchdüsen. So, hier rein wollte ich. Genau. Mit der Making-of-DVD? Ich glaube schon, ja. Da war irgendwie so ganz viel Kram drin. Hab ich irgendwie auf Rebay gekauft, vor irgendwie fünf, sechs Jahren. War recht günstig. Hier durch. Junge, Segway. In einem Remake, das wäre stark. So, ich hab's fast in den Park geschafft. Der müsste jetzt hier schon sein, oder? Ja. Der Segway hat schon im anderen Remake gut funktioniert. So, hier ist jetzt irgendwo eine betende Statue. Und da muss ich was ausgraben. Ich hoffe, ich brauche dafür keine Schaufel, weil ich hab keine. Ich weiß nicht, wie James dazu steht, jetzt mit den Händen ein bisschen zu graben. Ob er sich zu fein ist. Weil er frisch gemachte Nägel hat. Ich bin vorbeigelaufen. Wo ist die Statue? Slippery. Ey. Wo ist die Statue? Ey, so klein kann die doch gar nicht sein, oder? Dass man die jetzt hier die ganze Zeit übersieht, oder so? Ah, hier. Hab sie. Der Boden ist nur hier erhöht. Könnte etwas drunter sein? Ja. Oh, er macht's mit Händen. James fasst in ekelige Toiletten. Der ist sich für nix zu fein. Beim Müll schon. Beim Müll konnte er den Müll nicht selber mit der Hand runterdrücken. Bei ihm zu ekelhaft. Da musste er erstmal ein zigster Dosen holen. Okay, der kleine Metallkasten ist mit Bolzen verriegelt. Ich kann den Deckel nicht öffnen. Alles gut, alles gut. Ich bin bereit für alles. Oh, yeah. Delirium. Dankeschön für zehn Monate. Ich habe den alten Bronzeschlüssel. So, und damit gehen wir jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, da nach Silent Historical Society. Das ist ja irgendwie so ein Museum. Und irgendwie in dem Museum, hinter dem Museum, was auch immer, ist dann auch ein Boot. Und dann, weil unser Ziel ist ja eigentlich, ne, da hinten, das Lakeview Hotel. Und dass wir danach irgendwie nach dem Museum das Boot bekommen und dann darüber. Moment, hier gibt es auch Boote, glaube ich. Aber hier kann ich nicht weiter. Ja, so mal so ein bisschen nachts schwimmen, ne. Da kann man auch schön nackt reinspringen. Ein bisschen rüberschwimmen, James. Ja, du kannst dich hier hinlegen, Bjarke. Werde ich jemals diesen Ort hier verlassen? Ja, okay, da. Bjarke, hinlegen, ich sehe nichts. Apropos Trockenzellenbatterie. Ich habe die ja immer noch. Sieht aus wie Batterie vom gleichen Typ wie in der Taschenlampe. Ich musste die gar nicht im Krankenhaus benutzen. Das war irgendwie dort kein Schlüssel-Altern. Ich denke nicht, dass das so funktioniert, ey. Ich glaube, so funktionieren Taschenlampen. Ich bin zwar jetzt kein Taschenlampe-Profi, aber das klingt nicht richtig. Boah, da so einen geilen Twitch-Banner von mir für meinen Stream. So, ich bin angekommen. Du wusstest nicht mal, was eine Trockenzellenbatterie ist. Ja, aber jetzt weiß ich es. Und was ändert das jetzt an meiner Frage? Gar nichts, genau. Okay, Museum. Dann lass uns ein bisschen bilden. Okay. Hier ist ein Foto von einem sehr tiefen Loch. Was könnte das sein? Dieses Foto zeigt den Direktor des alten Brookhaven Hospitals. Es scheint ein sehr bekannter Person in der Stadt gewesen zu sein. Hier hängt ein Foto. An diesem Foto ist nichts Besonderes. Okay. Das ist diese Tröte aus Minecraft, die Maeve immer benutzt hat. Maeve ist da unten. Der wartet auf mich. Oh, okay. Sick. Das im Schlafzimmer beim Bett kommt hart, oder? Nebliger Tag. Nachlass des Urteils. Das ist der. Hier hing wahrscheinlich mal ein Bild. Ja, I guess wir gehen in das scheiß Loch rein. Es geht wieder tiefer. Down the rabbit hole. Again. Wir haben gleich schon 0 Uhr. Junge, was ist mit der Zeit passiert? Der Song kommt in so Phobia-Compilations vor. Du meinst, diese Tröte hier gerade? Was meint ihr, was war das für ein Tier, was die aufgenommen haben? Das ist auch safe ein Tier, oder? So ein Nilpferd oder so. Song. Ja, Song. Das ist aber keine Ahnung von Musik. Hier liegt irgendein Dokument. 11. September 1820. Häftling Nummer C, 221. Den Rest kann ich nicht lesen. Was ist das? Herr der Ringe? Wahrscheinlich ist die Tröte, die Maeve benutzt hat, auch von Herr der Ringe. Der Sound kommt wahrscheinlich von Herr der Ringe. Boah, Chat, ich weiß nicht, wie groß das hier ist. Das Gebiet hier. Ich kann mich an diesen Party auch gerade gar nicht erinnern. Absolut keine Ahnung, wo ich bin. Ja, aber ich habe ja dich. Ich werde hier nichts übersehen, oder? Nee, aber wenn wir jetzt schon 0 Uhr haben und ich jetzt hier aus ein frisches, neues Gebiet reinkomme, wo ich wahrscheinlich irgendwie 2-3 Stunden brauchen werde, okay, vielleicht nicht 3 Stunden, aber vielleicht irgendwie so 1,5 Stunden oder so. Ich weiß nicht, ob das zu spät ist. Da ist das Loch vom Foto. Das Loch ist dunkel und ich kann nichts sehen. Runterspringen. Wir sind noch fit. Sicher? Ey, das ist die PC-Version. PC-Version mit einer Mod. Ich bin gefangen im Brunnen. Es ist nur eine Wand. Pio, wie, du musst zur Arbeit. Das ist dein Weg zur Arbeit? Runterspringen in einem Brunnen? Äh, die findest du nirgendwo offiziell. Entweder du kaufst irgendwo gebraucht oder du setzt ein Segel. Dir wird nirgendwo mehr offiziell verkauft. Keine Online-Shops oder so. Ähm. Ah. Daran kann ich mich unmöglich hochklettern. Also, dieser Fleck fühlt sich anders an als eine normale Wand. Ob ich sie wohl durchbrechen kann? Okay. Oh. Also, ich hab mein Spiel legal erwirtschaftet. Ey, der lebt noch! Von hinten. Backstep. Das Finanzamt stand auch heute Morgen bei mir vor der Tür und hat gesagt, wo hast du deinen Silent Hill her? Oh, Schlüssel. Ich hab den Schlüssel mit Spiraltext. Abgeschlossen. Ich bin verloren, Jet. Die haben mich eingesperrt, die Schweine. Ich habe den Schalter gedrückt, aber nichts passiert. Für die Taschenlampe, meint er. Chat, ich bin gefangen. Ich mach hier halt an. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Da war was. Nee. Da. Er sticht da so rein, als wäre da wieder eine Wand zum Kaputtmachen. Das sind Gegner eigentlich, dachte ich. Hier in dem Raum? In dem engen Raum? Guck mal, er sticht da so rein, als würde die Wand da kaputt gehen können. Okay, ich hol meine Wumme raus. Wo sind meine neuen Millimeter? Mach auf! Ich hasse euch. Normalerweise kannst du, glaube ich, einen Lichtschalter finden. Nee, hier ist kein Lichtschalter. Das ist auch schon. Radio. Lautstärke. Das Radio geht noch lauter. Holy shit. Mary, kannst du mir helfen? In my restless dreams I see the town Silent Hill. Ich bin gefangen. Dieser Raum erinnert irgendwie an eine Zelle, aber auch sehr trocken da drin. Was? Ist das jetzt irgendein unterschwelliger Hinweis? Ich kann nichts nass machen oder anzünden. Er sagt aber auch nichts. Abgeschlossen. Das war laut. Die Taschenlampe ist leer. Ist das Chansa? Wie soll man da drauf kommen? Boah, Chet. Wie, wie würdet ihr, wie würdet ihr reagieren? In diesem Raum? Junge, ich würde so durchdrehen, ne? Bitte. Ich bin da irgendwie eingesperrt. Was ist das? Die sind halt viel zu schnell. Boah, ich imagine, ich würde hier ohne Heilung kommen. Hä? Unschaffbar. Ne, ich kann nicht einfach gehen. Die Tür ist halt abgeschlossen. Okay, jetzt komme ich an den Code ran. Junge. Junge. Was war das denn? Junge, was ein ekelhafter Raum. Holy shit. Und wir gehen tiefer, Chad. Das war pure Lebensfreude. Boah, ich wüsste nicht, was ich in diesem Raum machen würde, ne? Wäre ich da wirklich eingesperrt im echten Leben? Boah, keine Ahnung. Ich würde die essen einfach. Dann hätten die Respekt vor mir. Lieber würde ich mit solchen Krankenschwestern oder so eingesperrt sein. Eddie! Altes Haus. Okay, was ist dann mit Eddie auf einmal los? You, you killed him? But, but, but it wasn't my fault. He, he made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Aber Carl. Yeah, why not? Till now, I always let people walk all over me. Man töten keine Menschen. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. Dog? I was just joking, James. He was dead when I got here. Honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie? Es ist eine Leiche. Der Körper ist mit Einschusslöchern überseht. Überseht, okay. Es waren einige Schüssel mehr. Nee, für Eddie gibt es keine Pizza mehr. Ich kann mich an dieses Gebiet hier gar nicht erinnern. Wo bin ich hier? Tafelgefräßiges Schwein. Stark. Auch geil. Einfach im Raum ein Foto von dem Raum aufhängen. Ist auch stark, oder? Wenn man keine Ahnung hat, was man für Bilder, was man für Deko aufhängen soll. Fotografiere einfach den Raum und häng das Foto auf. Das ist ein Statement. So, was haben wir hier für Gegner? Gegner. Das Gebiet ist ja mal mies ekelhaft. Schreibtisch liegen Dokumente. Sie haben aber nichts mit mir zu tun. Alle Türen gehen diesmal. Haut er denn hin? Schon wieder? Mach das in deinem Streaming zu einem neuen, in der neuen Wohnung. Oh, ich erinnere mich dran, Chad. An diesen Moment hier. Äh, Smonpon. Dankeschön für 30 Monate. Beten, dass Remake gut wird. Ja, ich hoffe auch, das wird gut. Und wenn nicht, wir haben immer noch das Original. Ich kann mich an diese Stelle erinnern, weil ich ein Großteil dieses Gebietes ohne Karte abgelaufen bin. Und die ganze Zeit die Karte gesucht habe. Und dann irgendwie voll spät diese Karte hier gefunden habe. Das war Pain. Ich verbinde mit diesem Gebiet sehr viel Schmerz. Der ist auf der anderen Seite ein Feuerzeug. Sehr viel Schmerz. Ich habe hier sehr viel Zeit verbracht, glaube ich, damals. Und hier das Feuerzeug jetzt, ja? Das Feuerzeug. Junge, es gehen hier alle Türen. Ich klopfe an die Tür, aber niemand antwortet. Das haben so viele Spiele nachgemacht. Ich wusste, dass das kommt. Ohne, dass ich mich daran erinnern kann. Das haben so viele Spiele nachgemacht. Diesen Moment, ne? So viele, jedes zweite Horrorspiel, wo du in die Toilette gehen kannst. hat diesen Moment. Wieso geht hier jede Tür? Ja, das ist so viele Spiele. Ja. Er dodged einfach, Chad. Er dodged. Er dodged. Und was hast du hier so krasses übersehen, Lara? Dass du hier so stuck warst? Ein Key-Item? Oder was hast du übersehen? Eine Notiz? Es geht jeder Raum. Jede Tür funktioniert. Ich werde hier niemals rauskommen. Ich habe ein Jagdgewehr. Ach du Scheiß. Okay, Jagdgewehr. Ein Item. Hier ist ein Magazin. Habe ich noch nie gesehen. Wird wohl ein lokal herausgegebenes Magazin sein. Toluca Lake. Die wichtigste Touristenattraktion der Stadt. Dieser klarer, prachtvoller See hat jedoch auch eine andere Seite. Es mag wie eine typische Gespenstergeschichte anmuten, auf die man in vielen alten Städten überall im Lande stoßen könnte, aber in diesem Fall ist die Legende wahr. An einem nebligen Novembertag im Jahre 1918 kehrte die Little Baroness, ein Schiff voller Urlauber, nicht in den Hafen zurück. In einem Zeitungsartikel der damaligen Zeit heißt es nur, sie ist wohl aus irgendeinem Grund gesunken. Trotz einer gründlichen Suchaktion wurde bis heute weder Teil des Schiffes noch einer der 14 Körper von Passagieren oder Mannschaften geborgen. 1939 ereignete sich ein noch seltsamer Vorfall. Es wurden viele Seiten herausgerissen. Viele Leichen ruhen auf dem Grund des Sees. Ihre knochigen Hände recken sich den Schiffen entgegen, die über sie hinwegfahren. Vielleicht greifen sie nach ihren Kameraden. Sie sind durch ein Portal in die Anderswelt gereist mit dem Schiff. Jo, gute Nacht, Jubi. Es lag auch an einem Ort, der mir aufgefallen ist, aber ich habe es einfach nicht aufheben können. Irgendwie bis ich nachgelesen habe und dann ganz sicher war, dass dort was liegen muss. Ja, also quasi sowas ähnliches, wie ich das gerade im Krankenhaus hatte, ne? Mit dem Kohlenzettel. Geht die Luke hier auf? Ach, hier brauche ich einen Griff oder so. Da ist eine Abdeckung auf dem Boden, aber ich kann sie nicht öffnen. Da ist nur eine Vertiefung, wo früher ein Griff war. Irgendwie eine Brechstange oder so brauche ich hier. Hier sind noch Türen, die ich nicht aufgemacht habe. Auf der anderen Seite. Okay, dann muss ich wieder auf die rüber. So, bin ich wieder hier. Und hier gibt es jetzt noch einiges. Also da ist zu, da kommen wir später dann wahrscheinlich mit dem Schlüssel. Da unten sind noch zwei Türen, die ich noch checken kann. Und hinter mir kann ich nicht. Also muss ich wahrscheinlich... Oh, hier. Der ganze Gang hier noch. Den habe ich gar nicht gecheckt. Ja, ich laufe mal den Gang durch. Ist zu. Aber hier nicht. Achso, hier komme ich her. Okay. Dann gehen wir hier rein. Dodge, von hinten, drauf. Dodge, von hinten, von vorne, Damage bekommen, dann drauf. Oh, der Stich. Kann ich das... Kann ich den Stich kontrollieren? Ich dachte, der ist random. Doch nicht. Ich glaube, der Stich ist random. Alles zu. Ich habe eine Wachspuppe. Überall auf dem Boden und im Bett liegen. Bücher... Was ist das für eine Stimme? Schwarze Magie aus dem Abgrund. Wiederauferstehung der Toten. Die Chronik des Agrippa. Manuskript der Eisernen Ringe. Ich schätze, ich sollte mir darüber nicht zu viel Gedanken machen. Ja. Einfach weitergehen. Das klingt wie, als würde jemand sagen... Joshua. Joshua. Diese roten sind... Dieses Symbol, aber in rot. Ich glaube, das war das immer der Savepoint in Silent Hill 4. Joshua. Die Puppe hast du nicht einsammeln können. Das war dein Problem gewesen. Eine in Wachs geschnitzte Puppe. Sie lag in der Zelle. Oh, ich erinnere mich, Chad. Das war super weird. Aber ich erinnere mich. Man musste irgendwie diese Puppe... mit dem Feuerzeug... einschmelzen... in diesen Griff. Das war irgendwie so richtig skurril. Wir haben ja gerade diese Platte auf dem Boden gefunden, die ein Loch hat. Und man musste dieses Wachs da reinschmelzen. Und dann irgendwie ein Altem reinstecken. Und dann trocknet das Wachs. Und du hast dann einen Hebel. Das war so ein ganz skurriles Rätsel. Da weiß ich nicht, da musste mir Chad helfen. Hier liegen blutbefleckte Kleidungsstücke. Manche mögen das ja, aber ich hasse es, wenn man überall hin kann. Ich kann mich nicht entscheiden, wo ich als erstes hin soll. Ja, kenne ich, kenne ich. Mich stresst sowas auch. Kenne ich. Wenn ich zu viele Möglichkeiten habe. Aber wenn ich zu wenig Möglichkeiten habe, dann... sage ich am Ende... Oh, das Spiel war aber ganz schön langweilig linear, ne? Okay, ist das für ein großer, leerer Raum? Oh, hier kommen die Platten. Ich habe eine. Und dann hänge ich mich hier auf. Credits. Was ist das für ein Geräusch? Es klang, als wäre irgendjemand vorbeigelaufen. Ich habe alles gehabt, nur nicht das Wachs. Oh Mann. Ja, ich glaube, mein Problem war damals wirklich, dass ich dieses Rätsel nicht gecheckt habe. Dass man das so einschmelzen muss. Ich glaube, das war damals mein Problem. Ah, komm. Er trifft mich. Er drückt. Er geht einfach einen Schritt nach hinten. Komm schon. Ah, ich heile mich wieder. Warum sind wir nochmal an diesem komischen Ort? Äh, weil uns ein Briefchen geführt hat. Weil wir hier einen Weg finden, um zum Hotel zu kommen. Weil unser Ziel ist eigentlich ein Hotel. Weil das vielleicht der Verabredungsort ist. Mit seiner Ehefrau. Junge, diese Tröpfe. Tropfgeräusche. Und wir haben einen Hinweis bekommen, dass wir hier durch müssen, um da hinzukommen. Also ich denke mal, weil hinter diesem Gebäude ein Bootshaus oder so ist. Oder der Bootsverleih ist. Ah, da unten komme ich gar nicht hin. Und wir wahrscheinlich mit dem Boot dann rüber, rüber paddeln. Über den See. Die drei Jahre lang tot ist. Not klein. Ich würde das krass finden. Ja, ich denke mal, James kommt halt seit drei Jahren nicht wirklich darauf klar. Dass das passiert ist, was vor drei Jahren passiert ist, ne. Und plötzlich kriegt er halt einen Brief, wo drin steht. Yo. Ich bin's, deine Frau. Komm vorbei. Okay, ist das ein Hinweis? Eins, drei, zwei. Also links steht einer, in der Mitte stehen drei und rechts stehen zwei. 436 Zuschauer bei einem Konzert. Okay. Brennender Mann. Vielleicht ist das ein Hinweis für später, für die vierte, für die drei Tafeln. Was ist dieser Stimme? Wer ist das? Da ist die zweite Tafel. Unterdrücker. Hier ist ein Magazin, wie es wirklich interessant ist. Eisenstangentür ist fest verschlossen. Ich kann es nicht aufbrechen. Ja, stark. Ich bin gefangen. Kommen jetzt wieder überall Insekten aus den Bänden. Hopp. Geht wieder. Hat nur geklemmt. Dass der auch nicht sagt, Monsterorte, ich würde, Monster-So-Orte, ich würde längst wieder nach Hause gehen. Ja, du. Du bist aber auch nicht James. Du bist ja auch nicht James. Und der ist ja auch hier jetzt mittlerweile in einige andere Dinge verwickelt. Wie zum Beispiel dieses kleine Mädchen, was hier hilflos umherrennt, der ihr ja jetzt helfen möchte. Da sind ja jetzt einige Sachen dazugekommen, ne? Weshalb der Mann jetzt nicht einfach wegläuft. Er ist ein Held. Ähm. Ja, ich habe da eine Tür übersehen. Und ansonsten. Weiß nicht, ob ich jetzt das schon mit dem Wachs jetzt machen kann. Oder ob ich noch ein drittes Item brauche. Ich gehe auf jeden Fall da nochmal zur Design-Tür hin. Moment, was ist hier eigentlich? Äh, falsch. Was ist da eigentlich? Hier war ich gar nicht. Ja, spuck doch. Schon wieder weggeschlagen zu weit. Da fällt gerade ein, dass wir im Krankenhaus gar nicht in dem Raum gefunden haben, wo wir die Fragen aus dem Aufzug beantworten hätten können. Oh, true. Was hätte ich bekommen? Die dritte Tafel. Ich habe alle Tafeln. Hier ist eine Dusche. Sie ist aber kaputt und es kommt kein Wasser heraus. Oh. Oh, der steht so vor mir. Noll. Heilung und Emission. War denn 3-1-3 richtig? Okay, haben wir jetzt hier ein bisschen Ruhe. Gar nichts. Okay, ja, wir haben alle drei Tafeln. Ich weiß nicht, ob ich schon einen Tipp bekommen, einen Hinweis bekommen hatte für die Tafeln überhaupt. Ich will nochmal kurz diese eine Tür hier checken. Hier direkt? Ne. Das ist auch zu... Wann beginnt eigentlich der Unzug? Weißt du schon, wie lange du freinehmen musst? Keine Ahnung. Ich kann dir noch nichts sagen. Und ich werde nicht irgendwie am Stück frei nehmen oder so. Das wird wahrscheinlich ja so sporadisch sein. Mal eine Woche fallen irgendwie zwei Streams aus. Mal eine Woche fallen drei Streams aus. Also ich werde nicht plötzlich irgendwie zwei Wochen weg sein. Ich habe da eine Tür übersehen. Du hattest doch alle Fragen richtig beantwortet. Nice. Hä? Hier ist keine Tür. Achso, die Tür ist einfach offen. Okay. Ich dachte, du ziehst so ein, zwei Wochen durch. Nee, kann ich ja gar nicht. Nee, ich schaffe das heute nicht. Wir machen, denke ich mal, dieses Gebäude noch fertig und den Rest machen wir dann nächste Woche. Das schaffe ich nicht alles heute. Da kommt noch einiges. Genau. Ich will mal nochmal kurz testen, ob das jetzt schon mit dem Wachs geht. Ich kann ja nicht den Umzug komplett weg, durchziehen, weil ich mache das ja nicht alleine. Ich mache das ja nicht alleine. Und teilweise brauche ich hier Hilfe und ich muss ja dann bei der Hilfe auch Termine machen und so, um sich zu verabreden, wann die Zeit haben. Ich sage, I don't know. Das wird wahrscheinlich recht sporadisch. Okay, mir fehlt da noch auf jeden Fall was. Äh, ja, ja, ich habe alle Taten. Ich wollte nur kurz noch testen, ob ich theoretisch hier durch könnte. Ob ich das aufmachen könnte. Äh, ich rechtfertige mich nicht. Ich erkläre dir nur, wie der Stand der Dinge ist. I guess. Äh, so. Und dann jetzt. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt Tipps hatte für die Tafeln oder ob ich sie einfach jetzt reinsetzen kann, wie ich will. Also rechts und links ist ein Pyramid-Hat und in der Mitte hängt jemand. Wenn ich das anklicke, kriege ich einen Text vielleicht. Ich gebe dir Blut als Zeichen meiner Buße für die drei Sünden. Unter dem Bild gibt es drei, okay, ich glaube, ich muss die einfach nur einsetzen. Ich habe die Tafel der, ja, okay. Werden automatisch reingesteckt. Vor diesem Raum hatte ich auch so viel Schiss damals. Dieser Galgenraum hier. Der ist aber auch echt weird, ne? Dass er so riesig ist, so leer. Und so still hier. Und zwischendurch kommen so komische Schrittgeräusche. Der ist schon, äh, ist schon ein bisschen creepy. Und hier, Rousie. Dankeschön für deinen Sub. Drei Stricke hängen vom Gerüst. Was war das für ein Geräusch? So leer? Genau, so leer. Der ist nur Hufeisen. Ah, okay. Damit, damit das schmelzen wir jetzt mit dem Wachs ein. Ich finde, die Spiele sind sehr gut gealtert, ja. Aber ich bin da auch nicht so das Maß, glaube ich, für... Weil ich bin da recht. Ähm, recht. Keine Ahnung, wie man das sagt. Dass ich mit alten Spielen keine Probleme habe. Ich kann sie auch heute immer noch gut spielen. Ja, ich bin sehr cool. Und vor allem sowas wie die alten Silent Hill-Teile. Die haben ja durch den aktuellen Horror-Stil, der seit einigen Jahren aktuell ist, mit dem... Ähm... Mit diesem, äh... Retro-Stil, den viele Horrorspiele heutzutage fahren. Ist das ja aktueller denn je. So, jetzt. Yo, ciao, Angel. Das habe ich damals nicht gerallt. Das habe ich so lange dafür... Ich glaube, ich habe damals auch vom Chat Hilfe bekommen. Dafür hier. Weil das war für mich so skurril. Bye. Okay. Bye. 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 ich finde Panzersteuerung nicht so schlimm also ich spiele gerade nicht mit Panzersteuerung aber ich finde Panzersteuerung ist halt in den ersten Momenten ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man dann halt keine Ahnung, ein bisschen gespielt hat, dann gewöhnt man sich da eigentlich recht schnell dran und dann finde ich das gar nicht mal so störend die Leiche riecht ekelerregend nach fauligem Fleisch ein abscheulicher Gestank kommt aus dem Loch mein Gott in dem Loch das habe ich nicht gesehen ein abscheulicher Gestank kommt aus dem Loch hat sich das gerade bewegt oder habe ich das nur eingebildet die Leiche riecht nach ekelerregend die Leiche riecht ekelerregend nach fauligem Fleisch lecker so riecht es bei mir zu Hause in der Küche alle paar Tage im Sommer noch tiefer Junge es geht gerade von Loch zu Loch immer tiefer ist ein Loch im Fußboot ich kann keinen Boden sehen wie weit führt das weiter runter hier läuft die Party oh die Musik oh ich habe nur aufgemacht geht es noch tiefer Junge James kommt gleich haben wir einfach auf der anderen Seite des Planeten raus we're going deeper oh okay ruhig Krösus Dankeschön für drei Monate ich finde das nice wenn man halt das Spiel schon kennt also wenn man weiß in welche Richtung der Plot sich entwickeln wird so genau an alles erinnern kann ich mich auch nicht vor allem die ganzen Charaktere nicht aber wenn man halt so weiß was so am Ende quasi das Ende ist dann ist auch richtig nice das zu replayen weil man quasi so die Hints und so und das Foreshadowing und so quasi nochmal sich neu anschauen kann und analysieren kann ich kann schlecht darüber reden weil ich halt nicht spoilern will für die Leute die das zum ersten Mal erleben aber ja geflasht oh daran erinnere ich mich irgendwie an diesen Raum erinnere ich mich irgendwas wird gerade in mir geweckt dieser gespannte Draht versperrt mir den Weg Oder sollen wir hier aufhören? Und was mich halt so beim Replayen flasht, was mich so insane flasht, ist einfach, wie fucking ähnlich einfach Cry of Fear ist. Das ist krass. Oh, yo, okay. Wäck, 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 James. Hussein? Ah, der liegt da. Ey, wieso ist er weitergelaufen? Ich hab ihn auch gekickt. Okay, ist weg. Er ist einfach weg. Was ist das für ein Block? Rätsel? Ah, ich kann ihn drehen, Leute. Ach du Scheiße. Oh, ich dreh den Raum hier wahrscheinlich. Und ich muss den so drehen, dass die Türen übereinstimmen, I guess. Ich hab keine Ahnung. Boot Force. Der Raum ist weg. Verdammt. So komm ich in den Raum. Und ich will, dass... Eines der Löcher... Ich weiß nicht, was ich will. Warte, wenn ich den einmal ja drehe. In die Richtung. Dann sollte ich doch immer noch rein... Nein. Andere Richtung? Dann sollte ich doch immer noch reinkommen können, ne? Genau. So. Ich hab, glaub ich, echt einfach rumprobiert, bis es irgendwann ging. Jetzt könnte ich den einmal zu mir kippen. Nein. 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 Oh mein Gott. Dann müsste ich immer noch reinkommen können. So. Und das bringt mir immer noch nichts. Ich könnte den jetzt einmal nochmal drehen. Falsche Richtung. Dann komm... Hä? Bin ich verloren? Okay, ich werd das niemals schaffen. Ich hab aufgegeben. Jetzt wird gebrootforced. Ich weine gleich. Ich weiß nicht mal, was mein Ziel ist. Wo ist denn überhaupt ne Tür? Hier hinten vielleicht? Aber das geht doch gar nicht. Es gibt ja keine Seite, die parallel auf der anderen Seite auch ne Tür hat. Du willst in dem Raum, den du aufmachst, kannst, eine weitere Tür öffnen, damit du quasi einen Durchgang hast. Ja, und ich weiß halt nicht, wo der Durchgang ist. Okay, warte, da ist ein Loch und da oben ist ein Loch. Das heißt, ich muss es jetzt zu mir drehen. Nein. 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 Warte. Also, ich muss einmal... Also, ich muss einmal... Ich werde das niemals schaffen. Ich dachte, ich hab's gerallt. Ich hab's. Hey, sie lebt ja doch noch. Der hat sie nur gefangen genommen. Der hat sie gar nicht getötet. You're alive. Maria, I thought that thing killed you. Lachst du eigentlich, wenn du selber weinst? Not at all silly. Ich lach auch nicht, wenn andere weinen, Arschloch. Ich hab kein Blut gesehen. What do you mean? It chased us to the elevator and then... James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Die eklige. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? Er muss kurz dem Waschbecken seinen Pimmel waschen. Ja, das ist ein sehr nice Gespräch, wenn man, wenn man das Spiel halt kennt, ne? Ein sehr starkes Gespräch. Was passiert hier? Was habe ich mitgenommen? Habe ich irgendwas eingesammelt gerade? Ich glaube, ja. Das hier habe ich eingesammelt. Moin. Moin. Ey, der ist mies gehuckt. Der ist sowas von gehuckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier ist ja der Pyramidenmann. Was macht der denn hier? Ich bin im Kreis gelaufen, lol. Boah, coole Kamera-Perspektive. Ich habe ein großes Messer. Da ist es, Chad. Da ist es. Boom. Das ist ein wirklich großes Messer. Ja, eigentlich ist das ja eine große Schere. Und das eine Teil hat jetzt James und das andere Teil hat jetzt Pyramid Head. Das ist quasi eine große Schere. Damit Pizza schneiden. Ja, ich kann damit halt nicht vernünftig laufen, ne? Okay, man macht das nur für das Messer hier. Das heißt, man braucht das für etwas. Das ist nicht einfach nur... ...optionaler Spaß. Ist optional. Ah, ich weiß, wo ich erlangen muss. Äh, ich habe doch jetzt den Seitenschneider. Ich kann damit doch die Drähte bestimmt da aufschneiden. Wenn ich den Weg finde. Siehst du heute durch? Ne, das ist noch zu viel, was ich machen muss. Das schaffen wir heute nicht. Oh, hey, Biva, was geht ab? Ich habe das Ball nicht gefunden. Hatte das Ball nicht sogar irgendwie so einen besonderen Effekt, dass man damit irgendwie... ...den Pyramid verletzen konnte? War das nicht irgendwie sowas? Oh, okay, ich habe hier keine Karte. Dass man damit irgendwie den Pyramid Head verletzen konnte? Oder Pyramid Head? War das nicht irgendwie sowas? Okay, ich zeichne meine Map die ganze Zeit neu hier. Probier es mal aus. Ja, ich weiß ja nicht. Ich muss mich jetzt mit dem Mann da nicht anlegen. Der ist schon ziemlich groß. Und hat einen ziemlich harten Schädel. Aber verletzen kannst du den doch so oder so. Oh, nee, wenn ich den irgendwie anschieße oder anschlage, dann prallt alles von seinem Helm ab. Wo bin ich jetzt hergekommen? Ich habe keine Ahnung, Jet. Labyrinth. Liebe Labyrinthe. So. Geil, wuchtig, Mann. Das klingt so nice. Okay, I guess ich bin hier richtig. Ich versuche mal gleich beim nächsten Gegner. Ich versuche mal gleich beim nächsten Gegner das riesige Gerät rauszuholen. Das ist halt super langsam. Falsche Taste. Falsche Taste. Ich glaube, mein Sub wurde gecancelt. Ja, wahrscheinlich ausgelaufen. I guess. Also, die ist wuchtig. Das klingt auch richtig geil. Wie die da auf ihn runterprasselt. Ja, wenn der Schlag durchkommt. Und ich habe leider keinen Hyperarmor. Mit der Waffe. Munition. Ich war am looten. Junge, was ist das für ein Drecksloch hier? Ich glaube, ich habe es gefunden. Da liegt eine Zeitung auf dem Boden. Sie weist mehrere Flecken auf, die wie Blut aussehen. Und sie ist teilweise unleserlich. Die Läden des Mannes später identifiziert als Thomas Holzfäller wurde immer auf Pftu liegend entdeckt. Die Wahrscheinlichkeit Tode Pftu rennen mehrere Stichwunden mit einer scharfen Waffe auf der Halsvorderseite und der linken Körperseite. Der geschätzte Pftu des Todes liegt zwischen 23 Uhr und 24 Uhr. Aufgrund der Spuren eines Kampfes im Raum und des fehlenden Tatwerkzeuges pftu die Polizei den Vorfall als Mord und hat eine Morduntersuchung eingeleitet. Angesichts der Tatsache, dass das Bargeld im Zimmer unberührt und Mr. Pftu betrunken und gewalttätig war, verpftu nicht Raubart Verbrech alt. Okay, nice. Speichern. Das ist das Labyrinth, was ich vorhin meinte. Okay. Ist Enhanced eigentlich die gleiche Steuerung wie im Original? Äh, kannst du ändern. Enhanced. Ich spiele gerade mit einer direkten Steuerung und nicht mit der Tanksteuerung. Der Text macht für dich Sinn? Für mich nicht. Papa, bitte nicht. Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich erinnere mich an der Tatsache. Junge. Äh, wo ist meine Shotgun? Er hat mich umarmt. Er saugt mich aus. Er trinkt mich. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Hackebeil irgendwas treffe. Ja, jetzt schaffe ich nicht. Ich werde damit nichts treffen. Ey, die PS3-Version sollte man sowieso nicht spielen. Ja, es geht nicht. Nein, 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 ich muss weg. Boah, wie lange mit so einem James? James, wieso stehst du noch so lange mit der Waffe? Lauf, 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 James! Oh, mein Gott. Ich hasse James. Ich habe ihn. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Angela, relax. Don't order me around. I'm not trying to order you. So, what do you want then? Oh, I see. Born from a wish gibt es ja auch hier, in der Version. In der PC-Version. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like... You always did. Beat me up like... You wouldn't care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela... Don't touch me! You make me sick. You said your wife, Mary, was dead. Right? Gesnept. Yes, she was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never... Fremdgeher, Fremdgeher. Äh, nochmal kurz Notiz. Hier. Äh, die... Mann ist später identifiziert als... Ich denke mal, die Leiche des Mannes, später identifiziert als Thomas Oro, irgendwas Holzfäller. Alter 39 wurde immer blablabla liegend entdeckt. Die wahrscheinliche Todesursache, wahrscheinlich mehrere Stichwunden mit einer scharfen Waffe auf der Halsvorderseite und der linken Körperseite. Der geschätzte Todespunkt des Todes, ja, aufgrund der Spuren eines Kampfes im Raum und des fehlenden Tatwerkzeuges betrachtet die Polizei den Vorfall als Mord und hat eine Morduntersuchung eingeleitet. Angesichts der Tatsache, dass das Bargeld im Zimmer unberührt und Mr. bla 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 häufig betrunken und gewalttätig war, vermutet die Polizei nicht Raub, Artverbrechen, sondern wahrscheinlich irgendwas mit Mord oder so. Ja, und sie hatte auf jeden Fall ein Messer, die Angela, und die hat ja gerade irgendwas gesagt von wegen, yo, willst du mich verprügeln, so wie er es immer gemacht hatte? Ich gehe da mal wieder, ne? Ich glaube, das war ein Rätsel. Wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Rätsel, glaube ich, für später. Oh, oh, da war es. Dieser Mann wurde wegen Körperverletzung gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Ich glaube, dafür brauchen wir erst einen Hinweis. Wenn man zum Kreideholen geschickt wurde. Ich glaube, dafür brauchen wir erst einen Hinweis. Ah, hier ist es. Ich habe nicht den Wunsch zu sterben, aber morgen werde ich die 13 Stufen ersteigen. Bitte, so antwortet mir doch. Warum muss ich am Morgen sterben? Der Häftling neben mir glaubt mir, weil sie alle verrückt sind. Deshalb sagte er, seine Meinung ändert nichts. Ich weiß jetzt, ich weiß. Jetzt weißt du, warum ich gegen sie losgeschlagen habe, murmelte er. Der Mann, der gestern hingerichtet wurde, der, der sagte, er verkäufe Träume, sagte, das sei nicht wahr. Aber der Mann, der übermorgen für das Stehlen von Kindern hingerichtet wird, schrie zurück, dass es wahr sei. Der Mann, der heute gehängt wurde, antwortete nicht. Sie töten mich so oder so, sagte er. Er wurde bei der Unterschlagung öffentlicher Gelder geschnappt und so gibt es für ihn keine Hoffnung auf Gnade. Der Mann, der immer leise vor sich hin lächelt, sagte, ich bin glücklich, denn ich werde bald bei ihr sein. Ich habe nicht den Wunsch zu sterben. Mich verlangt es nur, nach Hause zurückzukehren. Aber ich weiß, das bleibt ein Traum. Zwar habe ich nichts getan, doch wird mir dieses Verbrechen zu Last gelegt. Jemand errette mich. Dies ist keine Strafe. Sie dürsten nach Blut und ich bin ihr Opfer, Slum. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin tot. Okay, ich brauche euch einen Schlüssel. Der Griff kann erst gedreht werden, nachdem die Handschellen abgenommen wurden. Ich habe das per Zufall gelöst. Ich kann mich an das Rätsel erinnern, dass das ein bisschen schwer war. Ich weiß nicht, ob ich nur einen aufhängen muss oder herausfinden muss, wer von denen gestorben ist. Oder die Reihenfolge, in der sie gestorben sind. Dieser Mann wurde wegen Betrugs gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Dieser Mann wurde wegen Unterschlagung gehängt. Recht und Rache wurden mit Genüge getan. Dieser Mann wurde wegen Fälscherei gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Wir brauchen Paint. Wir brauchen Paint. So, dieser Mann wurde fälschlich, äh, äh, wegen Fälscherei gehängt. Recht und Rache wurden, okay, Fälscherei. Ich mache mal hier im Text. Und dann mache ich mal hier, der unten der dritte. Fälscherei. Okay, das ist vielleicht zu groß. Machen wir, machen wir 48. Fälscherei. Der in der Mitte. Wegen Betrug. Wieso ist das jetzt klein? Ein Betrug. Der hier. Wegen Unterschlagung. Tett, was ist Unterschlagung? Schlag unter die Gürtellinie. Ah. Wegen Mord. Ich kann kein Leerzeichen da machen. Wieso geht da kein Leerzeichen? Okay, dann machen wir halt so. Da mache ich hier eine neue Box. Oh. Mord. Ich kann auch kein Enter mehr machen. Okay, dann machen wir jetzt halt ganz viele Einzelne. Der Mann wurde wegen Körperverletzung gehängt. Körperverletzung. Hey, Nintendo. Und der Unterste wurde wegen Entführung gehängt. Stehlen. Das Stehlen von Kindern. Entführung. Okay, dann gehen wir nochmal zurück zum Text. Nein, wir machen jetzt nicht ein Bingo Bongo. So. Nur der ohne Sünde ist, kann dir helfen. Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen. Und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste Weise zuteil werden. Ich habe nicht den Wunsch zu sterben, aber morgen werde ich die 13 Stufen ersteigen. Bitte so antworte mir doch, warum muss ich am Morgen sterben? Der Häftling neben mir glaubt mir, weil sie alle verrückt sind. Deshalb, sagte er, seine Meinung ändert nichts. Ich weiß. Jetzt weißt du, warum ich gegen sie losgeschlagen habe. Körperverletzung, I guess. Könnte auch Mord sein. Aber dann wird da wahrscheinlich schon ein Mord stehen. Ich schreibe mal hier so eine Eins hin. Der Mann, der gestern hingerichtet wurde, der, der sagt, der verkaufe Träume, sagte, das sei nicht wahr. Was ist Unterschlagung? Aber ich denke mal, Betrug ist das, was da gerade gemeint ist, oder? Ich mache mal hier gestern. Oh, klein. Gestern. Zwei. Aber der Mann, der übermorgen für das Stehlen von Kindern hingerichtet wird, schrie zurück, dass es wahr sei. Stehlen ist Entführung. Übermorgen. Drei. Der Mann, der heute gehängt wurde, antwortete nicht. Sie töten mich so oder so, sagte er. Er wurde bei der Unterschlagung öffentlicher Gelder geschnappt. Okay, heute. Keine Ahnung, was Unterschlagung bedeutet, aber heute. Vier. Der juristische Tatbestand der Unterschlagung liegt vor, wenn jemand vorsätzlich eine fremde, bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet. Der Mann, der immer leise vor sich hinlächelt, sagte, ich bin glücklich, denn ich werde bald bei ihr sein. Und das ist wahrscheinlich der hier, weil der jemand umgebracht hat und der wird auch jetzt bei ihr im Jenseits sein. Ich habe nicht den Wunsch zu sterben. Mich verlangt es nur, nach Hause zurückzukehren. Aber ich weiß, das bleibt ein Traum. Zwar habe ich nichts getan, doch wird mir dieses Verbrechen zur Last gelegt. Jemand, der rette mich. Dies ist keine Strafe. Sie dürsten nach Blut und ich bin ihr Opferlamm. Also, I guess ist die Person, die das schreibt, der der Fälscherei betrieben hat? Oh, der Text ist hier weg. Ich habe den Wunsch zu sterben, aber morgen werde ich die 13 Stufen ersteigen. Was für 13 Stufen, Digga? Morgen. Also, wird der morgen hingerichtet? Sprich, der hier ist dann morgen und der ist eigentlich die 1. Also, er wird morgen hingerichtet. Ich denke mal, wir müssen die Reihenfolge, wann wer getötet wird. Also, er wird morgen hingerichtet. Gestern, heute. Wann ist die Körperverletzung? Bitte antworte mir doch, warum muss ich am Morgen sterben? Der Häftling neben mir glaubt mir, weil sie alle verrückt sind, deshalb sagt er. Seine Meinung ändert nichts. Ich weiß. Jetzt weißt du, warum ich gegen sie losgeschlagen haben wollte. Hier steht aber nicht, wann er getötet wird. Der Mann, der gestern hingerichtet wurde, der, der, sagte er, verkaufte Träume, sagt er, das sei nicht wahr. Wann wird denn der Mörder und der Typ, der Körperverletzung betreibt, hingerichtet? Muss ich einfach raten, oder was? Hey, Tomate. Hat eigentlich das auch was zu tun, weil einer sagt, es ist wahr und der andere sagt, falsch. Mensch, wenn das noch mit was damit zu tun hat, dann ist ja komplette Katastrophe, dass ich noch da drauf achten muss. Jo, Kageyama, gute Nacht. Aber der Mann, der übermorgen für das Stehlen von Kindern gerichtet wird, schrie zurück, dass es wahr sei. Der Mann, der heute gehängt wurde, antwortete nicht. Sie töten mich, so oder so, sagte er. Er wurde bei der Unterschlagung öffentlicher Gelder, ja, ja. Der Mann, der immer leise vor sich hin lächelt, sagte, ich bin glücklich, denn ich werde bald bei ihr sein. Ich habe nicht den Wunsch zu sterben. Mich verlangt es, nur nach Hause zurückzukehren. Aber ich weiß, das bleibt ein Traum. So habe ich nichts getan. Also ich habe auf jeden Fall ja herausgefunden, wer er ist. Oder musste herausfinden, wer nichts getan hat. und da den einzigen Strick ziehen. Ja, aber wenn ich ihn mache, dann ist er ja tot. Ich weiß halt nicht, ob sie die Reihenfolge wissen wollen oder ob sie einfach nur wissen wollen, wen ich nicht töten darf. Weil hier bei dem anderen Zettel steht ja auch, nur der ohne Sünde ist, kann dir hier helfen. Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste Weise zuteil. Wieso fälschlicherweise? Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste Weise zuteil werden. Ja, ich mache einfach mal. Wieso? Ich bringe alle um. Ach, er steckt seinen Kopf da rein? Nee, doch nicht. Ich bringe alle um, bis auf den, der den Text geschrieben hat. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich jetzt was falsch mache. Explodiert dann James? Weil wenn ich nach, wenn ich die richtige Reihenfolge finden muss, wenn ich die richtige Reihenfolge finden muss, dann ist es ja voll schwer, weil zwei Informationen fehlen mir. Also es ist schwer, ich müsste dann raten. So, und jetzt gehe ich zurück zu den Leichen. Äh, falsch. Sie waren stolz auf diese Animation. Es ist nichts passiert. Aber es kommt gegen. Okay, ich habe falsch. Okay. Wenn sie mit fälschlicher Weise meinen, dann meinen sie vielleicht, ich muss wirklich nur den einen machen, der unschuldig ist. Oder ich muss halt wirklich die Reihenfolge machen. Wenn ich wirklich die Reihenfolge machen muss, dann bin ich RIP. Okay, ich musste einfach nur den richtigen finden. Okay. So kompliziert war das gar nicht. Ich habe den Schlüssel des fälschlichen Angeklagten. Hier liegt das Papier des, äh, das Gesicht der Leiche bedeckte. Ich kann es nicht lesen. Ja, easy. Ich hoffe, er wurde im Remake genauso gelassen. Die Animation, meinst du? Ich meine, sieht man das nicht sogar schon in einem Trailer? Es gibt auch einen Trailer, wo er auch so einen Strick runterzieht und so traurig in die Kamera schaut. Das war, glaube ich, im ersten Trailer oder so. Maria? Maria? Habt ihr Spiele auswendig gelernt? Ich weiß, wann er das sagt. Maria? Maria, no! Hat sie sich die Pulshade aufgeschnitten? What happened to you? Why? 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 Die hat Blut im Gesicht? Was hat sie sich im Gesicht? Was hat sie sich die Augen? Mary? Oh, die Musik. Am Friedhof. Hier steht ein Name auf dem Grabstein. Walter Sullivan. Den kennen wir. Der Name auf dem ist zerkratzt. Miriam K., Verräterin. Scheiß Miriam. Ich wusste es. Dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hingerichtet und hier zur ewigen Ruhe gebetet wurde. Das ist nicht gläserlich. Hey, Majin. Hier steht der Name auf dem Grabstein. James Sunderland. That's me. Angela Orsko. Hier findet man ihren Nachnamen hier raus. Das heißt, das, was wir da gelesen haben, ist irgendwie ihr Ehemann oder so oder der Vater. Eddie Dombrowski. Das ist der Pizza-fressende Typ. Hier sind schon drei Gräber für die geraben worden. Und es geht noch tiefer nach unten. Eigentlich soll ich jetzt hier aufhören. Müsste der Vater sein. Also ja, sie hat wahrscheinlich ihren Vater umgebracht. Und deshalb ist sie hier. Was hat Eddie gemacht? Eddie hat ja irgendjemanden erschossen, weil er ihn dazu gezwungen hatte. Was hat James gemacht? Und was hast du gemacht? Denn du bist auch gerade in Silent Hill. Eddie? What are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Hat er seinen Mobber umgebracht? Eddie, have you gone nuts? Nein. I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Is that so an school shooter or was, Alter? I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Aber du hast auch echt lustig Pizza gegessen. Ich muss ihn töten. Ich bin tot. ich stehe vor dir mit einer Sche... Ich bin mal die Shotgun reingedrückt. der arme Junge. Ich hätte die riesige Machete rausholen sollen. James, when you're hated, picked on, spit on, just cause of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life. That's why I ran away after I killed a dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died, all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Hätten Hund getötet? He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. I was saying I'm sorry. Don't get a hold on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! Okay, das mit dem Hund geht weiter. Das geht zu weit, Chef. Er boxt mich. Das ist illegal. Ja, vor der Geschichte mit dem Hund hatte ich noch Mitleid jetzt. Das war kein Treffer. American Stand-Off. Hat er eine Granate geworfen? Das hat gepiept. Ich hatte eine Granate geworfen. Ja. Ich hatte eine Granate geworfen. What about l Joe? Ich hatte sie. Ich hatte sie. Und freeze. Ich hatte sie. Ich hatte sie. Ausatmenuj will und Polizei 신atunter Ich habe einen menschlichen Mensch gekämpft. Einen menschlichen Mensch. Mary. Hast du wirklich vor drei Jahren sterben? Kann ich da was mit ihm machen? Ja, ich meine, keine Ahnung, ob er am Ende dann irgendwie doch zu feige war, quasi seinen Peiniger zu bestrafen. Und dann doch den Hund einfach genommen hatte, weil er doch zu viel Schiss hatte. Das war wirklich ein Tier dafür umzubringen, der ist wirklich gottlos. Also, der sich nicht mal wehren kann. Okay, wir müssen langsam aufhören, Schatz. Und sich nicht wehren kann, nichts dafür kann. Wir fahren noch Boot und dann hören wir auf. Auf zum Hotel. Ja, ob zurechnungsfähig oder nicht. Mord ist Mord, ne? Er wurde vom Opfer zum Täter. So ohne wehre Stelle, ne? So. Ja. So. 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 weg treiben also verwirrt ob sie nicht irgendwie auch noch irgendwie eine mechanik oder im rätsel oder ist wirklich einfach nur paddeln macht das aber echt gut ich glaube das schon öfters gemacht der kann das so gut synchron beide arme gleich trainiert und ich kann irgendwie nach hinten schauen bin ich da auf der kleinen insel angekommen bei diesem stein da glaube ich bin ich angekommen paten doni ist mit uns eine runde paddeln ja ne ist wirklich so aus ist es würde in beide richtungen gleichzeitig paddeln ist ein dünner raid wieso ist das ein dünner raid steht dünne für dünner ich bin verloren ah sein richtiger name ist dünner mein richtiger name ist selama jun noch einfach ein raid von guten steve was geht ab steve man und hallo raiders alle gehen gerade schlafen frech ich weiß dankeschön für raiden da ist das licht ich hab's gedeckt folge dem licht james folge dem licht james ist schon eine sehr wehre passage aber es ist ein vibe ist ein vibe definitiv voller tatenrang steht er da mein neues abenteuer beginnt jetzt kommt das hotel ja dieser ort hat sich in den drei jahren überhaupt nicht verändert ich wäre auch stolz wäre ich diesen diesen see darüber gepaddelt wird mich mächtig fühlen ich habe ne spieky mächtig fühlen Das ist ein Brunnen in der Gestalt eines Vogels. Moment, kommt kein Wasser heraus. Da konnte man in so ein großes Krankenhaus, aber bevor man da hinkommt muss man so eine große Brücke runterfahren. Und zwar haben wir hier schon Feuer im Krankenhaus. Ich glaube, ich habe generell in dem Spiel sehr viel vermischt mit Silent Hill 3. In meiner Erinnerung. Hallo? Hallo? Oder war es sogar Teil 1? Hallo? Ich will Licht anmachen bestimmt. Er kann keine Items looten, denn kein Licht an ist. Aber ist Teil 3 nicht ein komplett anderes Silent Hill? Ich warte auf dich. Was ist das? Zimmer 312. Das ist das Zimmer, das Mary und ich bewohnten. Mary, bist du hier? Oder vielleicht? Ich habe eine Karte des Hotels. Das war auch das hier. Die selbe Stadt. Das ist ja immer die selbe Stadt. Diki, Dankeschön für 47 Monate. Aber das Hotel war nicht das letzte Gebiet, oder? Doch? Wie? Wir haben das Spiel gleich schon durch? Mr. James Sunderland. Das Videoband, das Sie vergessen haben, wird im Büro im ersten Stock auch bewahrt. Das ist eine Vase. Die ist für mich jetzt nicht von Nutzen. Daraus kannst du trinken. Ich habe eine Dose mit Verdünner. Was war denn dieser... Es gab doch noch so ein rundes Gefängnis, wo man so die ganze Zeit im Kreis rumlaufen musste. Und dann gab es in einem der Zellen irgendwie ein Loch, was mit der unteren Zelle verbunden war. Das war Teil 4 auch. Ja, ich merke schon. Alle vier Teile, weil ich sie alle zu ähnlicher Zeit damals gespielt hatte, hintereinander verschwimmen und werden zu einem. Ich drücke auf den Knopf, passiert nichts. Dann ist das Spiel doch kürzer als gedacht. Was gibt es eigentlich noch? Kein Abnehmen-Fitness-Drink, der Verdünner heißt? Ich glaube, damit... Ich glaube, damit nimmst du nicht ab. Ich glaube, da solltest du nicht trinken. Ich denke, das ist so ein Lösungsmittel. Teil 4 ist meiner Meinung nach der beste Teil. Falsche Meinung. Boah, ich kann mich gar nicht an die Story von einem kleinen Mädchen erinnern. Wer ist sie? Was macht sie hier? Jetzt kommt noch noch Rachel dazu. Liebste Laura, ich habe diesem Brief Rachel Ann vertraut, damit sie ihn dir gibt, wenn ich gegangen bin. Ich bin jetzt weit weg an einem stillen, wunderschönen Ort. Bitte vergib mir, dass ich mich nicht bei dir verabschiedet habe. Pass auf dich auf, Laura. Sei nicht zu streng zu den Schwestern. Und Laura, was James betrifft, ich weiß, dass du ihn hast, weil du meinst, er wäre nicht nett zu mir. Aber gib ihm bitte eine Chance. Es stimmt, dass er manchmal etwas grob ist und nicht oft lacht, aber im Inneren ist er wirklich ein sehr netter Mensch. Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Wenn sich die Dinge anders entwickelt hätten, hätte ich dich gerne adoptiert. Herzlichen Glückwunsch zu deinem achten Geburtstag, Laura. Deine Freundin für immer, Mary. Laura, wie alt bist du? Um... Ich bin 8 Jahre altes Woche. So, Mary couldn't have died three years ago. Could, could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. Wie sie wegsgedaddelt. Apropos Laura. Lara. Ist das wirklich das letzte Gebiet? Ist das wirklich das finale Gebiet? Danach kommt nichts mehr. Schlüsselfisch. Eine Zeichnung von Laura. Eine Katze. Hab extra nachgeschaut. Boah, ziehen wir dann durch? Was passiert hier? Boah, die Bilder. Die kommen wieder. Ist zweimal das Hotel. Wahrscheinlich einmal so normal und einmal anders Welt, ne? Boah, ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal, Chad. Ich glaube, das wird zu lang. Nee, was? Wenn ich durchziehe, du gehst doch gleich schlafen. Und dann bin ich hier ohne dich. Es sind keine Schlüssel im Schlüsselkasten. Doch, ich sehe einen. Okay. 312, der Schlüssel zu einem Zimmer, das Mary und ich bewohnten. Lieber vorher aufhören, als mittendrin aufhören. Weil, dann bin ich beim nächsten Mal komplett verwirrt, wo ich hin muss, was ich machen muss. Deshalb, äh, wo war der Speicherpunkt? Ich bin jetzt schon verwirrt. Ja, genau. Und wir haben ja eh noch, äh, Born from a Wish. Das ist ja auch nur diese kleine, kleine Side-Story. Äh, dann haben wir genug für nächstes Mal am Freitag, ja. Ich muss nur zurück zum Speicherpunkt finden. Hey, ich weiß, ich kann überall speichern, aber... Ja, machen wir einfach. Ich hoffe, das funktioniert. Auch wenn nicht, ich habe ja draußen gespeichert, ne? Aber ich will jetzt... Nein, du gehst auch gleich schlafen. Dann sitze ich ja alleine. Am Pier. Um 1.16 Uhr. Okay, das ist noch vor dem, vor dem Paddeln. Okay, ich mache hier. Tue ich nicht doch? Ja, dann haben wir nächstes Mal das Gebäude hier. Plus Finale. Und dann halt noch das DLC. Dann haben wir, haben wir genug. Ja, ja, ja. Weil, ich glaube, wenn wir das jetzt durchziehen, Chat, ich sitze, glaube ich, hier bis 4 Uhr morgens oder so. Ne, ich muss noch kochen. Ich habe mega Hunger, ich muss kochen. Und wir haben morgen Samstag. Ich stehe morgen ein bisschen früher auf. Weil ich muss noch ein bisschen aufräumen. Und ich muss morgen auch früher anfangen zu streamen, weil ihr abends ja so kommt. Bo content.